Live and let pie Live and let pie Live and let pie Pie Live and let pie Pie Hallo und herzlich willkommen zu Wolfwick und Lies of Pie Nicht zu verwechseln Mit den Lügen über den eigenen Pipi, mit denen es am Wochenende In vielerlei Haushalten zu Echten Handfertigkeiten Kommt Ich mein den Souls Killer Den potenziellen Endboss Über den Souls nicht hinweg kommt Ich formulier es extra so provokant Ich weiß es ist wahrscheinlich nicht so Aber ich mach es extra nur, weil ich weiß, dass Das dann Leute anzieht Und vielleicht ist es ja wirklich besser Als Der Highland Ich weiß es nicht Wir werden es erleben Ich drücke nun eine Taste Hab alles eingestellt Mach auf neues Spiel Und lasst euch jetzt wirklich erstmal den ganzen Anfang genießen Ich weiß überhaupt nicht, wie es anfängt Ich hoffe einfach Ich hoffe einfach, ihr kommt in die Atmo rein Ich hab ja auch nur die Demo gespielt Wir lassen das jetzt mal laufen Viel Spaß Ich höre schon auf Ich höre schon auf Geppetto's Puppet Wir brauchen deine Hilfe Wir brauchen deine Hilfe Wir brauchen deine Hilfe Ich hab ja nur die Hilfe Wir brauchen deine Hilfe Wir brauchen deine Hilfe okay ja das ist ja glaube ich jetzt genauso wie die Demo anfing oder da habe ich natürlich nicht zu viel versprochen also wir wissen es jetzt auch nicht genau aber wahrscheinlich werden wir dann nochmal die harten ersten Stunden erleben müssen die in der Demo ja auch extrem lang und hart waren also das hui ich wusste natürlich dass dieser Moment kommt aber ich habe gedacht vielleicht gibt es noch irgendwas vorher einen kurzen Verschnaufsmoment ähm apropos es ist ein super Setting und es gefällt mir auch richtig gut alles ich spiele auf dem PC ich habe es aber auch auf der Konsole installiert kurz vorher ähm habe mich dann aber jetzt spontan entschieden ähm so habe mich dann aber spontan entschieden auf den PC zu wechseln aber ich werde euch auf jeden Fall auch gerne mal bei Bedarf die Konsolen Version zeigen denn ich nehme an die Safe Games sind ja wie immer dann interchangeable ja das ist schon mal natürlich eine der wichtigen grundlegenden Entscheidungen ich glaube letztes Mal habe ich den Pfad des Bastards genommen auch natürlich weil mir der Name sehr gefällt Bastard äh und aber diesmal werde ich doch ich habe irgendwie jetzt ich fühle mich so als möchte ich gern diesmal es möglichst lang und hart haben äh und ich bin der Nasenmann also das ist mein Spiel sozusagen das ist mein Spiel ich bin der Lüsob äh oder Usob dieses äh dieser Welt werde es sein schon zurück von der Bahnfahrt okay das ist lustig weil es ist vier Tage her das finde ich sehr lustig manche Witze müssen reifen bevor sie richtig einschlagen aber die Atmung ist einfach jetzt schon geil äh fixieren ja klar ups keine Fahrkarte gibt es auch Sprung ne ich wollte einmal was testen ne gibt es nicht ne ihr müsst euch auch schon mal dran gewöhnen ich mache es ein bisschen leiser ne ihr müsst euch dran gewöhnen und es ist halt echt lustig weil es wirklich die Bahnfahrt passt perfekt zu meinem Drama äh aber ihr müsst euch dran gewöhnen dass ich viele Sachen aus der Demo schon wieder vergessen habe äh was das Kampfsystem angeht Kampfsystem kloppen ist wahr aber ist doch ein bisschen äh noch ausgefeilter als das viele Sachen spielen sich genau so wie in den besten äh Vorlagen also gerade so der Wechsel zwischen den Figuren ähm die man gerade angreift und das ähm auch die Angriffsmuster so dass man irgendwie nicht das Gefühl hat lustig gegen irgendwelche Zinssoldaten anzugreifen irgendwelche äh automatisierten Bots hier wird es passen äh aber es ist halt es fühlt sich ein bisschen eigenständiger an und ein bisschen einfach besser gezeichnet ähm äh was die was nur den Kampf angeht also die Gegner sehen halt nicht so sehr aus wie andere Wellen von Gegnern in schlechter äh schlechteren Klonen ähm in denen sie dann einfach irgendwie immer dieselben äh Bewegungsmuster haben und so wobei ich vielleicht auch Quatsch erzähle wir gucken es uns mal an aber so habe ich es auf jeden Fall in der Erinnerung als ein bisschen ausgefeilter was so diese Details angeht aber am Ende muss ja das Spielsystem auch überzeugen und aber da hat mich auch letztes Mal schon Life of P überzeugt Wulong ist halt äh oder hier Wukong äh Wulong äh all diese Sachen die äh die wissen auch zu begeistern aber in dem Fall primär zu frustrierend und ich bin gespannt wie es hier ist Life of P wurde teilweise auch frustrierend aber ich kann mir vorstellen das auch durchzuspielen ohne äh innerlich zu sterben oh okay Energie wäre jetzt nicht schlecht einmal oben ich muss auf jeden Fall die Reichweite meiner Waffe nochmal einchecken so das ist noch nicht gut genug rennen und schlagen okay und dann nachlegen sind das hier so ein bisschen die ja die Koffer in dieser Halle sind die Stühle in Dark Souls oder sind das Stühle was ist es da sind es Vasen oder größtenteils in Bloodborne sind es eher Stühle es hat natürlich auch von allem was also es hat viel von Bloodborne da wurde es viel mit verglichen weniger natürlich schnell ungeduldig wenn man das nicht so schnell macht wie sie und das ist dann oft am Anfang immer viel angenehmer womit ich jetzt hier niemanden beleidigen will ich sage nur dass deswegen ist mir hier so wichtig dass ich das am Anfang spiele wo es noch nicht jeder andere gespielt hat weil dann ist es einfach schöner mit dem Chat äh und ich freue mich auch dass ihr hier seid okay das kann man hier fast mehr oder weniger im Schlaf ne wenn man ehrlich ist oh das habe ich jetzt nicht kommen sehen da habe ich gepennt na das hätte ich mir jetzt sparen können so nehmen dann nimmt er hier diesen Fabelkatalysator ich weiß gerade gar nicht mehr genau was das war ähm heb dir das auf für die Endbosse Simon heb dir die Energie auf du wirst sie noch brauchen die Wutenergie du hast ja recht Simon 2 du hast immer die besten Tipps das stimmt Simon 1 wo muss ich lang hier rechts bin ich hoch jetzt gehe ich hier runter das ist dieselbe Ebene wie eben okay leuchtet was und ein Türchen geht auf überall gibt überall in Krat es hat sich letztens wieder jemand beschwert dass ich ähm die Sachen nicht lese deswegen lese ich sie jetzt extra ich werde sie trotzdem vergessen und falsch machen aber dann könnt ihr nicht mehr sagen ich habe sie nicht gelesen überall in Krat gibt es Türen und Leitern die durch Vorrichtung verschlossen sind du kannst diese Türen aufschließen oder die Leiter hinunter gehen boah mind blown um Abkürzungen zu schaffen das weiß ich natürlich das sind die klassischen Abkürzungen grüße an alle im Chat ähm die jetzt gerade allen anderen einen schönen Abend wünschen noch ist der Abend schön ich habe das Gefühl Life of Pi wird wieder einer dieser Momente wo man mehr als einmal tief durchatmen muss so nach allen Regeln der Logik müsste ja jetzt hier eigentlich nochmal was zum Speichern sein oder so weil man ja gerade erst eine Sache geöffnet hat aber Speichern kam glaube ich noch gar nicht da stattdessen guckt euch das an die Polizei mal wieder ist das eigentlich laut genug ne ich mach mal ein bisschen lauter hey ich mach grad lauter ah okay okay ouch na was kommt da noch ne okay dann mach ich mal hier ein bisschen heili ouch oh okay äh für Stürmangriff RT halten überwältigbar während du angreifst erscheint ein weißer Umriss um den LP das wirkt wie eine der Sachen die ich normalerweise erst nach 90 Minuten checke während du angreifst erscheint ein weißer Umriss um den LP Balken des Feindes wenn dies geschieht kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelkünsten was überwältigt verursachen wenn dies geschieht wenn dies geschieht kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelkünsten überwältigt verursachen das ist ein äh Effekt ne stacken oder was okay wenn dies geschieht kannst du beim Feind wenn dies geschieht aber womit mit Sturmangriff oder mit Fabelkünften Sturmangriff also das Ding nach vorne okay Sturmangriff RT ok ok ha au das war voll doof Sturmangriff ok tödlicher Angriff vor einem überwältigten Feind er b auf überwältigte Feinde können tödliche Angriffe ausgeführt werden ein erfolgreicher tödlicher Angriff kann schweren Schaden anrichten ok der macht ja der Simon hat Tutorials gelesen yay schuldig das geile ist ab jetzt wird alles anders ich auch ok komm geht weiter ähm so ne das nicht das ist der 3D Drucker das auch nicht das ist der Chat das ist der richtige Button zu viele Buttons Benjamin Button nennen sie mich ich versuche mal parieren statt auszuweichen ähm das wird mir noch nicht beigebracht aber du hast wahrscheinlich recht ne da steht ja auch parieren wahrscheinlich ne das wird mir noch gar nicht beigebracht blocken also das ja das werde ich gleich probieren das kommt aber doch noch alle zu hektisch hier ähm ok jetzt muss ich wirklich kurz mal überlegen da wahrscheinlich oben lang ne der war hier unten was hat er bewacht was hat er eigentlich bewacht die Blutflecken die Tür ist offen das war aber der Eingang ich muss nochmal schauen das sieht so aus als könnte ich hier noch irgendwas ne ne irgendwas benutzen ich muss mal gerade schauen weil ich hab jetzt ich war so mit meinem Jubel beschäftigt dass ich vergessen hab ob ich eventuell was bekommen hab was jetzt mir was erweitert oder so äh Charaktertod das ist nichts was ich jetzt brauche das nicht Säbelzahnrad das Ergo ok ne eigentlich nichts was ich jetzt von ihm bekommen hab was ist hier vielleicht leichter Rahmen der Werkstatt äh Teile die absorbieren zum Ausrüstungsmenü verschieben aber es ist nur nur ein Rahmen oder der hat doch nicht wirklich was da sowas meine ich äh Schlüssel derzeit besitzt der Puppe des Hauptbahnhofs von Grat war ok öffnet den Vordereingang des Bahnhofs die Bahnhofsgruppe Puppe erfüllte die aufwärgte Mission ihre letzte Mission endet in blutiger Gewalt ok äh was ist das wenn jemand diese Notiz findet verlassen sie den Bahnhof und laufen sie weg das mag ich sowas sollte man generell einfach mal verteilen also ich würde das persönlich auf dem Bahnhof auch verteilen und ich würde es ernst meinen wenn sie das lesen können verlassen sie den Bahnhof immer gilt auch immer der der Zettel ok wir haben dann wahrscheinlich hier jetzt da vielleicht aber wahrscheinlich hier drüben irgendwas zum Aufschließen ne ok dann hier ja du sagst es endlich mal wieder ein Soulslike ich sehe es ganz ähnlich ich habe gerade den Punkt erreicht wo ich wieder Spaß am Leben hatte wo ich mich rasieren konnte ohne lange lange auf die Klinge zu starren wo ich auch mal eine Lampe kaufen konnte ohne auf die Länge des Kabels zu achten und so weiter so erleben sie die größte Show der Welt mon unterstrich official ja hier jetzt vielleicht ich weiß es nicht mehr genau und jetzt ist hier vielleicht an der Seite was ne es ist einfach hier kam ich her hier geht nichts mehr wie lustig da auch immer noch das zu tolle Menü ist als würden die mir sagen wollen ey mach doch einfach nochmal Sachen ich drücke ja ich drücke ja schon ausweichen blocken Menü habe ich alles mal gemacht so interessiert ihn nicht da oben ist die Tür nehme ich an sage ich doch der hatte für mich den Schlüssel ich bin Offen gesagt habe ich gehofft und gedacht, dass hier jetzt ein bisschen eine Cutscene kommt, aber es hält sich damit echt zurück. Kratt. Central Station. Gute Bahn sieht schön aus, das Gebäude, aber da kenne ich auch andere. Da würde mich viel mehr erzählen, wie viel, hier kurz die Maus weg, wie viel Prozente die Pünktlichkeitsquote haben. Auf jeden Fall ist hier quasi die Konkurrenz wurde direkt ausgeschaltet, die Pferde, die Postkutsche. Vielleicht haben die beiden sich bekämpft, Postkutschen und Bahn, bis aufs Blut. Ich höre ja schon auf. Ja, ist ja gut, Hund. Ich nehme das Spiel jetzt ernst. Oh shit, jetzt kommen da wirklich alle. Und ich hätte wissen müssen, das ist das allerbeste. Ich hätte es natürlich wissen müssen, ich habe das ja alle schon gespielt. Wie oft bin ich hier schon gestorben? Kacke. Okay, ja, jetzt ist die falsche Zeit, wirklich. Das ist wie so ein Super-Nerd, der mit einem auf der Couch sitzt und dann immer so... Actually... Und dir noch was erklären will. Jetzt wirklich nicht... Lassen Sie mich... Okay, ähm... Ich mache erst mal auf Save. Kann mir jetzt hier nicht groß filigrane Geschichten erwarten, wenn ich keine Energie mehr habe. Ich drücke mal R2. Ja. Okay, komm, blocken. Ich habe aber auch ein Riesenschwert. Da muss man sagen, da erwartet man ja eigentlich auch eher, dass ich... Dass ich eher, äh, sag ich mal, aggressiv offensiv vorgehe. Statt mich um sowas wie Verteidigung zu kümmern. Klar, das ist natürlich klar, wenn aus Versehen das Schwert mal getroffen wird, während ich den zerhacke. Dann kann man das auch als Blocken oder so, äh, werten. Ich brauche ja auch manchmal zwei, drei Hiebe, bis ich da durch bin bei einem. Da blockt er ja im Grunde auch mit seinem Körper. Au. Wuhu. Kann ich jetzt endlich noch... Ja, danke. Voice Activated Heilsystem. Danke, danke, danke. Äh, Pulstelle entladen. Greif einfach nur mit einer Waffe an, um deine Pulstelle aufzuladen. Ja, okay, habe ich ja gemacht. Ja, ich muss jetzt hier einmal resetten. Ja, ich muss jetzt hier einmal resetten. Ja. 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 Okay, interessant. Kurz mal eine Info aus dem Chat, das mit dem Krieg zwischen Bahn und Postkutschen gab es tatsächlich, damals im guten alten Wilden Westen, der USA, das waren noch Zeiten. So, das musste jetzt einfach den nervenden Nerd im Hintergrund geben, ja, in zweiter Reihe auf dem Sofa, auf der knautschigen Lehne sitzen, so platt gesitzen, platt gesitzen und alle bieten dir an, ey, sitz doch hier auf dem Sofa und du so, nee, nee, ich finde es hier geil, weil du so ein bisschen erhöht bist und gucken kannst. So, Stufenaufstieg machen wir gleich, immer erstmal Vitalität und zwar volle Brezel. Könnt ihr eine andere Meinung haben? Das ist meine Meinung. Jawohl, das nimmt mir nämlich keiner mehr. So, habe ich vielleicht irgendwas schon bekommen? Irgendwelche hier Dinger? Nee, das nicht. Gibt das auch nicht. Gar nichts anderes. Ich meine, da, genau, da sind doch Sachen. Das Ergo, genau, das will ich haben. Ja. Ähm, eigentlich will ich es ja... Ist eigentlich dumm, ich will es eigentlich gar nicht ausrüsten. Nee, ist aber jetzt auch egal, jetzt ist es so. Dann rüste ich mal die beiden aus. Das war das Dreier und das Einer? Ja. Und dann kann ich die nehmen. Das Gute daran wäre, nämlich, ich würde immer direkt erkennen, ah, stimmt, ich muss meine Ergos nehmen. So, aber ich will die gleich alle nehmen und einmal noch gleich ein Level abgönnen. Und das nächste kostet was? Wie viel? Wo steht denn das nochmal? Ähm, benötigt es 8, also nur noch 60? Nee, wir haben nur 60, okay. Gut. Äh, kannst du das Game empfehlen? Wir nehmen dich ja mal überlegen. Ja, ich kann es auch bedenkenlos empfehlen. Es ist sauer... Also, nee, sauhart will ich nicht sagen, weil ich habe ja nur diese Demo gespielt. Es gibt Stellen, die sind sauhart. Da muss man dann echt durchgrinden oder durchkämpfen. Aber ich hatte eigentlich immer Spaß. Hier könnte man jetzt einschneiden, wie es damals wirklich aussah in der Demo. Ich habe ja zwei ganze Videos gemacht. Ich weiß, dass ich mich auch aufgeregt habe, aber insgesamt ist es schon cool. Äh, und macht wirklich Bock. Und ist total... Ja, es ist jetzt auch nichts allzu Neues, aber das, was es neu macht, macht es gut. Und das, was es kopiert, macht es auch gut. Ähm, also ich finde es, ähm, sehr empfehlenswert. Aber, habe natürlich jetzt auch noch nicht durchgespielt. So, was ist nochmal hier? Der Strahl... äh, Stahlarm. Okay. Und das hier hatten wir doch schon gelesen, oder nicht? Ja. Vielleicht auch nicht. So, wir suchen den... Oh, da kommen... Stimmt, die sind ja salubisette. Ne, ist ja klar. Jetzt sieht man mal den Unterschied. Ja, ne, ich habe ja nur Vitalität erhöht. Ähm, wenn ich jetzt quasi geschlagen werde, seht ihr den Unterschied zu eben? Da sind welche. Aber ich werde ja nicht mehr getroffen ab jetzt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich bin der No-Hit... Jetzt ist hier der No-Hit-Event. Ab jetzt ein Hit-Event. Ab jetzt nur noch... Ganz egal, wie lange ich spielen. Ich bleibe ein einziges Mal ungeschlagen. Bis auf das eine Mal eben. Bis auf die zwei Male bin ich ungeschlagen. Dreimal. Das ist alles, was es braucht. Und dann wird das Spiel von mir durchgespielt. Dreimal. Und das ist alles, was es braucht. Das ist wie ein Märchen von Brüder Grimm. Das Märchen nennt... Nennen... Würde ich nennen... Monofficial. Bitte abonnieren. Ah, da hätte ich jetzt gerne nochmal... Den Hieb von hinten gesehen. Gesät. Au! Aber jetzt seht ihr immerhin tatsächlich mal, wie viel Energie verbraucht wird im Vergleich zu vorher. Oh Mann, ich kann mich noch so gut daran erinnern an genau diesen Typen. Der tut mir fast leid. Das ist wie Westworld. Wie oft der von immer wieder demselben, der es auch nicht mehr erleben kann. Wie leidenschaftslos ich den quasi erwürge mittlerweile. Während er irgendwie die ganze Scheiße zum hundertsten Mal mit mir durchmacht. Ich kann es auch nicht erinnern. Die Taktik oder die Strategie der Entwickler ist, mir immer wieder nach dem Safen dieselben Leute vorzulegen. Aber irgendwann tun sie einem schon leid, weil der soll ja einem wirklich nur beibringen, dass man es von hinten machen kann. So, was ist, dass man es von hinten machen kann? Nicht aus dem Kontext ziehen. Äh, ah, und... Das Ding da auch bitte raus. Also, da gehört er nicht rein. Ähm, soll jetzt aber mal ernsthaft... Warum geht denn das nochmal nicht auf? Vielleicht geht das später auf. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man die Ketten aufkriegt. Ab welchem Game ist das ab 16? Also mit mir als monologisierender Streamer würde ich sagen ab 18. Da ist er ja wieder, der Überraschungsrund. Ach, wie dumm. Aber trotzdem, habt ihr das Timing gesehen gerade? Das war ganz cool. Wie ich um ihn rum, über ihn rum irgendwie durchgesprungen bin. Okay, nachdem wir hier ein bisschen gegrindet haben. Hier sehen wir auch unten, unter mir, sehen wir auch ein bisschen die Moves, ne? Kann man ja auch mal probieren. Hätte ich natürlich auch mal mit Gegnern machen können, aber jetzt wissen wir es halt. Und dann haben wir noch L, B und Y. Das haben wir uns einmal gesehen. Äh... Habe ich hier nicht eine Karte? Gibt es hier nicht eine Karte? Nee, ne? Nee. Da oben ist das. Hier unten werde ich nass. Oh, shit. Was war das denn? Da werde ich jetzt mal noch angeballert, ne? Dann warte ich mal oben. Ich finde, gerade diese Gassen haben natürlich schon einiges von Bloodborne. Aber dadurch, dass es ja bei Bloodborne um diesen Cthulhu-Mythos ein bisschen geht, könnte man jetzt sagen. Auf jeden Fall so anders Welt. Andere, äh... Ein anderer Blick auf die Welt sozusagen. Ist es hier... Ist es hier... Ich hab Angst. Da hat doch gerade noch einer geballert. Da oben, ne? Ist es hier halt eben diese Pinocchio-Geschichte, die man ja dann halt schon kennt. Äh... Ob man sie kennt oder auch nicht, ne? Man weiß wahrscheinlich grob hier Geppetto oder wie auch immer. Der alte Mann und der Junge. Aber es war okay. Es war legal, weil der Junge war nur eine Holzpuppe. Und dann hat die Holzpuppe aber gesagt, fick den Scheiß, Alter. Kein Bock auf den Opa. Ich werde jetzt ein richtiger Junge und dann klage ich meine Rechte ein. Dann wird aber Hashtag Real Boy. Dann wird mal gecancelt. Und dann ist er auf diese Quest gegangen und hat sich mit einem Wal eingelassen. Und irgendwie... Das hat halt nicht so gut geklappt und deswegen wurde der von dem Oral verschluckt. Und... Dann ist er da irgendwie wieder rausgekommen. Und dann war aus dem Disney-Film diese Sache mit den Schweinen, wo sie alle lachen und werden zu Schweinen. Oder war das... War das ein Anime? Ich weiß es nicht mehr. Aber so ziemlich... So ziemlich das ist der Plot. Und am Ende kommen sie alle wieder zusammen und er verklagt ihn, glaube ich, auf 100.000 Barren Holz. Und er hat aber auch viel gelogen. Und dann... Weiß ich nicht, was passiert dann mit dem Lügen? Als Mensch immer noch. Ich hab die Drogenparty mit dem Piraten vergessen. Ja, ich hab ohne Scheiß... Ich hab so ganz vage Erinnerungen an verschiedene Varianten von Pinocchio. Und die schlimmsten sind die von Disney. Diese komischen, halluzinogenen Farben und das ist Verwirrte und das Schreien, wenn sie da... Äh... Wenn sie... Wenn sie Esel sind. Äh! Ich wünschte, ich hätte es für die nächste... Für den... Für den... Ich hör jetzt gleich auf... Ich halt mal in die Fresse. Ich laber zu viel. Aber... Für die nächste Geschichte, wo ich das hier spiele, müssen wir diese Minimatzen haben. Ich brauch die auf den Buttons. So wie ich jetzt hier zu meinem Schwert zum Beispiel sagen kann... Ein echtes Rambo-Messer. Und das... Alter! Und das müssen wir haben. Schickt sie mal in meinem Discord. Die Links. Dann hol ich mir da die Videos. Hinterhältiger Bahnhofsvorsteher! Oh nein! Nein! Unblockbar! Ah! Was war das nochmal? RB, ne? RB und... Ähm... Nein! Was war es nochmal? RB und Y. Nee? LB und Y. Nee, das war irgendein Superblock. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Jetzt, äh... Jetzt ist es schon wieder vorbei. Scheiße, was war es nochmal? War es das? Nee, RB ist einfach schlagen. Sturmangriff, ne? RT? LT? Ihr sagt alleine auch gerade drei Sachen. Der eine sagt RT, der andere sagt LT und dann jemand RB. Also alle drei möglichen... Alle! Habt ihr nicht sogar einen zu viel? Schwere Angriffe machen, wenn er blinkt. Das ist dann R2. Bleiben wir bei... Ähm... Bleiben wir beim PlayStation Pad. Diesen Angriff, ne? Das wäre der gewesen. Drück einfach alles. Ja, dann brauche ich keinen Tipp. Das ist meine normale Strategie. Jetzt kommt ein Unblockbarer. Alter, wie schlecht. Okay, jetzt aber. Ich werde blocken als nächstes lernen. Keine Sorge. Aber man muss auch ausweichen können. Autsch. Jetzt aber, oder? Nee, ich kann ihn doch nicht mehr. Ja, finde ich schon. Na gut. Puh, das war spannend. Ja, der starke Angriff. Vielen Dank für die Hilfe. Ich mache mich natürlich auch nur über euch lustig, weil ich selbst auch nicht weiß. Äh... Ich mache nur Spaß, ne? Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam, die Kämpfe, finde ich, als Spieler. Zuschauer weiß ich nicht. Was bedeutet nochmal das Rote unter meinem, ähm, unter meinem, unter meiner Facecam? Dass ich, dass die Waffe bald kaputt geht, oder so? Vielleicht muss ich... Ah! Genau, da war ja was. Waffe schärfen. Danke. Das habe ich vergessen, dass man seine Waffe in längeren Kämpfen dann auch regelmäßig schärfen muss. So. Komm, wir machen mal eine Runde Atmo. Ich labere zu viel. Ich lasse mal gerade die Leute, die wirklich einschalten, wegen ein bisschen Atmo, mal alleine mit dem Spiel. Äh, das habe ich ja schon immer gemacht. Äh, bis später. Ich kann ja auch was reden, wenn ich will. Yes. Destinationate Hotel Guides. Optimal location for observing the destination. Destinationate Hotel Guides. Yes. Explosion. Guten Tag. Das war's. Das ist super nervig, oder? Hier hatten sie die Möglichkeit, mich einfach nur den Scheiß hier durchschneiden zu lassen. Nein! Das ist so ein Seil! Übrigens im Game Pass. So, ich kann auch wieder mal das Bild dazu machen. Im Game Pass. Ich glaube aber erst in drei Tagen, wenn ich mich nicht täusche. Aber man kann es, zumindest ging es bei mir auch schon vorladen. Ah! Shit! Alter! Aber ich habe gerade oben bewundert, wie geil dieses Zirkuszeichen da aussieht. Da hatten sie kurz die Überraschung. Den Überraschungsmoment auf ihrer Seite, aber das war es auch schon. Dann lagen sie zur Seite. Geronimo! Oh, ich wollte springen, aber das ging gar nicht. Ähm, habe da doch ein bisschen zu sehr noch andere Steuerungen im Kopf. Kopflos stürzte er sich in ein Abenteuer, das zu groß für ihn war. So, wir gehen einfach immer weiter. Ich habe natürlich schon tausend Ecken übersehen. Ähm, das werden wir sicher später alles noch nachholen und so. Wir landen hier noch häufiger. Da oben zum Beispiel würde ich gerne hin. Hier vielleicht? Ne, ne? Da war ich doch schon. Wie komme ich da oben hin? Okay, einfach. Ja, haut es euch auf die Platte, Leute. 36 GB, kein Problem. Habt ihr heute Abend schon da. Los, komm. Ihr wollt doch auch dabei sein. Ihr wollt mitreden können am, ähm, Wasserspender. Und, äh, im, äh, wo ihr halt arbeitet, im, äh, Knast. Äh, Wenn ihr bei draußen im Hof Freigang habt, dann wollt ihr doch auch, äh, wenn ihr euch gegenseitig die Kippen, äh, abkauft für Poposex oder was ihr da so macht, da wollt ihr doch dann auch drüber reden können, wie ist denn das neue, sich von Poposex und Kippen gekaufte, äh, äh, Lies of Pi. Da könnt ihr natürlich, weil ihr alle im Knast seid, gut mit Connecten, weil ihr habt ein hartes Leben gehabt. Der, ihr müsst alle irgendwann mal ein bisschen lügen. Musstet schon oft lügen, mussten wir in eurem Leben. Entschuldigung. Mir ist langweilig, äh, weil ich den Weg nicht finde. Außerdem hab ich heute schon, ich hab heute ohne Schatz schon 3 Stunden Podcast hinter mir. Bin schon ganz, äh, angehypt. So. Das, äh, ist das eigentlich was? Die Fortsetzung von Life of Pi. Vom Film meinst du? Nein. Es gibt kein Drache, äh, kein Dings. Kein Tiger. Okay. Konzentration. Jetzt bin ich ja wieder hier, Alter. Würdest du Knastwein trinken? Du meinst Toilettenwein. Ne, ich glaub, ich würde Anti... Ich wär dann Anti-Drogen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, aber, äh, ist egal, ob du rauchst. Du musst ja trotzdem die Währung anerkennen. Anti-Drogen im Knast ist natürlich Anti-Ärger. Aber natürlich auch, hast du dann auch viel Langeweile. Aber du kannst ja ein gutes Buch lesen. Ja, sicher gibt's demnächst auch alkoholfreien Klowein. Alkoholfreien, äh, wie heißt das? Äh, veganen Klowein. Ey, okay, jetzt, jetzt ist blöd. Ihr lenkt, ihr lenkt mich ab, Leute, mit euren, äh, Sprüchen. Ich muss jetzt hier mal den Weg finden. Aber ich kann mich erinnern, dass das, glaub ich, in der Demo auch schon Fall war, dass man so ein bisschen manchmal hinhergelaufen ist. Ich bin aber natürlich auch jemand, der sehr leicht die Orientierung verliert. Es ist aber auch nicht, es wird einem nicht leicht gemacht, mit all diesen versperrten Straßen. Ohne Drogen im Knast gibt es recht Ärger. Ja, aber, also, das kann mich ja, kann mich ja keiner zwingen. Dann bin ich halt Neutralo. Ich finde, äh, den nennen sie alle, äh, den nennen sie alle die Schweiz. Okay, geil, endlich mal wieder ein bisschen, genau, endlich mal wieder ein bisschen hier, äh, Progress. Ich glaube, ich habe schon genug für mindestens ein Upgrade, eher zwei. Ihr könnt jetzt mal voten, was ihr machen wollt. Ich glaube übrigens, um diese Diskussion abzuschließen, ähm, ich glaube, dass man Wein wahrscheinlich am leichtesten machen kann, oder? Weil man doch einfach nur irgendeinen Saft stehen, unter guten Bedingungen stehen lassen muss. Und dann hat man doch schon sein Wein. Äh, naja, was man nicht alles macht, wenn einem langweilig ist. Äh, okay, ihr könnt jetzt mal entscheiden, äh, was ich hier jetzt gleich upgraden soll, weil ich weiß offensichtlich gar nicht mehr, nach welchem Einstellungssystem Lies of Pi funktioniert, weil die, ähm, sind ja immer ein bisschen unterschiedlich. Von jedem Spiel zum anderen weiß man oft nie, okay, Vitalität ist klar, aber dann, was levelt mit was auf? Äh, was ist für welchen Spielstil? Ähm, welche Werte stehen dann wirklich für letztendlich welche Werte? Weil das ist auch schon manchmal anders. Technik ist immer so ein Ding, da kann ich jetzt erstmal nicht so richtig viel mit anfangen. Ähm, wo wird das erklärt? Wird nicht erklärt. Fortschritt? Ja, gut, man sieht halt, was es erhöht, ne? Ähm, also ich würde zum Beispiel, damit ihr wisst, was ich will, ich will große Waffen schnell und hart schlagen können. Ich brauche sonst nicht so viel drumherum. Ich will aber schon kreativ spielen können. Okay, so, kurz mal in den Chat geguckt. Würde Kraft pimpen, mehr Schaden, Entschlossenheit? Ähm, Macht, Vitalität und Stärke oder Dex am Anfang? Stärke, Entschlossenheit? Jetzt, das, das ist genau das Problem. Wenn man hat so mehrere Möglichkeiten, man kann eigentlich alles machen. Dadurch findet man im Netz dann auch oder im Chat alles. Tja, ich lasse noch mal ein bisschen laufen. Es geht immer noch um, äh, von Professor Bumsus, äh, um den Toilettenbein im Knast. Und er sagt, er kennt sich erstaunlich gut mit dem ganzen Thema aus. Äh, da wird Brot als Fermentationsmittel, Fermentationsmittel genutzt. Interessant. Ähm, so. Also, ihr sagt, ihr, teilweise habt ihr auch keinen Plan. Klar, ist auch okay, wenn ihr da nichts sagt. Ist völlig in Ordnung. Bei den Waffen kannst du es sehen. Entschlossenheit, schwere Waffen, Technik, schnelle Waffen, Fortschritt, Magie. Sehr gut. Das ist der Tipp, den ich brauchte von Trickster. Äh, wir entscheiden uns also für Entschlossenheit. Äh, und das, zu viele Buttons. Ey! Das wird es jetzt sein. Entschlossenheit. Ja, okay. Ich war offensichtlich nicht entschlossen genug, aber eine reicht. Ähm, verbleiben das 800, also noch vielleicht 100. Das sollte doch, ähm, durchaus zu machen sein. Sogar damit. Ja, das waren sie erst mal. Okay, super. Wir brauchen 900, merken wir uns. Okay, vielleicht haben wir jetzt schon genug. Äh, 300. Ja, nicht ganz. Was mich ein bisschen wundert ist, sind wir hier wirklich von dieser Seite aus schon mal gekommen? Nein, ne? Wir sind Ah, okay. Ich kenne es nämlich auch, wenn das offen ist. Ich dachte gerade, ich hätte von der anderen Seite kommen müssen. Aber nein. Viel Spaß, Leute. Jetzt kommt endlich mal wieder hier ein bisschen, äh, ein bisschen Kampf, ne? Was ist denn das? Oh, ich mache mir noch, ich mache ansehen, also wenn ich diese Seite ich mache mir noch, Was ist das? Schnell kurz mal einen Moment finden, um diesen Wappen zu drücken! Parade-Meister! Ich kann mich erinnern, ja, mit dem auch schon im Kämpftraum, ja. Man darf auf jeden Fall, wie immer, keinen Respekt haben. Das ist echt wichtig. Und ab und zu auch mal ein bisschen blocken. Hilft natürlich immer. LD plus Y, muss ich gleich nochmal gucken. Alter, was hier geht, ne? Ah, das war so ein Masterblock, nehme ich an. Der Blockwart gegen den Parade-Meister. Alter! Hörst du auf? Scheiße. Ja, in dieser anderen Stufe ist er ein bisschen... Nicht schwieriger, aber anders. So, okay. Jetzt! Ne, das war doch nur R2! Das war ein harter Angriff! Der Chat hat gesagt, das stimmt! Ja, das geht einfach nicht. Oh nein, das war dumm! Ich hab den falschen Block gemacht! Okay, das hat mich jetzt voll aus dem Prozent gemacht, aber wir werden es trotzdem schaffen. Komm her! Alter! Ah, nee, bitte nicht! Ah, shit! Wie füllt sich das, ähm, nochmal auf? Wahrscheinlich durch Kämpfe, ne? Oder mehr durch Paraden. Warum nicht durch Rollen und Ausweichen und Leben? Ja, das wird eng. Das wird sogar fast nicht möglich, ne? Ja, ja. Habe ich mich nicht anders erwartet? Ein schwerer Schlag gedrückt halt. Ja, das... Mich haben... Also, ich hätte den wirklich sogar schlagen können jetzt. Also, offensichtlich habe ich ihn nicht schlagen können, aber... Ich habe ja wirklich ein, zwei Mal ein bisschen gestruggelt, weil mich ein, zwei Sachen aus dem Rezept gebracht haben. Aber, ähm, ich glaube, dass man das... ...schaffen kann. Ja. Wahrscheinlich sogar schon beim ersten Mal. Das waren ja ein paar ganz gute Sachen eigentlich. Okay, den schweren Schlag halten. Das merken wir jetzt mal uns. Und jetzt halte ich... ...mal die Fresse. Da ist er wieder. Ah, der Zweite. Das hat irgendwie... ...irgendwie nicht funktioniert, oder? Aber ich habe es... ...bisschen versucht, ja. War schon der richtige Move, aber... Ah! Nauchi! Das hätte ich wirklich besser machen können. Das war klar. Ah ne, jetzt ist ja R1, ne? In den Stumpen rein. Ja! Parade, Schmarade, mein Freund! Panade mache ich aus dir! Da! Da! Noch ein Problem. Okay. Äh, wo ist mein... ...speichern? Da! Habt ihr es mitgericht, Jungs? Was? Na ja... Ich will ja nicht sagen. Das war schon ich! Da war ich die ganze Zeit. All die Geräusche waren gut von mir. Lager benutzen, aber ich würde gerne upgraden. Okay. Ich überlege gerade, ob mich dieses Ding, wenn ich digital rechts drücke, ob das mich zurück zum nächsten Speicherplatz bringt, oder ob es mich einfach nur umbringt und ich dann weiter da hinten übrig wieder auferstehe meine ich. Ich weiß. Ich will auf jeden Fall mein Ergo nicht nur einsetzen, sondern auch neu nutzen und dann habe ich richtig viel. Also das war mal ein guter Auftakt. Finde ich, zumindest. Eine weitere Sache, die ich zu sagen sollte. Der Hotel-Sicherheit exkludert Puppets wie du. Also du musst lieben, um in die Seite zu kommen. Du bist ein spezieller Puppet nach allem. Ja, es ist ein ganz tolles Arties-Sign. Also wirklich, man muss das wirklich auch mal loben. Es ist natürlich überall benutzt. Man will mittlerweile bestimmte ähnliche Sachen, dadurch wirkt es ein bisschen inflationär. Aber wenn man sich wirklich dafür interessiert, finde ich, auch jetzt hier, wie dieses Blitzen so, wie das so durchstrahlt. Das ist schon so Renaissance-mäßig. Nee, das nicht. Aber es sieht einfach geil aus wie so ein Tim Burton Film oder so. Eine gute Einstellung. Und das kriegt auch nicht jeder hin. Und manche kopieren so Elemente hiervon und andere machen wieder was anderes. Und ich will auch keinen jetzt schlechter reden oder so. Aber sowas hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, man merkt die Arbeit, die in diese Einstellung geflossen ist. Und deswegen muss man die auch einfach mal wahrnehmen. Und nicht immer nur so direkt so. Wo ist der nächste? Wo ist die nächste? Die nächste Seele. Da ist ein Feind. Okay, okay. Hauen, hauen, hauen. Sondern nein, man muss auch mal gechillt auch mal die Augen gehackt legen. Und sich Hotel-Krat in seiner ganzen Seilbahnigkeit angucken. Bis es blitzt. So. Und man sieht, wie nass sein Hemd ist. Ob man die Nippel sieht. Ob das Twitch erlaubt. Ha! Das ist unglaubwürdig, ne? Dass man den Nippel nicht sieht, Alter. Bei der Kälte. Na gut, er ist eine Puppe. Sehr gute Frage. Hat Pinocchio Nippel? Damit entlasse ich euch in die Nacht. Nein, wir gehen jetzt hier lang. Das Art Design ist fantastisch. Ich finde, das motiviert einfach sehr. Wie die Welt und die Gegner, die Science sind. Da will man einfach alles entdecken. Genau das. Wenn sich die Entwickler merklich Aufwand ins Spiel stecken, dann will man als Spieler das auch würdigen durch, ja, das Erkunden. Durch das Erobern dieser Welt. Mondstein war nicht von dieser Welt, aber er war die beste Material für die Verbesserung. In ihrer Eile triebe die Techniker die Verwendung. Ja, dann lass es doch. Komm, ich lese schon. Schnell. Nicht Streamer geeignet. Aber hier war auf jeden Fall ein Kampf. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Und nein, es ist noch nicht draußen, aber es ist in drei Tagen draußen. Und ich empfehle euch den Game Pass. Leichter kommt ihr wahrscheinlich nicht dran. Ist keine Werbeveranstaltung hier oder so, sondern es ist wirklich einfach mein Lieblingsding im Moment. Also das und Epic, die machen schon viel, dass ihr vergesst, dass Steam schon so lange da ist. Oh, oh, ich muss doch lügen, ne? Beinahe vergessen. Wolwig, ja, du hast mich voll abgelenkt. Was soll das denn jetzt, Wolwig? Wir haben doch abgesprochen, nicht während diesen Türrätchen. Mann, ey. Ich glaube übrigens, ich erzähle ja immer, oder ihr seht es ja auch immer, dass meine Nase ohne Scheiß jetzt seit Wochen juckt. Und ich sage das immer wieder auch. Und jetzt hat mich meine Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass das vielleicht eine Nebenwirkung ist von meinem Antidepressivorab. Und da muss ich mal drauf achten. Aber wie findet man sowas raus? Hotel Krat! Entschuldigung. Spiel! Zeig mir den Titel! Der 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 Titel! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin sofia. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin so froh, dich zu sehen. Du musst Fragen haben. Geppetto wird Antworten. Aber wir müssen ihn erst einmal finden. Er wurde letzte Mal gesehen auf Elysian Boulevard. All of Crot ist gefährlich für Menschen. Und diese Stadt ist einer der Schmerzen. Bitte find Geppetto auf Elysian Boulevard. Ich werde noch mehr erklären, wenn du ihn findest. Okay. Jetzt übernimmt sie diesen Part des Stufenaufstiegs. Und ich kann mich weiterhin auf Entschlossenheit konzentrieren. Jetzt kommt... Denkt sie gerade... Oh, da hast du aber gut reingelegt. Da hast du zwei Upgrades auf einmal. Und jetzt bin ich gleich nochmal und leg gleich nochmal nach. Aber sie will erst nochmal reden. Das denken alle Frauen. Die Antwort ist nein. Sehr androgyn auch, die Puppe, ne? Äh, Moonphasen. Taschenwur, eine Taschenwur mit mystischer Kraft, die ich gemacht habe. Drehe die Zeit... Drehe die Zeit zurück. Okay, ich würde gerne nochmal das Level... Wegen dem Level Up. Du hast mich da einfach unterbrochen, als ich am Level Uppen war. Äh, ach ne, genau. Das geht ja so erstmal nicht. Äh, ich hab 400. Ich brauch 1000. Ich hab aber einiges in der Tasche. Direkt vor ihren Augen, ne? Damit sie es sieht. Ah. Und weiter wird aufgestiegen. Ah, das tat richtig gut. Das lag natürlich an der einen Superseele. Ähm, jetzt fehlen nur noch... Komm, die kannst du mir aber ernsthaft... Das verstehe ich nicht. Jetzt mal wirklich kurze Frage. Jetzt... Wirklich, komm mal her. Du kannst doch einfach... Mir jetzt mal diese 20 Mondsteine oder was das ist schenken. Wir beide wissen, dass ich hier Milliarden... ... noch investieren werde in dich. In dein Business. Hier. Jetzt mal hier diese... Diese Dinger da. Die sind nicht umso ohne Grund Gold. Und die haben auch mal irgendwann... Irgendwo hast du... War das am Anfang hier eine Scheune. Und dann hast du gesagt... Okay, jetzt kommt hier aber die Kohle rein. Und dann... Und dann hast du hier diese riesen Halle. Nicht mal in Resident Evil ist die Halle so groß. Und das ist Umbrella. Und dann hast du diesen riesen... Riesen-Lakaienhaufen hier. Hast du da deinen eigenen Roboter? Und dann willst du mir nicht 20 läppische Mondsteine... Die hustest du doch. Die rollen dir nachts aus der Tasche. Willst du mich fucking... Verarschen. Ja, wir sehen uns gleich nochmal. So, gib mir mal... Erzähl mal was über die Lampe. Ergo ist das Miracle, der macht Krott prosper. Okay, das ist sehr lustig. Sie ist nicht reich, weil sie Geschenke verteilt. Da hast du natürlich recht. Bamborgini. Gibt nichts umsonst, nur den Tod. Sagt Blue Void. Man hat recht. Wobei, es ist nicht um... Quatsch. Nicht nur, dass jeder Gegner irgendwie was in der Tasche hat. Auch, dass... In vielen Kisten oder so wahrscheinlich auch irgendwas rumliegt. Aber es ist eine gute Frage von John Elton, ob Miyazaki das wohl auch spielt. Das frage ich mich bei vielen von diesen Spielen und ihren Schöpfern. Frage ich mich das ständig. Weil ich würde auch... Oder beziehungsweise... Es gibt ja Sachen... Ach ja, stimmt. Es gibt ja Sachen, die wir... Okay, sorry. Well, you should take this. Geppetto left it with me. Meister Geppetto. Wohl eher Meister Geppetto. Oh... Das ist nicht... Das ist vielleicht doch lustig. Ja, das ist recht. Habe ich ja vorhin auch schon. Muss man durch. Muss man durch heutzutage. Es ist 20.23. Es geht auch nicht an Geppetto vorbei. Hashtag Geppetto. Eigentlich doof, dass beim Hashtag keine Fragen zeichnet. Es würde perfekt zu jedem... Passen zu jedem Hashtag. Das ist immer direkt so die Raised Eyebrow. Die Legionswaffe, ich erinnere mich, ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Venigni-Handwerksmaschine vorgenommen werden. Als ob irgendeiner ernsthaft beim ersten Mal weiß, wie das Ding heißt. Wenn er es beim zweiten Mal hört. Venigni... Oh, das ist ja süß. Guck mal. Oh, das habe ich bestimmt letztes Mal auch schon bewundert. Aber es ist auch schön. Die machen sich alle Sorgen, weil die Katze ist krank. Das ist es, oder? Oder sie... Es ist der böse Chef und sie planen ihn gerade zu ermorden. Und jeder hat so ein kleines Messer im Rücken. Wir wissen es nicht. Könnte auch einfach wirklich Cäsar sein. Seine letzten Momente. Aber ich glaube, die machen sich Sorgen. Oh, der Pudel! Entschuldigung, Leute, ich muss gerade abnerden. Das ist ein wunderschöner Pudel. Gibt es für OBS irgendwie so einen Zoom? Dass sie jetzt quasi einfach mal so oioioioin und dann könnte ich jetzt so ranzoomen? Gibt es nicht, ne? Alles heute nicht mehr streamerfreundlich. Die machen alle zu viel Geld. Oh, sorry. Sorry, das haben wir schon mal gehört. Oder ich war mir gerade nicht sicher. Man will direkt wissen, was ist hier verpackt, ne? Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Hier draußen wird gekämpft. Ja, aber das haben wir doch jetzt irgendwie auch schon, ne? Das ist klar. Oh, gibt es vielleicht was, wenn ich den kaputt mache? Das müssen wir nochmal kurz lernen. Okay. Und dann kann man sogar... Das finde ich sehr schön, dass man... Ah, diesmal ging es nicht, bei dem anderen ging es. Dass man selbst nach dem R2-Move, während eigentlich der R1-Move angezeigt wird, dass man dann trotzdem noch den R1 hinterher machen kann. Also man kann ihn doch noch finishen mit diesem geilen Move, selbst wenn man im Eifer des Gefechts das zu spät gesehen hat. Das finde ich irgendwie schön. So, jetzt machen wir ihn kurz nochmal weiß da. Okay. Und jetzt einmal den. Die arme, arme, arme Puppe. Was ist mein Job? Du kriegst 24-7 auf die Schnauze von den krassesten Kämpfern. Oh no. Und raus gehen. Da ist das. So, wir müssen Geppetto erstmal holen. Retten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier ist aber auch kein weiterer Ausgang, sondern es geht schon hier raus, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe das alles so ein bisschen wieder vergessen. Polendina beim Hotel erworben werden. Spielereien mit OBS sind sicher möglich, aber zu gefährlich, das komplette Setup zu zerschießen. Ja, das habe ich ja auch. Ich bin schon froh, wenn ich hier mit den Fenstern rumeiere, dass da nicht direkt was abstürzt. Früher war das noch ein bisschen anders. Und ich habe mittlerweile auch eine Cam, die nicht einfach ständig einfreezt. Falls ihr euch erinnert, das waren alles Probleme und das lag scheinbar an OBS, weil seit Updates ist das irgendwann nicht mehr passiert. Okay. Ähm, sagt mal bitte Bescheid, falls ich hier komplett falsch laufe. Ne, ruhig nicht. Hey, lass uns bemerkbar. Ah, das Black Rabbit-Brotherhood. Ich liebe diese Leute. Aber, nicht aufmerksam. Mein Name ist Gemini. Wir sprechen später, wenn wir sicher sind. Ah. Okay. Legionswaffe wechseln. Aber wir haben, glaube ich, nur die... Eine Legionswaffe, die Pukoschnur, die ein Draht schießen kann. Er kann um einen Freund geschlungen werden, um ihn zu dir zu ziehen oder dich zu ihm zu bewegen. Okay. Je nachdem wahrscheinlich, wie stark er ist, kommst du zu ihm oder umgekehrt. Äh, Gemini ist die Geschichte hier in unserem, ne? In unserem Inneren. Die innere Stimme. Äh, des Wesens. Äh, du kannst hier... Das wissen, ja. Okay. Ich mag das nicht, wenn so Ausrufezeichen oder Punkte irgendwo leuchten. Die müssen weg. Ausrufezeichen müssen weg. Scheiße. Dummes Timing. Ich werde auch gleich nochmal aufleveln. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier jetzt nicht nötig ist, Angst zu haben. Oh nein, ich hätte doch jetzt L.T. triffen können. Okay. Wir suchen uns den aus. Holen ihn her. Damit wir ihn zuerst killen können. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung, finde ich, zu unserem, äh, Waffenarsenal. Schon wieder Ruffy. Jetzt kann ich es nicht mehr anders sehen. Habt ihr nicht den Hut irgendwie anders machen können? Naja, es ist nicht rot, aber ich... Elysium Boulevard war eine regularer rote Leute-Rolle. Du wolltest fernste Boutique und Schaub. Kein Ort besser. Was? Wie lange zu gehen? Bevor der Puppet-Frenzy. Ich habe zu viel One Piece gesehen und eben gerade auch in zwei Stunden Podcast aufgenommen bei den Rocket Beans, mit den Rocket Beans. Deswegen bin ich... Oh, da habe ich noch nicht die... Ist kaputt irgendwie. Ja, okay. Und deswegen ändert mich im Moment alles an, äh, One Piece und ich kann euch nur empfehlen, es zu gucken. Outsch! Okay, das ist, äh... Was ist denn jetzt der Extra-Block? Wir könnten uns den echt mal merken. L, B und Y. Okay, ich mache mal L, B und Y. Mann! Was genau? Oder muss ich L, B und Y erst danach machen? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß natürlich... Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber ich wüsste gerade nicht was. Okay. Hattest du zuvor den Anime gesehen? Nein, ich habe, äh, seit Anbeginn, seit 98 oder so, habe ich die Mangas gelesen. Aber ich habe nicht, äh... Ich habe bei der Wolkenstadt irgendwann aufgehört, wenn euch das was sagt, irgendwann nach dem Afroskelett. Und, ähm, fand es aber super und habe aber, ähm, die nicht mehr gekauft. Ich erzähle das alles im Podcast. Deswegen will ich hier gar nicht so lange. Aber es ist natürlich... Die Animes habe ich nicht gesehen, weil ich immer Manga-Vertreter war. Und irgendwie die Animes hätten zu viel gespoilert. Aber ich hatte vor, die immer zu gucken. Und mittlerweile gibt es einfach so viele, dass ich das gar nicht mehr angefangen habe. Und die Live-Action-Serie ist für mich der perfekte Moment, um nochmal neu einzusteigen. Und irgendwann würde ich mich... Ach nein, das ist ja... Ich weiß. Irgendwann würde ich dann wahrscheinlich vielleicht nochmal auf einer Insel lebend die Animes gucken. Aber der ist ja erst in zehn Jahren fertig. Also ich habe Zeit. Nach Enel, genau. Enel. Nach Enel habe ich auch gehört. Das war. Wobei ich nicht weiß, ob das Afroskelett nicht vorher war. Äh, oder nachher meine ich. Und ich, wie gesagt, ja, ich bin großer Fan. Ähm, aber ich will jetzt auch die Leute, die nicht Fan sind, auch nicht hier bei dem Spiel davon nerven. Aber es ist, ähm, wirklich empfehlenswert, meine Anschnitte. Ultimative Verteidigungstechnik. Na gut. Okay, ich muss sagen, am Anfang habe ich noch, glaube ich, gesagt, dass Sekiro so ein bisschen fehlt. Aber alleine durch das genaue Timing beim Blocken, ähm, mit dem dazugehörenden extra Bonus, dem man, äh, den extra Kick, dem man seinen Waffen dadurch gibt. Ja. Hat auf jeden Fall, äh, also es, ich will nicht sagen geklaut, weil, seien wir doch mal ehrlich, klar, From Software hat es eigentlich perfektioniert und in der Kombination von all diesen Sachen auch erfunden. Aber, ähm, wahrscheinlich kannst du all diese Elemente, die Dark Souls, Permadeath oder, nee, nicht Permadeath, ähm, aber, ja, wobei, ich, okay, bei Souls würde ich auch sagen, ja, das sind schon einmalige Elemente, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt immer irgendwelche Spiele, die vorher einzelne Sachen auch schon mal gemacht haben, nur in Schlechter und eben nur die eine. Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Ich wette, es gibt, äh, Uni-Abhandlungen, philosophische, wie auch, äh, analytische, zum Thema Souls, aber ich weiß es gerade nicht. Aber ich wette, da ist auf jeden Fall irgendwo auch was verborgen. Ähm, so. Ich weiß. Ich frage dich nur noch, weil das der einzige Button ist, den ich noch nicht gedrückt habe. einer dieser. Ich bin auch ein Freund von Sophias. Letzte, ich wette, Sophia war da, weil, weil sie mich wette. Aber ich bin sicher, dass es noch andere Erinnerungen gibt. Entschuldigung, das muss der Schock sein. Beide mit mir, und ich werde mein Bestes, um dich zu steuern. Okay, da haben wir das auch. Ähm, ich hänge trotzdem noch hier, aber ich könnte mich ja mal ein bisschen teleportieren. Ich muss wirklich noch mal gerade gucken, was meine Aufgaben eigentlich sind. Im Sinne der nächsten Questverbesserung. Das zum Beispiel? Das ist einfach nur ein kleines Ergo-Fragment. Und er aktiviert eine besondere Fähigkeit. Besondere Art von Ergo und einer anderen Farbe und Vibration. Werkstatt verwendet dieses Prachtstück? Okay. Also gehen wir mal zurück. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Sache, die wir machen sollten. Äh, zurück in die Oberwelt hier, zum Stargazer. Ne. Lager, oder? Ne, auch nicht. Zu Stargazer. Ah, okay. Ne. Dann ins Hotel. Mann, ich weiß es gerade nicht. Das ist halt, jedes Spiel hat dann immer seine eigene Welt. Das überlagert sich irgendwann alles. Wieso? Weiß ich nicht. Fünf übereinander laufende Platten-Spieler. Aber ne, ist doch richtig. Und da hinten mit dem habe ich, mit dem Concierge haben wir noch gar nicht gesprochen. Ach, das ist die Grille, natürlich, ne. Die Stimme, die ich immer höre. Ich war mir echt gerade nicht mehr sicher, wo eigentlich, wo, wo, ähm, Pi aufhört und die Grille beginnt. Ich würde gerne einfach nur, oh, das habe ich irgendwie nicht erwartet, aber das machen wir gleich. Aber vorher reden wir. Die Leute freuen sich schon drauf, dass ich alles verkaufe, was wichtig wird. Oh, die Katze! Ein Puppet kann nicht lieben. Ich habe dir über die Die Leute, die auf jeden Puppet eingegraut Wollt ihr irgendwas anderes? Ich frage trotzdem mal weiter. Ich finde eigentlich die Geschichte sehr schön, dadurch, dass sie ja auch verändert ist oder aktualisiert oder mit hier Philip K. Dick zusammen kombiniert wurde mit den Robotergesetzen und so. Man weiß ja gar nicht, welche Elemente, woraus jetzt genommen wurden. Insofern sollte man eigentlich zu allem mal fragen. Oder haben wir das gerade? Ne, das haben wir ja gerade. Okay, ja. Entschuldigung, das waren die ja. Ich dachte nur, da kommt noch was. Ähm, okay. Da-da-da-da-da, ich lauf hier einfach durch die Hütte rum. Alles in Gold. Es ist wirklich ganz schön dekadent. Selbst Trump würde da reinkommen und sagen, hm, ist das nicht ein bisschen viel. Da, äh, du. M'lady. Unverteidigte Gäste sind willkommen. Wir sind nicht auf Reservierungen. Ich bin Antonia. Und hier ist mein Hotel. Willkommen. Oh, ich wusste, von dem Momenten wir uns die Giorgio Gepetto's, Puppet. Er hat ein paar Lüse-Groß, aber Gepetto's skills sind unverteidigte. Es ist ein Schade. Da blinkt auch was, ne? We'll have to make a new coffee. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. Talk to the hand, gib einfach nur Item. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Gibt es eigentlich schon... Das ist eine gute Frage. Gibt es schon die drei Gesetze der Bro-Botic? Ich habe keine Ahnung, wie sie sein könnten. Ich überlege es mir gerade. Natürlich erstmal, ein Bro soll keinem Bro-Schaden zufügen. Dann, ein Bro darf nicht einfach so dabei stehen, während einem anderen Bro-Schaden zugefügt wird. Und dritte, trinkt Bier. Ich weiß es auch nicht. Wir überlegen uns was. Ein Bro-Bot für ein Hobot. Ähm, nein. Das ist nicht mehr zeitgemäß, meine Freunde. Das Buch erinnert mich. Habt ihr noch die Fähigkeiten über einen mischievollen Wädenpuppet gehört? Alles von Krott kennt die Geschichte. Alles, weil jemanden, der diese Geschichte mehr als alle. Niemand anderes. Aber das ist wunderschön. Ich erinnere mich nicht, wer genau das jemanden war. Das Buch erinnert mich, dass alle von Krott kennt die Geschichte. Alles, weil jemanden, der diese Geschichte mehr liebt, als das. Aber das ist wunderschön. Wer ist es? Das, äh, ich wollte nur nochmal checken, aber das ist wirklich genau dieselbe, ähm, Geschichte halt. Ne, das ist halt einfach die Geschichte in der Geschichte. Das ist halt auf der einen Seite Meta, auf der anderen Seite vielleicht aber auch ein bisschen Foreshadowing für irgendwas, was nochmal genauer erklärt, warum er, warum, wo wir eigentlich sind und warum es in dieser Welt auch ein Pinocchio gibt. Ein Pinocchio-Buch. Es ist aber auch fast, ähm, egal, offen gesagt. Ich brauche, also ich brauche keine Erklärung, sag ich mal direkt. Ähm, mir ist das alles wurscht. Wie genau, also ich meine, es muss jetzt nichts mit dem Original zu tun haben oder irgendwie zusammenhängen. Es reicht mir, wenn ich weiß, es ist im Grunde derselbe Gedanke, anders, von einer anderen Person gedacht. Ähm, wenn Nignis, immer noch, it doesn't stick. Wenn Nignis, Reiseführer der Sehenswürdigkeit von Krat 1. Die Attraktion dieses Monats, Hotel Krat. Das Hotel Krat ist eines der unheimlichsten und geheimnisvollsten Gebäude der Stadt. Laut Überlieferung ist das Hotel Krat eine abgelegene Burg, die von einem Aristokraten erbaut wurde, der eine Form des Okkultismus zugetan war und eine Offenbarung von einem leuchtenden Baum erhielt. Crazy. Eine Zeit lang wurde es als Nervenheilanstalt genutzt, wie passend, und einige Patienten berichteten, dass sie Halluzinationen hatten. Bleirohre. Ich sag's euch, am Ende waren's die Bleirohre. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da sie alle bei einem großen Feuer, wundert mich nicht, zerstört wurden. Vor allem die Tatsache, dass es so weit unter der Erde liegt, verstärkt die Gerüchte. Die Gerüche. Manche sagen sogar, dass es mit einer unbekannten Hölle verbunden ist. Das erhöht vor allem die Attraktivität. Das erhöhte vor allem die Attraktivität des Hotels Krat, das im neuesten Stil renoviert wurde. Während sich die jüngsten Gerüchte über das Geisterhotel der großen Ausstellungen verbreiten, wollen immer mehr Kunden tatsächlich in diesem Hotel übernachten. Als nächstes folgt ein Kommentar des Hotelbesitzers Miss Antonia. Ein Geisterhotel? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Aber zum Glück, es sind unsere Hotelgäste mutig wie Löwen. Also, alles kein Problem. Bewertung 4 von 5. Schaurig und geheimnisvoll. Das beste Ressort in Krat. Reporter Medoro. Dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Venigni, Freunden der Stadt, erstellt. Kann man sich fragen, muss es das geben? Aber warum eigentlich nicht? Hat mich jetzt nicht gestört, dass ich jetzt das alles weiß. Aber zum Beispiel, das hier, die ganze Pinocchio-Geschichte, wird hier so ganz, mit so einem kleinen Witch, Wink, Wink, wird das hier so abgehakt. Aber hier ist gleich eine ganze Rezeption. Äh, Rezension. Mann. Hier leuchtet, glaube ich, noch irgendwas da oben. Irgendwas verboten, verboten Leckeres für mich. Nee, ne? Das war's. Gut. Ah, oben aber. Oben ist doch sicher auch nochmal was. Haben wir wirklich alles da oben? Ich bin mir nicht sicher. Könnte auch ein Setting sein für Morton Manor. Ja, das ist der Flur. Ich meine, das ist wirklich der Flur, oder? In dem Setting, kommst rein, ist wirklich der Flur. Äh. Okay, ähm, was genau kann man hier noch machen? Irgendwo ist da noch Sachen versteckt. Wenn hier schon so ganz viele in Stein gebannte, kleine, nackte Kinder sind, mit Dingen in der Hand, will ich da gar nicht hingehen. In die rosa Isabella-Straße. Ist vielleicht nicht mal eine Crowd. Mal gucken, was noch geht. Eine weitere Tür. Zu ist die Tür. Nee, ah, was? Das sieht doch aus wie eine Tür, oder? Naja, vielleicht nicht. Aber ich könnte mir schwören, dass hier nochmal eine Geheimtür aufgeht. Irgendwie. Aber das bildet mir wahrscheinlich echt ein. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab's ja schon mal gespielt. Aber das ist so eine ganz vage Vermutung. Ähm, so. Äh, jetzt will ich hier erstmal alles verkaufen. Ganz wichtig. Ja, ja. So, was haben wir denn hier? Dringend benötigt es eine Römer-Tor-Werkzeuge. Äh, ach so, das ist die Haltbarkeit der Waffen. Ähm, wie viel brauche ich davon denn wirklich? Ein seltener Gegenstand. Na, wie selten? Na gut, okay, ich verkaufe es immer nicht. Ähm, Fähigkeiten von Puppen ergänzt. Lädt Fabel schnell auf. Ist gut. Zahnrad, äh, kann geworfen werden. Selbst wertlose Gegenstände können nützlich werden, wenn man sie sammelt. Näh. Ich sammle doch nicht irgendwelche leeren, äh, weiß ich nicht. Äh, ja, äh, sind keine Schrauben, ne? Zahnräder. Okay, Termit brauche ich sicherlich. Die werde ich natürlich nicht verkaufen. Und im Lager haben wir noch mehr von einem Fabel. Und dann haben wir Material. Quarz, Mondstein, Sternfragment. Ich gucke mal in den Chat. Wird geweint. Ne, alle sind happy. Also kann ich weiter verkaufen. Ähm, Quarz, äh, Ergonfragment. Hm, ach, schwierig, Mann. Waffen. Da. Oder? Kann ich nicht davon ein bisschen was verkaufen? Wenn ich hier vielleicht dazu nehme. Das sind wahrscheinlich Grundlagen für irgendwelche Verzauberungen, oder? Das hat auch keinen großen Wert. Alles verkaufen, ja? Sagt jetzt jemand, der die Welt brennen sehen will. Meine Welt willst du brennen sehen. Nö, ich mach mal anders, ne? Ich mach mal gegen den Trend, äh, den ihr von mir erwartet. Gegen das Klischee ankämpfen. Ich verkaufe mal gar nichts von den wichtigen Sachen. So. 1800, ich will mal gucken. Da hat sich jetzt natürlich nichts getan, nehme ich an. Mir fehlt immer noch was. Ne. Dann hab ich ja doch. Okay, geil. Hat sich das ja doch gelohnt. Nö, Moment, ich hab's nicht gemacht, ne? Die Zahnräder sind nice, wenn man weiß, was sie bewirken. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Also sollte man so viele wie möglich behalten. Also darf man die nicht verkaufen? Das ist quasi eine Falle. Und ich soll bloß kein Quarz verkaufen. Die Leute werden ein bisschen panisch. Verkauf bloß bitte kein Quarz und Co. Simon. Simon! So. Da. Sind wir wieder, genau. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo es weitergeht. Ihr werdet es mir gleich sagen, wenn ich falsch bin. Wir haben ihn alle gesehen. Grafik. Wir haben alle gesehen, dass da eben was anderes war. Du musst jetzt nicht so tun. Ach, wie, was? Ich weiß gar nicht, wovor du redest hier. Das war schon immer eine edle Tür. Ne, war es nicht. Aber gut, wir lassen es. We let it slide. Weil du uns so gut gefällst. Kannst du bitte einen Fass zerstören? Möchte wissen, ob die den Sound gefixt haben. Davor hat es sich angehört, als ob eine Tasse zerbricht. Das ist mal eine interessante Idee. Achtung. Ist okay, oder? Ist okay. Weiß ich nicht. War auch noch okay. Achtung. Ne, ist okay. Ein bisschen Pi schadet nie. Gar nicht so verkehrt. Kann ich mir merken. Ich glaube nicht, dass es keine Stalker gibt, um die Puppets zu kämpfen. Du hast nicht gehört? Figures. Die ganze Organisation zerbricht. Alles, was noch ist, sind Wannabes und Amateurs, die denken, dass sie sich selbst kämpfen können. Du solltest etwas kaufen, während du im Festival bist. Du kannst nicht alleine auf dich selbst bezahlen. Äh, okay. Ich verkaufe nichts. Aber 630, da kann man ja vielleicht sogar irgendwas Sinnvolles kaufen. Batterie mit großer Leistung, Elektroblitzschaden, sicherlich gut. Elektroblitzschleifmittel, auch sehr gut. Und das wären jetzt andere Griffe, ne. Aber ich versuche ja gerade eigentlich, da, Großschwert, Klingentyp Großschwert. Fuck, wenn ich nur jetzt auf die Schnelle wüsste, ob ich auch, ob ich schon ein Großschwert habe. Ja, klar, warum sollte ich das nicht haben? Das habe ich ja gewählt am Anfang. Dann nehme ich nur das, 1 und davon 1. Weil ich glaube, wenn sie sie anbieten, dann ist das wahrscheinlich jetzt für den Endboss, den ich schon gelegt habe, wichtig gewesen. Und ich habe es umsonst gekauft. Ah, der war schnell. Willst du nicht mal ein anderes Schwert ausprobieren? Das nächste Schwert, was mir gefällt, wird gekauft oder wird ausprobiert, okay? Das kann ich anbieten. Aber jetzt gerade habe ich mich so ein bisschen drauf eingestellt. Und dann können wir gerne mal mehr probieren. Doch, bin ich bei dir. Jetzt gerade mache ich ja quasi einfach ein bisschen eine kleine Loot-Runde, wenn man so will. Und versuche, den Weg zu finden. Wenn ihr aber wirklich noch wisst, wo es lang geht, ey, bitte helft mir, weil ich finde das nicht schlimm, wenn ihr mir den Weg sagt. Aber es ist auch okay. Wir können auch meine Reise so erleben. Ich sage nur, dass ich mich durchaus gerne mal verlaufe. Es sieht halt schön, aber in seiner Schönheit immer gleich aus. Nein, auch nicht das. Aber ich suche Ausreden, warum ich einfach so wie Sanji eigentlich bin. Ich bin so wie Sanji, aber leider ist er da ein bisschen anders in der TV-Serie. Aber der verläuft sich ja immer. Und das bin ich. Aber die charmante Variante davon. Ich verlaufe mich nicht wirklich jetzt gerade, aber ich meinte ja, ich laufe alles nochmal ab. Weil irgendwo kann ja sein, dass da ein Ausgang ist, den ich verpasst habe. Muss ja eigentlich sein. Zorro, ne, nicht Sanji. Nein, stimmt, Sanji ist ja der Koch, ne. Zorro ist der Dreischwerte-Reini. Ja, sorry. Ist schon lange her. Da lachen sie alle. Vielleicht war auch das von Anfang an so geplant. Hier, komm, guck's mich an. So werd ich ausgelacht. So geht es den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Bis zu einer Beobachtung. Machst du einmal was falsch. Netzt du einmal von den Ultranörds den falschen Namen. Ei, ei, ei. Das lassen die sich jahrelang, lassen die sich das nicht mehr entgehen. Zorro, ein Heini, wat? Dünnes Eis, genau. Nein, Zorro ist cool. Alle sind cool. Ich mag alle. Hört euch den Podcast an, wo ich drei Sätze sage, weil alle anderen so lange reden. Aber es ist okay, weil sie sind noch krassere Fans. Aber ich sage nur wenige Sätze. Hier war ich schon hundertmal. Ich liebe diese Sicht. Es ist eine schöne Sicht. Aber wir müssen gehen. Okay, den holen wir uns jetzt von hinten. One Piece ist eine Religierung. Für manche ja. Ah, schade. Ich kriege auch die Energie durch Schlagen zurück übrigens. Das ist, glaube ich, ein normales Feature. Oder liegt es an einem der Ringen? Oder ist das so... Nein! Zu schnell gewesen. Nee, doch. Hat geklappt. Ich dachte, es wäre nur ein normaler Kill. Ein Mon hält sich nicht an Release Dates. Nö, das stimmt gar nicht. Mir wurde gesagt, dass man das ab heute streamen kann. Und es scheint auch zu stimmen. Ich habe vorher geguckt. Und es haben ja auch schon 2000 Leute gestreamt oder so. Also das ist schon... Es gibt halt unterschiedliche Keys. Ich bin einfach nur dankbar, dass meiner heute funktioniert. Ähm, oder beziehungsweise gar kein Datum hatte. Keine Zeit, an die ich mich halten muss. Sondern es lief ja auch erst nicht. Haha. Ich sitze ja schon seit Stunden. Ich habe es ja schon auf der Xbox installiert am PC. Ähm, weil ich, ähm, halt wissen wollte, welche zuerst geht. Aber ich konnte am PC am Anfang heute Mittag noch gar nicht installieren. Vorinstallieren. Also ich bin ganz fresh dabei. Okay. Dauert zu lange von hinten. Niedermeucheln dauert zu lange. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptplatz. Und hier könnte ich mir durchaus hier... Ich glaube sogar fast hier... Also hier kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir jetzt noch nicht... Vielleicht sogar diese Tür, die vorhin, äh, neben dem Hotel nicht aufging, äh, die kaputte. Ne, da muss man wahrscheinlich von der anderen Seite aufmachen. So wie ich bei ihm von der anderen Seite gerade aufmache. Machen Sie mal auf da! Oh, Herr Doktor, warum haben Sie dieses Riesenschwert dabei? Das werden Sie gleich sehen! Oh, wir üben mal ein bisschen den perfekten Block. Okay, geübt. Hier war ein Aufgang. Deswegen! Da ist doch eindeutig Kettenproblematik! Ich kriege es nicht weg. Ah, das will ich vielleicht gar nicht. Na gut, egal. Ne, das will ich nicht. Ja, ich habe eben nicht darauf geachtet und jetzt dachte ich, was ist immer noch da? Okay, dann liegt das daran. Das ist ja interessant, das Smart Design, dass man im Tutorial-Gebiet das nicht ausblenden kann. Also, wir suchen weiterhin einen Weg aus diesem Hub raus. Das sollte aber auch zu machen sein. Ah! Nice! Ich brauche hier nochmal so andere Sprungkick-Varianten und Schläge. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Varianz. Aber an sich läuft es eigentlich ganz gut. So, jetzt die Central Station. Hier komme ich ja her. Das ist dann eben nicht die Location, wo ich nochmal hin muss. Habe ich vielleicht genug zum Aufleveln währenddessen? Wahrscheinlich aber noch nicht. Ne. Ne, ne, auch nicht, ne? Okay. Ja, jetzt geht halt nur noch oben aufwerten. Also im Lager. Äh, im Hotel meine ich natürlich. Bis zum nächsten Mal. Hm. Wenn du einen Weg raussuchst, vielleicht die andere Hotelseite. Das kann natürlich gut sein, ne? Ja, ich... Wie gesagt, wie immer, dann läufst du da rum und denkst, du hast eigentlich schon alles gefunden. So, jetzt machen wir ihn nochmal. Ihr erinnert euch an meinen Monolog von vorhin, an dem wir hier... Oh, oh! Da hat dich nochmal jemand gerettet. Alter! Schleichi, schleichi, schleich! Schleichi, schleich, schleich! Ha! Hatte nicht Gold. Siehste, kleine Varianz in seinem Verhalten hat nichts Gold. Du stirbst trotzdem. Weil du für Lappenartigkeit programmiert bist. Auf Lappen programmiert. Die Etienne-Gadet-Story. Ah, okay, komm. Das war natürlich Low-Hanging-Fruits. So low, wie die Hoden von uns mittlerweile hängen. Wenn man 40 ist, fängt's an. So. Ich räume jetzt erst einmal hier auf und nehm alles mit. Es ist wirklich gerade einfach nur Farming im Tutorial-Gebiet. Aber ich hatte das Gefühl, dass hier noch irgendwas blau leuchtet. Nee. Okay, wir gehen einmal nochmal ganz kurz rein. Und hacken hier auch nochmal rum. Mal gucken, wie viel Punkt es gibt eigentlich für den. Äh, was ist das? 50 fast. Ist nicht viel. Kann man trotzdem mal machen. Komm, schadet keinem. Ich find's immer wieder befriedigend, irgendwann nochmal zurückzugehen ins Starter-Gebiet und allen zu zeigen, was man gelernt hat. Die wollen ja auch stolz auf einen sein, was man erreicht hat. So, hier ist sonst nichts mehr versteckt am Anfang, oder? Okay. So. Jetzt haben wir's fast. Denn ich weiß ja, dass wir hinter das Hotel müssen. Und wir sind jetzt auch in allen Bereichen schon mal gewesen. Die Bereiche gefüllt mit... Alle Bereiche gefüllt mit Leichen. Nee, die kann... Kann man nicht machen. Hier war der eine Kampf. Ja, der war auch lame. Der Gegner, mein ich. Okay. Könnte... Ah. Alter. Das find ich natürlich sehr schön, wenn das Schwert wirklich in der Welt auch sich verhaken kann, sozusagen. Simon ist wie Joe Biden. Man weiß nicht, wo er hin will oder was er da eigentlich tut. Äh, kein Polit-Talk hier. Äh, das... Damit entzündest du eine... eine Lache, die du danach nie wieder eindämmen kannst. Ich weiß genau, was ich mache. Es ist so. Ich wusste doch nicht, dass es hinter dem Hotel weitergeht. Ich dachte, das Hotel ist so ein Hub, wo man sich trifft. Ähm, wie eine Oberwelt, aus der es dann auch kein Entkommen gibt. Und nur einen Eingang und einen Ausgang. Ähm, in dem Fall ist der Ausgang hinten. Hätte ich mir denken können. Habe ich nicht gedenkt. Und deswegen bin ich eben nochmal alles abgelaufen. Weil das ja nun mal der Weg ist, den man dann irgendwie geht, wenn man nochmal alles abcheckt. Aber dann habe ich ultra committed und gedacht, naja, dann ist es ja eigentlich ein ganz offizieller Farming-Run, bevor ich mich hinter das Hotel begebe. Und AI wird das später dann, äh, auch mit meinen Mundbewegungen und so alles verändern. Dass das von Anfang an dann schon so gewesen ist, warum ich das überhaupt mache. Seht ihr? Das hat doch einen Grund, dass ich hier hingegangen bin. Wie wollen wir das Termit? Wollen wir nicht liegen lassen. Oh, guck mal. Ich habe ja so eine Faszination für Toiletten in Videospielen. Eine gesunde Faszination. Und, klar, ist jetzt Retro. Aber das sieht ordentlich. Ich finde, so einen ordentlichen, äh, noch so einen schönen, breiten, braunen Koloss. Finde ich okay. Und das hier ist natürlich Hammer. Wenn so dein Pissoir aussieht, dann, äh, kosten die Cocktails das Dreifache. Aber, das ist ja auch der Grund, warum man da hingeht. Oh, die Waffeschleifen. Machen wir. Ich mag diesen Effekt sehr schön, äh, sehr gerne. Und, äh, ich finde ihn sehr schön, weil diese Partikeleffekte, oh Gott. Als Playstation 1 Kind kann ich mich an solchen, an sich billigen Effekten, die wahnsinnig gut aussehen, gar nicht satt sehen. Das finde ich immer gut und werde ich immer gut finden. Ähm, okay, ich bin hier runtergehüpft. Dann geht's hier weiter. So, das haben wir sie doch alle einmal. Haupthalle weg. Nebenwege weg. Hier ist das Hotel, oder? Dahinter. Ja. Da wir ja schon alles weggemacht haben, ähm, obwohl, hier kann ich ja auch aufleveln. Das machen wir schnell. Ach, ich vergesse es immer wieder. Das geht ja wirklich nur noch im Hotel. Ich finde das, äh, komisch. Ich würde das gerne da machen. Ich finde diese Extra-Welt. Also, eigentlich müsste es ja dann hier vorne geradeaus gehen. Ja, ist ja auch ziemlich deutlich. Da ist halt einfach ziemlich deutlich ein riesiges Loch, ne? Da ist halt einfach deutlich der Ausgang. Der Ausgang, wo ich nicht raus kann. Okay, komm. Ich bleib dabei. Entschlossenheit macht sich in mir breit. Neben anderen Sachen. Und? Warum nicht? Aber ich hab noch mehr drauf, Baby. Yeah. Boun, chicka, boun, boun. Ich könnte mir vorstellen, es reicht gar nicht mehr mittlerweile. Okay, Leute. Wir haben's. Ihr sagt, ich soll mal eine andere Waffe ausprobieren. Dann machen wir das mal. Oder halt irgendwie, also ich meine, was verändern, ne? Kann ich denn, was kann ich denn daran verändern? Ich hab ja noch nichts irgendwie, oder? Einen Griff vielleicht ändern. Da kann ich aber, oh ja, das zum Beispiel. Entschlossenheitskurbel, was? Ja, das zum Beispiel. Klinge, Großschwert. Nicht genug von dem Blitzen, dem Pferdehaini mit der Krone. Was ist denn das da oben? Was ist denn das in der Mitte unter Technik? Na gut, egal. Und Fortschritt. Ey, was sind diese Symbole? Der macht einfach ein E, ein T und ein F. Weil das ist nun wirklich auch Hanebüchen. So. Rant. Für heute. Und viel mehr kann ich hier auch leider gar nicht machen, ne? Ich kann vielleicht die Anzeige umschalten, ja, nur das. Okay, gut, dann machen wir das nicht. Dann verbessern wir doch einfach die... Ja. Klinge. Jetzt hab ich natürlich dafür nicht genug Ergo, um das noch weiterzumachen. Aber nächstes Mal. Ich glaub, ich bin letztes Mal schon irgendwie rundum gelaufen. Aber hab übersehen, dass man hier einfach oben rum, dass da einfach durchgeht. Ich spiel auf dem PC. Kurze Info. Grüße aus Spandau. Ja, das geh ich auf jeden Fall mit. Grüße nach Spandau. Ne, hier ist zu. Und hier ist jetzt aber wahrscheinlich offen durch den Schlüssel. Denk ich... Ne, da ist einfach nur offen. Aber hier war ich doch schon draußen. Am Lügen. Lügen wird vorbereitet. Wenn man sehr, sehr schlecht ist im Lügen. Lügen... Lüge wird geladen. Äh. Ja, hier waren wir ja auch schon. Klingen und Griffe kannst du austauschen. Und soher gibt's neue Waffen mit anderen Moves. Ähm. Zum Beispiel Großschwertklinge und Knüppelgriff. Okay, das find ich sehr interessant. Werde ich mir merken. Ne. Shit. Gesprungen. Ja, hier springen, ähm, auf dem, ähm, allseits bekannten linken Stick, wenn man rennt. Also eher, äh, L3. Ah, den einen geblockt. Den anderen verzockt. Alter, ich muss viel mehr die Puppenschnur nutzen. Moment, das war doch gut. Hä? Der Block war doch voll in Ordnung. Warum bin ich so zurückgeworfen worden? Naja. Wie lange geht es heute? Ich weiß es offengesagt nicht. Es hängt natürlich immer davon ab, wann mich einer der Bosse in die Verzweiflung treibt. Und da endet es dann irgendwann abrupt. Aber solange ich hier sitzen kann. Und es läuft. Aber ich weiß ja, dass mindestens der eine Endboss kommt noch. Den ich ja schon mal hatte. Aha, es geht immer noch nicht. Ähm, den ich schon mal hatte. Der lange dauert hat. Den ich aber am Ende doch besiegt habe. Und, also, den würde ich gerne besiegen. Und dann über die Demo hinweg noch weiterspielen. Weil das wäre mein Traum. Wenn ich das heute schaffe, würde ich sagen, ja. Nächstes Mal gibt es dann nur noch neue Sachen. Aber ich kann nicht da aufhören, wo die Demo aufgehört hat, finde ich. Weil das wäre irgendwie komisch. Ah, komm. Ah, falsch. Ja, da hätte ich mir jetzt gerne so einen Sprungschlag gewünscht. Aber vielleicht muss man den auch noch freischalten. Also, ich kann dir nicht mehr so einen Sprungschlag gewünscht. Ich kann dich nicht mehr so einen Sprungschlag gewünscht. Hier ist es aber auch mit dir. Also, es ist mein Tier X5 runter. Ich weiß nicht, was ich auch hier. Ich kann mich nicht mehr so einen Sprungschlag gewünscht. Ach, das ist schwierig. ist auch super viel natürlich so ein Gegner in der Ecke auf dem Dach anzubringen aber das kenne ich echt schon zu genüge genau und das haben wir ja auch schon gemacht das war eine Abkürzung so da kamen wir glaube ich kamen wir hier her oder ging es da rein nee genau da war noch was genau wir kamen von hier rechts dann hier gab es noch was einzusacken ja okay und dann ja irgendwie hier weiter oh okay das geht hier nicht da wollte ich es zu sehr okay komm nimm das jawoll Gegner auf Dächern um die Ecke gib direkt Anor Londo PTSD das ist es wohl was finde ich Life of P ein bisschen anders macht weder besser noch schlechter nur anders ist dass diese Elemente dann nie so mega lang sind also die sind nie so riesig es sind alles relativ kleinere überschaubarere Gassen wie zum Beispiel jetzt in Bloodborne oh oh da ist noch was ich hätte es wirklich wissen müssen oder ich hätte es einfach wissen müssen ich kann hier nichts sehen oh kann ich die runter lassen war die da schon immer und habe ich die nur nicht gesehen ich weiß es gerade nicht ein bisschen häufiger deine Fähigkeiten einsetzen ja okay das ist gut das ist ähm ich habe noch nicht ganz gereafft was der Schlag jetzt wirklich kann außer dass er halt ein bisschen blau leuchtet aber sollte ich so oder so äh häufiger machen ja und immer schön schleifen ah ouchi okay jetzt wissen wir das wieder was gelernt ne wo ist denn der Typ aber warum wird es denn nicht angezeigt also es wird durchgestrichen angezeigt aber ich ich stehe da perfekt irgendwas muss ich in dem Moment falsch machen aber ah das ist das klassische ja ja das ist das Bloodborne Husten okay es ist halt nicht optimal ne es ist einfach grad nicht optimal genau davor hatte ich Angst und da vorerst aber jetzt weiß ich wo ich Life or Pie nehm ich doch den Pie und jetzt stellt euch mal vor wie geil dieser Moment gewesen wäre wenn ich Klavier spielen könnte dann wäre das so ein richtig geiles Burner virales super Ding geworden ja ich kann es mir halt auch nicht aussuchen ne aber so ist es aber ihr könnt zwischen den Zeilen hören ich weiß das Live and let pie uh Live and let pie James Bond übrigens Live and let die das durchgestrichen spricht die drei Krallensymbole heißt du stehst richtig für den Backstep Moment Moment durchgestrichen hä aber durchgestrichen das durchgestrichen spricht die drei Krallensymbole heißt du stehst richtig ja aber aber warum ist das dann durchgestrichen weil eigentlich müsste das durchgestrichen ja nochmal weg weil da sind diese drei Symbole drei rote Striche und dann ist ein weißer Strich quer das ist der Part wo ich frage hä na gut so kann ich ja nichts machen habe ich da irgendwas tolles Moment äh spezielle Fähigkeit einer Waffe aktiviert okay können wir mal ausprobieren oder ist es jetzt ins Lager da ist das Lager okay nee nee lassen wir so okay machen wir alles später äh sorry wo ist denn jetzt der beste Ausgang nochmal dahin ähm hier ist diese Bahn okay also da ging es weiter und dann hier den Weg lang und an den Dödeln vorbei hier ist die Tür äh Leiter super äh der Leiter geht es weiter ich würde es dir raten nicht zu machen außerdem hast du ja nur eine Hand wegen dem warum hast du diesen Kerzenständer in der Hand naja ach du bist da ja plötzlich man will ihn so und dann kommt der Typ von rechts ne ja also der Strich ist irgendwie Teil des Systems aber so richtig verstehe ich die visuelle Logik dahinter nicht die drei Striche reichen doch was soll denn der Strich ist das nur weil da vorher nix ist oder was ja irgendwas muss da das sein die Leute verstehen das nicht dass dass da jetzt gleich drei Striche dass da drei Schläge kommen was bist du bist du bescheuert Shiguriyoshi natürlich checken die Leute ne sagt aber nicht ich bin der Chef ich bin der Chef du machst einen Strich durch so so war das ich war dabei Leute kein Witz true story ja das du bedeutest du visierst den an das ja ist ja ist ja auch richtig ihr habt recht oh wie komm ich da rüber da nicht der erste Deutsche der sich das denkt wie komm ich da rüber ich will da hin ok Elektro Blitz Schleifmittel ist gut ich hab nur eins davon Moment ne hier war ich noch nicht kann sein dass du kein Bocken drücken darfst drücke x für Bock kann sein dass du kein Bocken drücken darfst und dann den Backstab probierst in Dark Souls muss man auch erst für eine kleine Zeit neutral sein ohne zu blocken ok man darf also das hier nicht ist doch nicht neu ich bin jetzt auf jeden Fall schon ein ticken weiter als bei den bei der Demo ich würde so gerne irgendwas anderes ballern ich hab halt wirklich nichts ne na gut dann ignorieren wir ihn immer schön ausweichen wegen dem Elektro Fuzzi ok der ist gar nicht mehr in der Reichweite da oben ist ein weiterer das war knapp und dieselbe scheiße ist demselben vollidioten nochmal passieren schnell killen schnell killen sonst kommen die nächsten na komm haha kannst nichts hat er nur werfen gelernt auf der Kampfschule du kannst einfach nur werfen das reicht das reicht doch so der gleich bald wird aufgelevelt ich riech schon das ist schon mal sehr interessant jeder mag so kleine Treppen der Dark Souls spielt da ist immer was drin was wichtig ist und hier ist vielleicht ne sogar nur ein Räumchen meine Luise Charlotte mein Schatz ich kann nichts hören ich glaube die Straßen sind bereits tot nur noch Stille vermutlich bin ich auch bald nur noch ein versteinerter Leichnam Brief eines gefrorenen Mannes ich kann mich noch erinnern der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in Bilderbüchern vertieften Charlotte ich vermisse das alles das beste was ich zu Lebzeiten getan habe war dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken ich wünschte dieser Halbtraum wäre endlich vorbei wenn du in das Kind und uns zurückkommen könntet aber das ist jetzt wohl unmöglich ich liebe euch Luis ich bitte dass ihr dort in Sicherheit seid tut mir leid dass ich schon abgehauen bin mit dem letzten Bus nach Hause ich konnte nicht mehr auf euch warten macht's gut gesendet vom iPhone schon längst drei Häuser drei Hausecken weiter so drei Straßen weiter so jetzt gehen wir wieder hier hoch aber Moment habe ich hier gerade in meinem Wahn etwas übersehen na klar hier wir waren ja hier das machen wir jetzt aber nicht obwohl Simon könnte jetzt erstmal die Kiste aufmachen mach sie auf mach sie auf mach die Kiste auf mach die Kiste auf mach die Kiste auf mach die Kiste auf mach die Scheiß die Kiste auf nimm das Ding okay shit das war eine dumme Idee ich weiß doch gar nicht wo es hier lang geht da hoch ne okay ich hab die perfekte Idee Y oh shit das hat gar nicht so viel gebracht Y alle großen Kämpfer rufen ihren Angriff raus Y Y okay das war überhaupt nicht gut was habt ihr da erzählt ich soll den benutzen wird er gerade langsamer jetzt ja den darf man nicht so häufig machen aber wenn das Timing stimmt kann man den schon finde ich sehr gut einbauen aber ich mag ihn diesen Auflade schlag den sehr edel sehr edel okay jetzt hab ich natürlich bei all dem Gewulzleer vergessen wo ich nochmal da wollte ich hin tschuldigung ich höre ja schon auf aber ich habe jetzt ein Ohrwurm Gumm Gumm Y ha der quält mir Oh bei denen ist das gut da muss man das häufiger machen Ah ich Idiot ich hab A gedrückt Oh muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklatschen Oh ist das gemein du sollst dafür büßen du und deinesgleichen seid nun Leichen ey ich kann unscheißes Reim Tourette ich kann wirklich ich bin krankhaft ich bin krank Punkt zitieren sie rufen zitieren sie mich und rufen sie mich an ob es schon lohnt ja komm wir gehen immer mal wieder zurück nö da ist ja eigentlich alles richtig Hotel Crud komm es ist doch eigentlich das Hotel Kraut oder ich wette sie ist eine deutsche spricht sie mit einem deutschen Akzent ne ne wäre aber gut Hotel Crud und dann ist das U ist so blinkt so ganz selten mal noch ist aber die meiste Zeit nicht mehr lesbar I'll use my power to help you das ist so dekadent das vor ihr zu machen weiter geht's Alter ich werde so entschlossen sein ey du wirst mich nicht mehr von YouTube runter kriegen ähm ach ne ne wir wollen ja eigentlich teleportieren hab ich glaube ich einen Fehler gemacht da geht er aber stolz und ein wenig äh gelenksteif ja tu mir leid dann musst du nochmal zurückgehen was soll ich sagen ja dramatisch das ist wirklich blöd aber bisher war es irgendwie so hm bei dem einen weiß ich wen ich vielleicht kriege okay komm genug das könnte ich auch mal häufiger noch machen den Dash nach hinten wie geht's hier aktuell das geht mir sehr sehr gut noch weil das Spiel noch mich nicht an den um den Verstand bringt verlaufen einmal ganz kurz aber ansonsten mit zwei Stunden relativ gut in der Zeit letztes Mal hab ich glaube ich ein bisschen länger gebraucht denk an dein Amulett hm ähm anlegen wahrscheinlich ne mach ich gleich mal äh Tasche da vielleicht ne Amulett ah ok ja das ist die Uhr aber das ist nicht das was wir meinen Lampe meinst du die Schleifer nicht Amulett Amulett vielleicht ist es auch ok alles klar soweit kenne ich das scharfes Rot mit Wurfzelle hm welches Amulett oh da kann ich einen anderen Arm ok also dann statt der Puppenschnur hätte ich einfach den Stahlarm aber ist der Stahlarm dann am Ende Gewichtfücherangriff naja der ist schon stärker sollte man also die Puppenschnur ist cool aber würde ich jetzt nicht unbedingt Lagerungen nicht möglich Moment ich will die doch benutzen oder sind das meine beiden Arme nö ich kann den irgendwie nicht abwählen ne gucken wir gleich nochmal und hier kann ich auch nichts auswählen ah ok doch hier kann ich es verschieben ähm für da das müssen wir auf jeden Fall mal hier machen ah da sind wir ja im Menü was ich suche ähm Kartuschenprototyp Kreislaufsystem von Puppen verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen besondere Statusleiden alles sehr sehr gut zertifizierte Fütterung ja da habe ich teilweise noch keine anderen Teile ne ist ja irgendwie auch ok ah warte mal aber das bedeutet ja dass der hier dann besser ist die gehen alle nach unten da sind die Amulette max LP erhöht danke für den Tipp nochmal lieber Mensch aus dem Chat Zweitwaffe habe ich leider noch nichts und den Arm kann ich auch nicht ändern ok komisch ich hätte es gedacht dass ich den Arm ändern kann damit ich entscheiden kann ob ich eben die Schlinge haben will oder den Hauer den starken Arm so das war doch hier auf dem Dach dann war hier der Kampf mit der Kiste ah nee genau Kiste dann bin ich dahin Legionarm Legionarmtausch geht nur bei der Waffentante oder am Bahnhof glaube ich also BF ist doch wahrscheinlich Bahnhof oder bei der Waffentante ok gut zu wissen alter das war ja nice guck dir das an die ganzen Tag ohne unschleiß er hat sich hier naja Kurt bist du dir sicher dass der Plan irgendwann mal aufgeht dass da einer vorbeigeht denkt ich schieße da gerade und dann kommst du hinten mit dem großen Pfeifenreiniger ja 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 Robert nee nee das ist voll gut ich hab das von einem anderen gehört die haben das auch mal gemacht in so einem anderen Ding äh Schmark Owls ja ja glaub mir das funktioniert das hat mir sehr gut gefallen sowas mag ich gerne ach der alte Schmark Owls Trick Alter wie gemein schon wieder und tschüss so wir haben einen Reiseführer der wird natürlich jetzt sofort gelesen der Alchemistenbrücke ist die Brücke am Elysion Boulevard und der Hauptweg vom Rad aus von Krat das Zeichen der Alchemisten der eiligen Orobos ist passenderweise in die Brücke eingraviert das zeigt nicht nur dass die Alchemisten eine prächtige und privilegierte Klasse sind sondern auch enorme Mengen an Geld in der ganzen Stadt gespendet haben dank der ausgeprägten Kultur der Friese hört's auf der Philanthropie in Krat findet man Gebiete die nach prominenten Persönlichkeiten benannt sind ganz nach dem Motto der Stadt die Bürger sind die Eigentümer der Stadt die bekannteste Attraktion ist die Rosa Isabellastraße sie ist nach der Kulturförderin Lady Isabel Monat benannt wenn man jedoch die Heirat der Dame mit dem Anführer der Alchemisten Valenzius bedenkt dann fragt man sich wer wirklich die Kontrolle über Krat hat die Vereinigung der alten Familien von Krat und der Organisation der Alchemisten wird in dieser symbolischen Darstellung ersichtlich da das gefürchtete Oroborus-Zeichen auch auf der Mauer des Rathauses eingemeißelt ist ist es offensichtlich wem die Stadt Krat gehört Bewertung 3 von 5 ein guter Ort um etwas über den Anfang das Ende und das Wesen von Krat zu erfahren Reporter Medoro dieser Reiseführer wurde mit einer Unterstützung von der Firma Begini erstellt reflektiert jedoch eventuell nicht die Meinung der Firma komisch aber so steht es geschrieben hat euch auch ein bisschen erschreckt ne hi ihr guckt immer noch dieses Let's Play von mir könnt ihr an der Stelle mal vielleicht einen Daumen hoch geben einfach kurz likey like ja was was zeigst du mir jetzt hier ja hier war eben noch Zeug hat der Schmetterling mir gerade was gezeigt was ich schon eingesammelt hab ist das der Schmetterling der vergangenen Einsammlung und zeigt mir einfach nur gerade was passiert ist eben gerade draufhauen achso ja wer denkt denn bei sowas schönem der ist daran den umzubringen was seid denn wie seid denn ihr drauf ihr Killerspieler ne da höre ich jetzt aber auf zu spielen mich gucken ja auch Kinder ganz viele Kinder eigentlich fast nur Kinder hab ich gelesen und den Kommentaren unter meinem kleiner Feigling Video dass ja eigentlich fast mich nur Kinder gucken ja sagt das mal der Werbung dann kann ich in besseren hier bessere Quote kriegen Kinder Kinder Alter wer denkt die kann auch die Kinder Versteinungskrankheit Quarantänezone betreten verboten jeder ist ein Patient oder verrückt das kann man direkt bei Game 2 an die Tür kleben jeder ist ein Patient oder verrückter glauben sie niemandem etwas sprechen sie nicht mit ihnen herrlich ach das mag ich sehr ich mag teilweise die Sätze die hier getextet sind Simon du hast Bloodborne im Tag falsch geschrieben das hab ich natürlich extra gemacht um euch anzu anzuheizen ey das ist doch der Dödel den wir schon kennen oder ist es ein neuer lohnt sich der Kampf das wahrscheinlich auch neben Abkürzung egal nehmen wir mit ja das ist der Klassiker Respektlosigkeit vor dem Feind ich muss den natürlich ernst nehmen er ist gefühlt irgendwie auch stärker mit diesem Angriff hier der ist neu ok 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 jetzt hör ich aber auf hallo holler die Waldfee wo ist denn hier bitte der nächste nein ich kann es nicht lesen es juckt shit ist hier irgendwo die Front bitte bitte mach wenigstens das auf ja mach das auf mach das auf mach das auf ah irgendwas hab ich aufgemacht alter das ist ein guter Tipp es lohnt wenn er dich tötet deswegen hab ich es ja gemacht dann kannst du den Schmettern nochmal treffen wortwörtlich zwinker zwinker ich glaube ich weiß worauf du abspielst ich wollte mich nur kurz vergewissern dass der alte Raum noch da ist und dann geht's hier weiter ach die haha nicht jetzt nicht jetzt doch nee ach das gibt's doch nicht 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 Robert halt still Klaus Hammer von mir gemacht ich wollte einfach unnötig cool sein ich verstehe nicht warum ich sowas mache ich verstehe es auch nicht ah da hau ich dir auf die Birne mein Freund oh cool gut diesmal muss ich wirklich besser vorbereitet sein das merke ich schon ablegen ablegen hä hab ich den Stein gerade abgelegt ernsthaft ne oder ich hab nur das Ding abgelegt ja ähm hier will ich nämlich noch was verändern schnell mhm Helligkeit brauche ich jetzt hier nicht äh was ich bräuchte sind mal so ein paar genau sowas hier beschützt bei Treffer näher das bringt mir nicht so viel im Moment das Ding will ich auf jeden Fall benutzen und verwende ins Hotel teleportieren das ist was für Feiglinge Attributs Attributswiderstände einer Puppe erhöht das hier ähm spezielle Fähigkeit sie kann in eine achso das ist Y glaube ich einfach nur das ist aber schwer wahrscheinlich schwer einzusetzen ne zwischendurch aber man kann es ja mal probieren was wäre das äh lädt Fabel schnell auf also das vor dem Kampf einfach nehmen aber hatte ich nicht auch so Wurfdinger wo sind denn die Wurfdinger da Wurfzelle das will ich doch haben und das noch ok und jetzt einmal noch Gegenstand nehmen eine Sache und zwar das hier da sitzt die Spritze die seltsame Form in der die Helme der englischen Bobbys haben hat einen ekligen Grund per Gesetz dürfen schwangere Frauen in England Polizisten um ihren Helm bitten damit sie dort hinein urinieren können das Gesetz wurde nie außer Kraft gesetzt das war mir neu die Helme von den Bobbys sind so groß damit die Frauen rein urinieren können wow das ist mal ein Funfact sicherlich auch für die Bobbys wenn die dran erinnert werden das weiß garantiert nicht jeder ah das war zu äh hektisch scheiße komm jetzt alter der ist hart ja man muss wirklich das hier blocken es ist einfach nicht es wird hier nicht gut genug geblockt shit ich will aber auch nicht alles verlieren jetzt sagt er und starb einen ehrenlosen Tod aber das ist okay weil ich nicht viel verloren habe ich frage mich nur gerade wenn er so angerannt kommt was ist denn da die beste Taktik das frage ich mich und gibt es für mich noch eine bessere Möglichkeit abzukürzen denn in der Abkürze liegt die Würze ich weiß ich weiß was ihr vor habt i g g a f oh das war glaube ich falsch ne doch ne da durch da lang hier muss doch eine Abkürzung sein sagt mal Bescheid ob hier eine Abkürzung ist die ich vielleicht übersehen hab ja da sieht er mal wie es ist nicht so einfach wenn ihr mich nicht überraschen könnt ne alter deine Oberarmstärke nicht schlecht ähm oh da unten liegt noch was für mich und da ist noch so ne oh ist das Tor vielleicht das sieht eigentlich so aus ja das ist dieses Elektrotor von der anderen Seite ich glaub's ja nicht der ist 700 Kons von der Hand hat er eine Abkürzung gefunden ich glaub sogar der ist der erste der überhaupt eine findet jo das ist ja super super Sache what was ist hier los das geht das geht gar nicht ich pay ja hey das ist jetzt ärgerlich wo bin ich denn jetzt hier ich wollte doch nur kurz eine Abkürzung ah ich verdiene alle meine ganzen Seelen nein okay das war's jetzt warum nicht jetzt hauen sie plötzlich alle ab wie die Pac-Man geister ne wenn du die Pille eingesammelt hast hat der Hände haben die die Wahnsinnigen diesem Hund etwa Hände gegeben ne das ist nur irgendein Exo äh Ding ist ganz cool dass sie auch so Exoskelette und sowas haben so ne Mischung aus Cyber ne ist ja kein Cyberpunk sondern ähm wie heißt es Steampunk ist es aber glaube ich auch nicht oder oder ist es Steampunk also könnte es sein aber es ist so ein bisschen ähm der Style ist mir nicht so ganz hundertprozentig klar welche Zeit es wirklich ist viktorianischer Steampunk vielleicht wenn es so etwas gibt bis Akt 4 ist noch für Normalos und danach sollte es frustrierend werden ja dann äh wisst ihr schon wie lange ich spiele bis Akt 2 ne aber kann schon sein Barock ähm Barock Puppenpunk Barocker Puppenpunk ah das ist ne Falle okay der hat dumm dumm gelaufen vor allen Dingen ich in den in die Falle rein das ist so ein bisschen ärgerlich aber das passt halt auch zum Dark Souls dass ich ähm keine Reaktion bekomme wenn ich ihn mit nem harten Schlag mache wenn er schon in seiner Animation ist es nimmt ihm vielleicht Energie weg aber es ändert nichts an seinem Sein äh an dieser Bewegung also ich kann ihn nicht dadurch blocken sondern dann muss ich halt blocken okay da oben geht es dann ja weiter das Ding geht nicht auch ich muss nochmal gucken was da jetzt eigentlich genau das Ding war kann man das irgendwie nicht vorstellen Puppe Puppet Punk also von beiden Seiten rot was ist denn an dem Ding anders da ist jetzt keine große Leuchte oder so ist es einfach nur rot bei der anderen Seite war ich noch nicht sonst wäre da kein blaues Ding oh es wird warm ich muss mich mal gerade ausziehen so würde ich mir dann auch im Knast würde ich mir meine Zigaretten verdienen ich höre schon auf manchmal sind die Sachen halt in meinem Kopf und dann sind die gefallen die mir und dann müsst ihr die einfach ertragen so geht es den Leuten wenn bei Scrubs wenn JD so ein so einen dummen Moment hat sozusagen dann wissen sie immer okay wir müssen abwarten wir warten jetzt hier eine Minute okay gleich ist vorbei so wie hier da kann man wer gefahrenlos mit ihm reden haha der Resnidle und zwei Hunde du kriegst einen Hund und du kriegst einen Hund und du kriegst ein Seil und du kriegst einen Hund in der Nose nee red nicht mit mir da fehlt mir so ein bisschen dieser kurze Interaktion würde jetzt auch nicht schaden wenn man nur zumindest wüsste man kann da mit Leuten reden das war ja in Bloodborne auch immer ganz interessant irgendwie okay nee nicht schlecht komm allen geht es schlecht dir geht es auch nicht da besser im schlecht sein ich muss dieses riesen Schwert die ganze Zeit tragen ich habe schon so rote Flecken oben auf der Schulter ja jetzt haben wir glaube ich alles gesehen denke ich so genau sicher bin ich mir auch nicht aber habe ich denn jetzt hm ich habe immer noch keine Abkürzung freigeschaltet und ich könnte mir vorstellen dass da vorne ist eine oh nein warum bin ich denn jetzt hoch zu euch gekommen ich glaube jetzt haben wir haben wir zumindest hier grob alles so eingesammelt ist auch nichts blaues mehr zu sehen die Tür geht nicht auf da einmal hinten rum bin ich gegangen da oben tja das würde mich jetzt nochmal interessieren da oben war ich da oben oder war ich da nicht scheiße jetzt es ist immer so schlimm man sieht dann irgendwas weiß nicht mehr genau war ich da schon könnte sagen dass ich da noch nicht war so nochmal genauer gucken hier lang vielleicht ne auch nicht ne ok und hier irgendwo eine Tür offen und hier auf der Seite ne auch nichts ja ich dachte am Anfang ich kann hier hochlaufen aber ne da vielleicht oh ne auch nicht hm das ist für den Müllmann ja wohl wirklich nur noch scheiße oder der muss die ganze Ecke laufen nur für diese paar Mülltonnen hier könnt ihr die nicht wenigstens vorne an die Straße stellen und warum überhaupt Müllmann warum nicht Müllfrau wo ist da die Gleichberechtigung so genug darüber hinweg getäuscht dass ich keine Ahnung habe wo es lang geht ich gebe offiziell diese Ecke auf ich habe alles hier erlebt ist wie in Hamburg ah ne ernsthaft bin ich falsch gelaufen hä das Spiel wäre nur halb so lang für mich oh es geht ja doch oh Murphy ist ein super cool Polizistiker als Puppet sogar die Petrifikationsdisease kann ihn nicht ich wünsche ich war wie er du sollst gehen damit du nicht die Krankheit von mir ach da hoch ja ich glaube das ist das ist hier richtig ich glaube da ist es äh geht es weiter oder das ist doch die lange die lange Leiter nach oben ja okay dann gehen wir jetzt doch hier lang ich weiß es echt nicht du musst noch mal mit dir reden ach ich bin doch gerade die lange Leiter hochgelaufen okay welches Fenster war das denn nochmal du was tut hallo da husten sie nochmal ach Alter ich weiß wirklich nicht mehr welches Fenster das war scheiße ach Mann ey da ne neben den Mülltonnen ja das war wirklich eine wichtige Information ohne die hätte ich jetzt nicht weiter spielen können aber ich weiß schon man muss dadurch wahrscheinlich die Quest annehmen oder so oh Simon hatte die Lady nicht einen Kompass gegeben der sollte auch zeigen wo du hin musst das wäre eine sehr schöne Idee ja das machen wir gleich mal ähm Taschenuhr Zuflucht Lampe Schleifer Kompasszelle Kompass das 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 nee das das es wäre irgendwie auch komisch wenn es hier ein Kompass gäbe den ich einfach nur einstecken anstellen muss und dann führt er mich überall hin aber ich hätte es jetzt auch nicht ähm da vielleicht das vielleicht aber auf jeden Fall ist es besser gut ja nö scheinbar nicht jetzt aber hier lang das sieht auf jeden Fall nicht gut aus hier ey da ist ja nochmal was okay this must be your first time in the petrification disease quarantine zone for most people this is their last stop you or a good samaritan for coming all the way here and I'm one may I ask you a favor natürlich oh oh nein oh 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 please go to crowd city hall and bring me my baby thank you so much kind one I can finally see my sweet Elena's face again yeah please hurry heart scales spreading across my eyes she said the baby was in city hall should we check it out I hope everybody's safe ja das ist natürlich ziemlich derbe das müssen wir uns mal merken weil ich glaube ich weiß nicht vielleicht faken wir auch einfach ich glaube wir lügen wenn ich mich recht erinnere lügen wir ihr vor dass es ihre Tochter ist weil sie kann schon nicht mehr gucken wenn wir sie wieder sehen was ziemlich cool ist so als Entscheidung innerhalb der Welt weil es geht hier immer so ein bisschen um Lügen was vorhin jemand gesagt hat wo ich mich hinterfrage oder euch hinterfrage ob das stimmt ist ob man nicht fürs Lügen irgendeine Form von nicht Bestrafung aber doch ob sich dadurch was in der Story verändert das würde mich auf jeden Fall mal interessieren weil es wurde gesagt nein aber ich kann mir das fast gar nicht vorstellen ähm okay ich werde nicht gegen dich kämpfen ja wobei wir probieren ja so ein Elektro Ding oh geil okay nur noch die aber jetzt nur noch Elektro haha voll Idiot jetzt habe ich hier Sachen gefunden oh kann ich noch nicht mal mehr ah weil ich das falsch habe ja der Rest ist okay kann man mal brauchen nein das wollte ich nicht aber ist egal weil ich glaube diese Puppenschnur aufladen ist jetzt vielleicht Quatsch vielleicht später gibt es dann mal äh Bosskämpfe wo das sinnvoll ist oder vielleicht auch äh gibt es andere Waffen andere Arme wo das dann sinnvoll ist das nachladen zu können aber bei dem Arm finde ich es doch ein bisschen komisch und irgendwie unnötig aber er macht ja auch Schaden also ist jetzt auch nicht verkehrt ah sie hat die Zeit nicht gereicht ah ok mhm endlich abkürzung baby so muss es sein ah Lügen hat Auswirkung Ich kann mir vorstellen, dass der Mensch in ihm andere Fähigkeiten nutzen kann, als die Puppe in ihm. Könnte ich mir vorstellen, dass man so wie immer so dieses nicht gut böse, sondern einfach so ein gewisses, so ein wechselndes System hat. Warum, hallo! Ich wusste nicht, dass jemand hier leben war. Ich weiß, was du denkst, aber ich bin kein Börgler. Ich bin nur in einem abandenen Haus für ein paar Zeit. Oh, keine Angst, ich werde keine Probleme machen. Wir Überlebte müssen uns auf jeden Fall beziehen. Aber für deine Information, ich habe das nicht. Hm. 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 Da weiß ich natürlich jetzt nicht mehr genau, wie kann ich das nochmal kombinieren, aber ich wollte ja mal Waffen benutzen, ne? Also neue Waffen benutzen. Aber da gehe ich lieber zu dem Original-Heini, dem Waffenmann. Aber dann brauche ich ja so ein Ding wahrscheinlich dafür, ne? Ich weiß nicht, soll ich sowas kaufen? Elektrospulen, Stock? Könnt ihr mal sagen, bitte in den Chat werfen, ob sich sowas lohnt. Benutzbare Gegenstände, da weiß ich wenigstens, was ich kriege. Ich muss ehrlich sagen, diese Elektro-Blitz-Dinger, die waren schon ganz schön, ganz schöner Hammer. Die sollte ich schon alle haben, finde ich. Wie findest du die Gegner-Vielfalt bis jetzt? Ist sie mir nicht negativ aufgefallen? Oh, ich habe das Falsche gekauft, ne? Ne, doch nicht. Ne, brauche ich aktuell nicht. Davon gibt es auch nicht so. Es gibt manchmal nicht so viele, scheinbar. Ah, Griff eines Elektrospulen, Stocks. Also sagt mal Bescheid, ob ich den kaufen soll. Alle Waffen mitnehmen. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Das ist nochmal eine Ansage, da kann ich mit arbeiten. So, wo sind denn meine... Ich habe doch sicher noch ein paar Schecks in der Tasche. Jawohl. Nein, interessiert mich nicht. So, ich will den Stock haben. Laber nicht rum, gib mir den Stock. Einen ordentlichen Stock. Okay, den... Der ist abgesichert. Ähm, was ist hier? Da? Ne, ach da! Okay, hier, ja, ich verstehe. Geil, Abkürzung, okay. Kann ich mit leben? Wahrscheinlich kann ich jetzt aber nicht mehr aufleveln, ne? Dafür habe ich jetzt nicht mehr genug. Ach ja, ist ja nur 99. Ähm, okay. Ich frage mich, ob ich nicht irgendwann das Entschlossene... Ne, ne, das ist schon richtig. Würdet ihr sagen, ne? Na ja, aber Vitalität könnte ich mal langsam. Aber ich meine, im Moment habe ich echt... Finde ich der Level auf 2, also das Aufteilen der Level auf 2 ist eine gute Idee. Hat bisher sich bewährt. Ähm, so. Apropos bewährt. Ich brauche doch ein Schwert. Und zwar hier. Ähm, mit dem neuen Griff vielleicht von mir. Oh, was habe ich da noch? Kopf eines Knüppels der Kratpolizei. Ja, okay. Ah, okay. Aber das Ding macht schon mehr Damage. Aber das Ding hat Elektroschaden. Was brauche ich dafür? Eine Entschlossenheit-Kurbel. Und ein bisschen Ergo. Aber was ist denn die Entschlossenheit-Kurbel? Die habe ich irgendwie verwendet schon mal, ne? Für was denn? Hier vielleicht? Dafür verwendet? Nein, ne? Okay, aber jetzt habe ich, glaube ich, diesmal tatsächlich keine Checks mehr. Die habe ich ja eben schon alle benutzt, ne? Ne, dann komme ich hier später nochmal her. Und dann machen wir das. Bringt ja alles los. Ja. Und jetzt mit dem Aufzug weiter. Aber wir machen kurz ein kleines Päuschen. Nur ganz kurz. Drei Minuten. Und hier kommt die Werbung. Und danach sehen wir uns wieder im Spiel. Und dann ist meine Blase leerer. Und darauf freue ich mich. Bis gleich, liebe Menschen. Bis dann. Da geht es weiter, liebe Menschen. Wir sind wieder hier. Der Stuhl ist besetzt. Und ich entwickle mein Headset. Okay. So. Weiter geht es. Ja, danke fürs Warten. Ich habe noch einen kleinen Cappuccino. Einen kühlen Eiskaffee aus dem Kühlschrank geholt. Was sehr lecker ist. Aber trotzdem Wolwig. Auf Wolwig. Der habe ich auch hier. Aber. Oh. Das hat so eine geile, cremige Kaffee-Konsistenz. Okay. Kurz überlegen. Hier war doch, ich bin gestorben. Und wir wollten ja eigentlich jetzt durch die Tür, die ich geöffnet habe. Wo war die Tür nochmal. Ich glaube, die war ja genau hier, ne. Herunterlaufen irgendwie. Und dann war sie da schon. Platz nicht hier, ja. Mal gucken. Alter, du hast salzige Popcorn, lese ich ja gerade. Ey, das ist jetzt gerade das genau das Richtige. Das werde ich unscheiß. Du hast gerade mir den salzige Popcorn-Jeeper ausgelöst. Der werde ich mir heute auch noch welche holen. Benutzt nicht das Mikrowellen-Popcorn. Diese Lackierung ist sehr ungesund. Aber, salziges Popcorn for the win. Ich glaube, das ist richtig, oder? Ja. Okay. Ich habe doch gedrückt. Habe ich ihm gerade sein Schwer zerbrochen? Ich glaube schon. Hier, oder? Ja, da ist es kaputt. Ha. Ha. Ja. Ja, ja. Wenn die Mama sagt, wir haben doch Schwer zu Hause. Dann sieht das so aus. Komm raus, Jeeperdo. Du hast viel zu antworten. Sie sind entspannt jetzt hier. Sie sind entspannt jetzt hier. Gehe! Ernsthaft? Ich habe mich gerade auf hier eine richtig schöne Geschichte irgendwie... Hm. Kurset, Puppet! Wieder zurück! Okay. Oh nein! Ich muss auch weg. Weg, 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 weg. Okay, erstmal in den Weg. Ich glaube es ja nicht. Ich muss halt wirklich erstmal das Bewegungstiming schon mal merken. Aber das ist auf jeden Fall... So wie ich es gerade mache, ist es nicht. Ah, immer zwei, Mann. Merk es doch. Merk es dir doch. Ich muss auch mehr Y-Long rücken. Das geht eh nicht, oder? Oh, geht im richtigen Moment vielleicht. Ja, cool. Kurset, Puppet! Wieder zurück! 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Jhooo! 3, 2, 3, 2. Ich hab keine mehr! Nein, endlich! Ich hab keine mehr! Ich bin... Ich bin... Endlich... Wir treffen uns, Son. Son, es ist ein Traum, zu sehen, dich so zu sehen. Ich verstehe, warum einige Leute mich an. Ich habe die Puppets gezwungen gemacht. Ich sollte die Verantwortung nehmen als ihrer Macher. Aber um mich zu tun, ich muss die Puppets geholfen in der Stadt. Willst du mir nicht helfen? Geh das. Du findest es die wichtigste. Imposanter und auch intellektueller als der tapsige, dickliche, lustige, weise Gepetto, den man jetzt aus Pinocchio kennt. Aber das ist er. Plus Eselsmaske. Die habe ich auch bekommen. Aha. So ähnlich ging es damals bei Disney. Stimmt, die Eselsmaske. Ich kann die wahrscheinlich auch anziehen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht eventuell die Gefahr anzieht. Ach, immer nur eins. Okay, immer nur ein Amulett. Aber viel mehr. Sonst habe ich jetzt doch das Ding. Kann ich nicht nutzen. Kommt später. Kostüm. Genau. Die Eselmaske. Die Maske, die der verrückte Esel trägt. Es ist die Maske eines Menschen, der blind nach der Wahrheit sucht. Der Wahnsinnige wollte die Wahrheit herausfinden. Doch seine Sturheit geblendet. Durch seine Sturheit geblendet. Erkannte er nicht, dass der Tod nahte. Ja. Esel. Why not Esel? Aber das ist doch voll doof beim Kämpfen, wenn du nur aus einem Auge mit einer Maske rausgucken musst. Also ich weiß nicht genau, ob ich jetzt den Esel unbedingt... Na gut, wir nehmen sie mal, ne? Aber wir nehmen auch... Ne, wir nehmen nicht die kleinen Schuljungenuniform. Die ist mir ein bisschen... Äh... Die Uniform eines vornehmen und würdevollen Internats. Diese Kleidung wurde schon einmal getragen. Die Schuluniform eines berühmten Internats sind grad auf einer eleganten Branche. Ist die Initiale M eingraviert. Äh... Steht für Monofficial. Äh... Oder halt, äh... Jagdbekleidung des verrückten Esels. Sie riecht nach brutaler Gewalt. Das gefällt mir. Der Wahnsinnige, der bereits unheilbar krank war, hatte keine Angst mehr vor den Puppen oder der Versteinerungskrankheit. Er wollte einfach nur die Wahrheit wissen. Den Grund für das Blutvergießen seiner Kollegen. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Andere umbringen, meine ich, natürlich. Da! Und du kommst auch noch dran! Äh... Eselmaske! Äh... Ich glaube, die Eselmaske war auf jeden Fall keine gute Idee. Ah... Das ist aber nicht nett, ne? Ah... Ne, hier kommen wir ja her. Ha... Da blinkt es blau. Man weiß genau. Jede Sau findet hier... was zur Schau. Oh... Endlich! Jetzt ist wieder ein guter Moment, euch zu erzählen, dass ich ja mal in einem Rathaus gelebt habe. Bis zu meinem... Elfeinhalbten Lebens... Ja... Punkt. Mehr gibt es ja auch nicht zu erzählen. Aber wer kann schon das von sich sagen? Ah... Vielen Dank, Sie Arsch! Das geht natürlich nicht. Hab ich denn schon genug... Oh... Potenziell... Ich glaube ja. Ich geh mal zurück. So, über das Weapon-Assemblies-Tool, das du sprach warst. Wenn du noch mehr Weaponen findest, dann versuchen wir sie hier. Mhm. Das würde ich ja gerne mal machen eigentlich jetzt. Wir schauen mal gerade, was hier... Warum das eine? Ich hätte gerne ein Elektro, aber... Ein Endboss... Als End... Als Waffe ist doch auch immer geil. Okay, Entschlossenheit. Daran liegt es. Was brauche ich? Ich habe nur Entschlossenheit. Also B. Entschlossenheit B. Also wird das hier skaliert. Äh... Und die Klinge... Da haben wir keine, oder? Haben wir... Oh, habe ich die jetzt schon gewählt? Ja... Scheinbar schon. Sind ja nur die beiden, ne? Ich mache mir irgendwann auch nochmal eine andere Waffe. Okay. Aber eigentlich wollte ich doch zurück. In einem Brauhaus. Das ist übrigens lustig, weil es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das früher mal ein Brauhaus gewesen ist. Aber der Name Kretschmer heißt ja auch Schankwirt. Äh... Und insofern... Das passt alles zusammen. Interessant. Ich werde meine Waffe nutzen, um dir zu helfen. Nein, ich habe schon wieder getan. Okay. Aber diesmal... habe ich ja noch was... auf der Bank. Nicht viel, aber vielleicht reicht es ja. Oh Mann ey. Warum? 100 Uhr! Das wird nicht reichen. Kannst du nicht die Waffen verbessern, die neue von mir, Dina? Warte mal... Ich muss das... Jetzt liegt es an Ergo. Aber ich muss mir einfach merken, als nächstes wird diese Geschichte verbessert. Vielleicht sollte ich mehr mit ihr reden, dann wird es vielleicht günstiger. Das wäre auf jeden Fall sozialkompetent. Aber wenn ich jetzt hier diese Affenmaske... Ähm... Wenn ich hier diese Affenmaske... Äh... Affenmaske... Diese, äh... Hier... Eselmaske trage... Ich glaube ich kann es auch keine ernsthafte Konversation mit jemandem anfangen. Waffen montieren haben wir gemacht. Legionswaffen wechseln. Da haben wir ja immer noch nichts. Kommt noch. Stargazer machen wir. Rathaus sind wir gleich. Ach, in einem Brathaus hat jemand gefragt. Das ist auch lustig. Oh, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid in Hessen. Mein Kind kreist die Ecke. Kein Witz. Brathähnchen fahren. Bestes Brathähnchen Deutschlands. Und alles andere. Und das Ambiente ist toll und das Essen ist wahnsinnig gut. Und lecker. Ja, aber da isst man auch kein Brathähnchen. Das nimmst du nur als Beilage. Du... Du isst einen portugiesischen Ofenspieß. Brathähnchen-Farm. Da, wo Simon Kretschmann seit 40 Jahren hingeht. Na ja, 30. Sapschig war das von mir. Kann ich dich in die Falle rein? Ha! Ha! Hat das gesehen? Was für ne smarte Aktion das war vom Smartmon ey. Was ist denn hier los? Max IQmon. Bin ich selbst ein bisschen beeindruckt. Bald hab ich die Kohle zusammen für das neue Schwert. Oh! So hab ich's gar nicht gedacht. Aber das hat natürlich total gut funktioniert. Trotz allem ne. Alter, das nen Schlag. Also die ganze Esel-Geschichte gefällt mir sehr gut. Simon spielst du mit aktiviertem RT? Auf Twitter? Ja klar, bei mir mit aktiv, aktiv alles retweetet. Ohne da ich überlege, wer das vielleicht ist für jemanden, den ich da retweete. Das aktiviert das Retweet, oder? Was meinst du? Also RT wäre ja das, ne? So, R-Button ist das. RT ist das. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Wirst du mit mir befreundet sein? Alles hinweg. Jetzt bin ich ganz allein. Ja, da kann sie ja so cool nicht gewesen sein, Baum. Ne, hack den mal weg. Genau, Turbotaste gedrückt. Oh, komplett falsches Timing gerade. Mann! Ich weiß natürlich, wann die hier bekommen, aber manchmal ist das Timing ja dann extra verschoben. Ihr kennt das ja. Soll ja so sein. Aber es erwischt mich dann doch immer. Nein! Die Gier, die Gier! Mach's doch jetzt! So soll's doch sein! Finishen! Oh, hab ich plötzlich vier von diesen, äh, Spritzern. Das finde ich sehr gut. Oh nein! Keine Überlebenden hier. Was machen wir? Just... Gib' ihr das Babypuppet! Ja, das sollte man jetzt wahrscheinlich machen. Äh, ich überlege gerade mal, ob man vielleicht direkt zurück geht. Oder wo man da vielleicht noch warten müsste. Ist hier nicht schon direkt? Ne. Achso, hier geht's weiter. Hm. Sagt ihr mal Bescheid, oder? Ich meine, die Puppe kann man ja zu jeder Zeit... Ihr seid mein Gedächtnis. Ha! Da ich da noch nie drauf gekommen bin. Ich sorsche mein Gedächtnis ab jetzt aus. Ihr müsst mich daran erinnern, dass ich noch diese Babypuppe zurückgeben wollte. Und ihr müsst mir auch sagen, wo ich die abgeben muss. Damit ich nicht ewig rumreise. Das ist unser Deal. Einseitig von mir, aber ihr habt gar keine Wahl. Wir sehen uns sonst vor Gericht. Und dann komm ich in diesen Pferd, äh, in den Pferdekopf komm ich rein. Dann wisst ihr, oh ja, mein Serious Business. Und auch alle anderen so... Oh Gott, der hat den Pferdekopf auf. Der hat den Pferdekopf auf. Ja, ja, hab ich auch gesehen. Das ist ein Pferdekopf, oder? Ne, ich glaube es ist ein Esel. Das ist doch kein Esel, Alter. Du bist der Esel. Dann gibt's voll den Streit. Wegen der ganzen anderen Geschichte. Einfach nur wegen diesem Kopf, ob's Pferd ist oder Esel. Ach, das ist dann allen unangenehm. Die sagen dann, jetzt könnt ihr mal wieder rausgehen. Äh, wir haben hier was. Ich weiß, hab längst vergessen, was wir da machen. Aber wir machen hier was. Maultier, ne? Ist ne Kreuzung zwischen Pferd und Esel. Und dann gibt's nochmal was anderes, was dasselbe ist, nur umgekehrt. Ich hab aber vergessen, wie es heißt. Maultier und Esel. Ne. Maultier. Was ist das andere? Was ist das andere? Wenn hier der Pferd der Bottom ist, oder so. Oder die Mutter. Ich hab keine Ahnung. Fesel. Nee. Muli. Ist es Muli? Ich glaube es ist Muli. Boah. Eine neue Location. Viel Spaß. Wir werden mit den Faceten. Es wird ihn ausgeglichen. intra essa die andere Teigen. Rost TLP hoch. Ich habe seinealls genie mit einem Sch portal. Oh shit, die Bullen Ah Ey, wer hilft da? Sehr gut, wer auch immer, mach mit Krass, ich mein, da hab ich natürlich jetzt offensichtlich Glück Aber der hilft auch ganz schön Komm, mach Ich dachte, das wär's jetzt Ah, okay Okay, das ist ja gerade ein bisschen doof, ne Aber der hat sich auch ein bisschen festgebissen hier An meinem extrem guten Gespenst Alter Ich hab die ganze Zeit das Falsche gemacht Ich wollte was aufladen Und zwar meine extra Angriffe Aber die wurden gar nicht aufgeladen Sondern die Puppenschnur Die aber hier gar nichts bringt Nein, das Gespenst Es ist in seinen Normalzustand Zurückgekehrt Nein, das ist ja unfair Du fängst hier einfach mal so an mit so einem roten Angriff So fangen wir an Oh Mann, ich hab einfach gar nichts Schleifen muss ich auch noch Ah, glag, glag, glag Ja, aber das war ganz gut Das war, finde ich, eine schöne Nummer Von ihm, von mir aber auch Das wird nicht nochmal passieren Schnitt, wie es hundertmal passiert Oh Mann, ich hab das Ah Das war nicht gut Ich fand die Demo schwerer Ich weiß halt nicht Ich meine jetzt man hat natürlich automatisch eine gewisse Vorkenntnis Und erinnert sich auch bei den Bossen an Sachen Ich mach kurz die Puppe Und deswegen Kann Also ich meine ich brauche jetzt immer noch Ich bin bei 3 Stunden Ich hab 4 Stunden gebraucht Das ist schon die ähnliche Zeit Ich checke jetzt vielleicht ein paar Sachen Ein bisschen leichter Aber ansonsten Ist es glaube ich gar nicht so viel Leichter Aber vielleicht Naja ich würde gerne mal jemanden sehen Der das parallel spielt und es mir dann sagt Weil das kann ja auch sein Dass die Zeit da einfach viel verändert hat Moment kurz Boah ich hier wieder beim labern Mich verlaufe Nein hier bin ich hergekommen Was war das nochmal Da warst du Okay Dir kaufen wir jetzt mal geilen Shit ab Kaufen 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 Ah warte ne Ha Aber ich brauche eigentlich erst meine Meine Sachen wieder Weil wenn ich das Wenn ich die 1000 hätte Dann könnte ich mir jetzt unten meine Waffen verbessern Und dann wäre das alles nicht mehr so ganz schlimm Wobei mindestens eins könnte ich machen Naja Aber ich habe auch gerade Er hat ja gar nichts mehr Okay Ich habe auch nicht genug Geld Könnte was verkaufen Egal Komm Aber ich gehe einmal kurz zurück Ach ne ich wollte ja erstmal die Puppen Ich kriege da ja dann auch nochmal wahrscheinlich Geld So wo war das Die Puppe mit dem Man hat so ein Gesicht gesehen War das hier runter Moment kurz überlegen Oder war das hier oben Ich glaube das war Unten Ja Das war unten Ich laufe jetzt einfach durch Das Spiel Ähnelt Steel Rising Ja das ist wahr Steel Rising ist Werden den wenigsten sagt das wahrscheinlich direkt was Aber ja das hat viel Oh Gott ich weiß nicht Wo bin ich hier Bin ich hier gerade falsch Wenn ich hier runterlaufe Das Spiel hat auf jeden Fall Ähm Einen ähnlichen Stil Und ja auch dieses Puppenhafte Ist ja in Steel Rising eigentlich Vorher schon vorgekommen Die Entwickler haben sich wahrscheinlich auch gedacht Fuck Jetzt haben die unsere Puppenthematik geklaut Sogar das Barocke noch Was Was erlauben Äh Japanische Entwickler Aber mein Gott damit muss man leben Und das ist trotzdem Äh Der Spielstil ist Ist nochmal was anderes finde ich Und auch die Gegner und alles Ähm Also es ist nicht wirklich vergleichbar Der Stil ist vergleichbar Ja Okay wir suchen Weiterhin Ähm Schade Was es überhaupt keine Möglichkeit gibt Zu gucken Wenigst die Richtung Wo man lang muss Hier war das War das überhaupt hier Nee ne Ich such das Tor Das Problem ist glaube ich Dass die Abkürzung Einen Weg Zu einer Stelle freigemacht hat Die ganz am Anfang Oder relativ am Anfang war Und dadurch Denkt man da irgendwie nicht mehr dran Und Finde die nicht mehr Oh da Nee da war Oder war da Was Da hier ist das Tor Genau Okay So weit ist glaube ich richtig Na genau Nein Ich bin doch erst Ich muss mir auf jeden Fall gleich mal merken Was Ähm Äh So Ich muss mir merken Wie Ich Hier zu der Abkürzung komme Und äh Was die nächste Teleportstation ist Ähm Weil jetzt Bin ich ja auch gerade Eher an der Stelle Stimmt Ich wollte ja auch gar nicht mehr zurück Ähm Und gar nicht weiter Ich wollte ja eigentlich die Das Fenster suchen Aber Ja Wenn ihr wisst wo Sagt Bescheid Ist das hier vielleicht Äh Relevant Nee ist der Lift Einfach nur Ne Ja Sagt mal bitte Bescheid Soll ich zum Beispiel hier diesem Lift folgen Fenster Zurückgelaufen War das nicht oben Versteigungsquarantänezone Hier war der Kampf Ah doch da oben Ja da ist es ja Ha Genau Der Endbosshof Oder Minibosshof Der Hof wo der Polizist war Ja Okay Hier Ah Du hast sie Ein Kind Oh und ich mit diesem Pferdekopf Da 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 Mein Baby Ich habe dich so sehr Ich habe dich so sehr Du denkst Ist mein Baby Adorabel Puppe! Nee! Sweet Elena, sweet sweet Elena. Die Ohren, ne? Wie sie im Wind wackeln. Immer sagen, was sie hören wollen. Immer sagen, was sie hören wollen. Außerdem habe ich ja das eine Mal gelogen und jetzt habe ich die Wahrheit gesagt. Also ich bin da noch in so einem Mittelweg. Aber ja, ich wollte mal gucken, was sie dann da sagt. Aber ich habe auf jeden Fall bei beiden Entscheidungen was bekommen. Und die Frage ist, weil du gerade sagst, immer sagen, was sie hören wollen. Da ist dann wirklich die Frage, was wollen sie hören? Oder was müssen sie hören? Hier, von diesem vertrauenswürdigen Therapie-Esel. Ding Dong! Ja, was ist los, Mann? Mir geht es voll schlecht. Die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, ich habe Depressionen. Hier ist der freundliche Therapie-Esel. Ich rieche, dass ihr ein echtes Problem habt. Machen Sie einfach das Fenster auf. Ich komme direkt rein. Moment. Und dann kommt schon die Hand, so eine Hufe, so durchs Fenster, reißt alles durch, Gardine runter. Und der Esel kommt einfach in deine Wohnung. Und dann therapiert er dich. Und er wird gespielt von Daniel Radcliffe. Halt wahrscheinlich schon die beste Idee ever. Wahrscheinlich. Jetzt muss ich nur noch zurück. Nachts kommt der Therapie-Esel. Nee, es klingt schon wieder so, es klingt schon wieder verboten. Ich habe irgendwie noch nicht die perfekte Verbrauchs-Gegenstand-Ausrüstung quasi gefunden, die mir wirklich was bringt. Wobei, ich meine, diese Dinger, habe ich denn gar keine mehr davon? Was ist denn der Rest so? Es nervt, dass man nur drei hat. Wurfobjekte. Das ist doch was, was ich haben will. Immer. Immer diese Elektro-Dinger unbedingt. Das Ding hier. Also nur um diesen Grabschhaken da aufzuleveln. Ah, das bringt nichts. Aber vielleicht Attributsleiden kann man überlegen. Oder eben diesen Fähigkeiten von Puppen lädt Fabel schnell auf. Ja, ich würde so gerne nochmal genau wissen, was das eigentlich ist. Das Ding brauche ich eh immer. Okay, dann die Energie. Oh, vielleicht sollten wir das anders machen. Ja. Energie und dann das Ding. Moment. Einmal... Nee, da. Auch nicht. Alles hier ist blau und irgendeine Viole. Wollt ihr mich denn verarschen? Da. Nö. Okay. Und das ist ein Wurfding. Und das andere ist auch ein Wurfding. Die sind aus dem selben Wurf. Nahrung für die Grillenpumpe. Das klingt wirklich extrem obszön nach irgendwas, was aus den Powers geliefert bekommt. Und das dann verleugnen. Hm. Termit ist vielleicht eine gute Idee. Termitbombe. Ja. Jetzt bin ich happy. Kanister. Und Bombe. Zusatztasche kann man aber wirklich auch nochmal was reinmachen. Attributswiderstand brauche ich dann so lange nicht, bis ich es brauche. Was ist das denn jetzt? Todes Ergo zu holen gibt. Reduziert sie den Ergo-Verlust, wenn sie getroffen wird. Das ist also gut. Packen wir uns mal hin. Wenn ich weiß, ich habe keine Energie mehr. Aber ich bin bei einem Endboss-Fight und ich will die Sachen nicht verlieren. Dann muss ich das sehr schnell finden und werde wahrscheinlich dann vorher sterben. Aber dann so in die Richtung. Okay, das ist nicht schlecht bisher. Dann packe ich das... Ah, jetzt bin ich verkackt. Das Ding muss woanders hin. Da nehme ich hin. Ähm, da. Und was ist das? Ähm, Leiden entfernen. Ähm, was ist das hier? Erhöht Widerstand. Ne, dann... Ne, ne. Notwendiger ist, das kann man ja vorher nehmen, ist das hier. Leiden entfernen. Ah, ah, ich brenne. Ah, ah, ah. Ja, tut mir leid, du hast den Eimer Wasser nicht ausgerüstet. Das ist das, was ich nicht brauche. Äh, Pulszelle, Farbekatalysator und irgendwas heilen das noch. Äh, was damit? Lampe. Kann man eigentlich auch machen, ne? Lampe. Scharfes Rohr. Du bist aber ein scharfes Rohr. Oh, danke. Ähm. Keine Ahnung. Geh weg. Da ist immer ganz vorsichtig. Muss man aber ganz vorsichtig sein, äh, was man Frauen da irgendwie in den, äh, auf den Leib schneidert. So. Okay, jetzt aber. Wir haben's fast. Ich hab's nicht vergessen. Wir sind immer noch im falschen Gebiet. Wir suchen ja nur ein, vielleicht kann ich einfach mal so ein Ding benutzen. Äh, das ist doch ne gute Idee. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Da. Naja, das will ich nicht. Okay, dann doch nicht. Aber hab ich nicht irgendwas. Ja, okay, komm. Wir gehen jetzt einfach hin. Ha, war eine halbe Stunde weg, war was besonderes. Die alte Dame hat Besuch vom Therapieesel bekommen, sonst war nicht viel. Das fasst es wirklich erstaunlich gut zusammen. Der Therapieesel, so sollte man vielleicht diesen Part nennen. Ähm, ich werd's heute noch dem lieben Tano schreiben. Therapieesel Folge ist das auf jeden Fall. Wo willst denn hin? Ich will hier zu diesem blauen Schirmständer. Ja, da will ich hin. Und jetzt, äh, will ich zum Rathaus. Ist hier noch irgendwas? Ne. Weil ich hatte ja diese eine Aufgabe. Oh, okay, das ist der Part. Ja, da bin ich ja richtig. Hm, okay, dann geht's einfach weiter jetzt. Ähm, so. Jetzt kämpfen wir wieder. Wir holen uns unsere Seelen zurück. Das schonmal richtig. Und dann werden wir die direkt demonstrieren, damit wir sie nicht wieder verlieren. Und dann suchen wir den Endboss. Ähm, ich weiß, der ist ja hier. Aber ich will... Ich glaub nämlich, dass die netterweise die Seelen hier immer vor den... Vor den Bossen platzieren. Kann auch ein anderes Spiel sein, aber ich glaub, es ist so. Alter. Hat aber trotz seinen Blocken, hat das mir nichts, äh, ihm, äh, Schaden, äh, zugefügt. Das find ich gut. Gibt's dafür eigentlich irgendwas? Punkte oder so? Nee, gar nicht. Okay, komm, einmal nochmal gut investiertes Seil. Nein! Oh doch! Ich vergesse es immer wieder. Ah, ich wollt cool sein. Nein! Doppelt uncool! Dreifach uncool! Komm! Ha! Cool! Coolen ist wieder hergestellt! Alter! Coolen ist sofort wieder verloren! Ah! Es ist ein hin und her. Cool oder nicht cool? Man kann es nicht entscheiden. Man muss abwarten. Was meinst du, Peter? Naja, ich fand, er hat ja eigentlich schon gezeigt, dass er so ein bisschen was kann. Also, er hat ja ein, zwei Sachen gemacht. Er hat mal schon gesehen, er hat das Pfeiming in Ordnung. Äh, das fehlt halt nur noch irgendwie an der Beständigkeit. Ich finde, er ist noch nicht beständig genug. Er muss ein bisschen mehr liefern, liefern. Er muss natürlich dann auch hier entsprechend alles mal ab. Klar, er hat ja versucht, hier irgendwie auch verschiedene Sachen zu, äh, zu zeigen, damit man irgendwie die Abwechslung sieht. Aber er hat das dann nicht gut connecten können. Und, ne? Also, man muss ja dann irgendwie auch, äh, du musst auch die Bindeglieder hinkriegen, äh, sonst wird das nix mit der hohen Bewertung. Das, äh, meine Meinung. Da, äh, dabei bleibe ich, äh, Peter. Ey! Wie crazy wird man eigentlich, wenn man zu lange in so einem Spiel den Weg nicht findet? Das war der Lügenesel gerade, ja? Ja, äh, Kommentatoren Lügenesel, Peter der Lügenesel und, ähm, Klaus Schulzki. Ey, ich bin wieder hier, ne? Jetzt werde ich aber langsam jetzt via ich gleich euch ein. Ach ja, stimmt. Das war eine Abkürzung. Mh, soll ich jetzt echt da nochmal hin? Soll ich da jetzt nochmal da hin? Das ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß noch, wie ich das im, auch, dass der Arm abgetrennt ist und dann so komisch geil verwachsen ist. Sowas mag ich wirklich sehr. Und irgendwas scheint ja entweder unten ausgebrochen zu sein oder ausgelaufen. Ja, ein bisschen wie das Alien, ne? Ein bisschen so wie das mexikanische Alien. Nur halt in größer. In viel größer. Und halt in realistischer. Sieht auf jeden Fall glaubwürdiger aus hier. Äh, ich hätte mir das so gewünscht, dass das echt ist. Naja. Äh, okay. Aber diese Symbolik. Äh, und dann dieser Arm, dass der halt abgetrennt ist und dann nach oben verwachsen ist. Da, irgendwas steckt dahinter. Und dann natürlich diese Kristalle und die Blasen und so. Äh, ist ein schönes kleines Detail, wo man sich zum ersten Mal fragt, hä? Äh, was genau ist jetzt eigentlich diese Versteinerung? Das scheint sie ja zu sein. Aber wie, wie lange lebt man währenddessen? Was macht das mit einem? Hm. So. Ich suche ja noch, aber was war's eigentlich? Ich hab's original jetzt doch vergessen. Den Enforce, ja. Ich wollte vorher erst nochmal ein bisschen Seelen sammeln. Ach komm, mach mal kurz mal. Weil dann... Das wäre echt gar nicht so schlecht. Kann ich mir direkt ein Upgrade kaufen. Außerdem soll ich eh mehr Y nutzen. What? Wer erlaubt dir noch zu leben? Ich entscheide, wer lebt. Und wer sein Leben verwirkt hat. Das hier ist meine Welt. Ihr lebt nur darin. Was? Wobei ich sagen muss, eigentlich sind sie am Ende. Am Ende kommen sie mit jedem Safe wieder. Das heißt, eigentlich ist es ihre Welt. Und ich versuche mich einmal durchzukämpfen. Und denke dann, ich hab das geschafft. Aber die müssen den Shit leben. Du hast nur die Seelen benutzt. Ich war in ihnen geboren. Ich wurde in ihnen geboren. Moldet durch sie. So. Alter. Ich werd fertig. Was ist denn hier? 1500. Und immer noch keinen wirklichen Weg gefunden, ne? Aber wir haben immerhin gut Punkte gemacht. Hier waren wir ja auch schon. Da ist immer noch der. Den werden wir uns jetzt mal auch vorknöpfen. Warum eigentlich nicht? Die ganzen Specials hebe ich mir aber echt auf. Also die Items. Äh. Du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Da. Ja, man merkt schon, dass das natürlich was bringt. Die ständigen Upgrades. Ähm. Von denen ich mal aber langsam jetzt auch mal. Oh, man sieht's. Das ist ja. Jetzt merke ich das. Das ist ja ein gutes Feature. Dass man oben direkt sieht. Wenn man genug hat, um ein Level Up. Ähm. Ist irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das bei Dark Souls. Vielleicht irgendwann auch schon so der Fall ist. Aber jetzt gerade finde ich das. Ist das ein sehr. Ne. Sehr nette. Quality of Life Geschichte. Äh. Dass man das einfach sieht. Ah. Es war so schön. Na endlich. Da liegt es nämlich vor der bösen Tür. Eine böse Tür. Äh. Ah. Da sind die Gespenster. Kommen die her. Äh. Ja eigentlich. Ne. Wenn ich jetzt. Aber ich habe später so ein bisschen weniger Energie. Das ärgert mich. Deswegen will ich zumindest. Oder? Ich meine. Warum sollte ich denn jetzt so halb fertig. Äh. Ne. Da jetzt da hingehen. Das ist doch ein ganzes Energieding. Was ich dann verliere. Wenn ich da jetzt einfach so gönnerhaft reingehe. Äh. Plus zwei Upgrades die ich mir holen kann. Dann. Also wo ist die scheiß Abkürzung. Alter. Wo ist die scheiß Abkürzung. Wand. Komm jetzt. Entlocke. Ich entlocke dir. Deine Geheimnisse. Äh. Kirche. Aber vielleicht ist es auch weiter hinten. Das bestimmt nicht einfach in der Kirche. Vielleicht hier oben. Ne. Sieht einfach nicht so aus ne. Als ob hier. Ist das echt der ganze Weg den ich gerade gerannt bin. Muss ich den jedes Mal wenn ich gegen den verliere rennen. Ich lebe ja damit. Aber ich. Irgendwie ärgert mich das. Hier ist was. Das reicht nur. Und das. Okay. Hier ist der Hauptweg. Hier kommt jetzt die Abkürzung. Ach ja. Wir haben die ja schon. Geil. Okay. Dann muss ich jetzt mal rausfinden wo ich hier starte. Da. Oh Gott. Das ist ja wirklich super. Leute. Ich weiß. Ich habe mir einen Sieb. Aber. Wirklich. So viel. Da kommt so viel wie bei Kelly Bundy. Auf der einen Seite wird so viel reingedrückt. Jeden Tag. Und dann muss immer wieder auf der anderen Seite irgendwas rausfallen. Und ich kann nicht entscheiden worüber rausfällt. Ich kann nicht entscheiden. Dass ich jetzt für die nächsten Jahre an diese dummen mexikanischen Aliens denken muss. Und dabei andere wichtige Sachen nicht weiß. Hm. Leveln. Genau. Ich muss darauf warten dass diese Aliens von sich aus da raus purzeln. Auf der anderen Seite. Es ist schon leicht verwirrend hier anfangen. Ja stimmt ne. Find ich auch. Aber auch nicht schlecht designt. Ne es ist nicht wirklich schlecht designt. Aber. Also. Man hätte hier und da vielleicht mehr so visual clues in Form von. Ich sag jetzt nicht Neonröhren. Sondern. Ähm. So markanten Morden oder so. Irgendwas. Leichenhaufen oder irgendwas markanteres. Dass man noch mehr die. Die. Die Ecken wirklich erkennt. Aber an sich merkt man schon dass da viel. Gedanken reingeflossen sind. Finde ich. Also ich bin doch nicht sauer oder so. Aber ich verlaufe mich einfach echt mehr hier als bei anderen äh Spielen. In der Richtung. So. Diesmal mache ich es richtig. Wir haben ja noch was über. Und gehen aber erstmal. Zu ihr. Ich nehme die eine Waffe oder? Hier. Ah. Wobei. Könnte ja sein dass jetzt als nächstes brauchen wir den Elektrostock. Das klingt schon gut ne. Komm machen wir. 2 von 4. Ah ok. Das mache ich damit wir den als nächstes nehmen können. Einen kann man mal reinstecken. Ich kann. Habe die Waffe aber noch nicht ne. Das ist so ein bisschen das dumme daran. Oh. Hätte ich das nicht gemacht. Hätte ich das noch. Ne auch nicht. Habe nur einen bisher ausgegeben. Ok. Dann fühle ich mich nicht schlecht. Was haben wir hier noch. Ne will ich nicht. Äh. Wobei man schon eigentlich mal so den neuen noch bauen könnte. Ne. Aber dafür habe ich doch gar nicht. Gegenstein ist bereits auf einer anderen Waffe montiert. Ok. Das geht nämlich nicht. Ich brauche eine andere Klinge. Ok. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Äh. Ja. Ich habe leider immer nur noch keine Lust mit dir zu reden. Mh. Du verkaufst doch auch irgendwas. Willkommen. Also wenn ihr sagt die Dinger sind wichtig. Und ich habe gerade 800. Ich bin so dumm ne. Ich habe welche verkauft. Dann kaufe ich sie alle. Wenn ihr sagt die sind wichtig. Dann gebe ich ab jetzt mein Geld nur noch für Zahnräder aus. So blind glaube ich euch. Ok. Ich glaube jetzt sind wir extrem ausgestopft mit allem. Und jetzt gehen wir raus. Durch diese Tür. Das ist die Tür. Da gehen wir jetzt raus. Durch die Tür. Hmm. Nee. Oder? Es ist die falsche Tür. Okay. Hinten raus. Oder einfach... Nö, einfach teleportieren. Ja, genau, weil vom Rathaus kann man ja jetzt die Abkürzung nehmen. Die Abkürzung. Sie bringt uns schneller von A nach B. Sie ist quasi ein Weg C. Sie ist die Abkürzung. Abkürzung in Souls-like. Abkürzung. Entschuldigung. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich bin hier jetzt seit dreieinhalb Stunden. Ich weiß, wo sie ist. Hört auf. Ich höre euch. Da. Oh, der Chat sagt gar nichts. Der Chat ist voll okay damit. Alles nur in meinem Kopf. So. Nee, 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 nee. Nee. Ja, da ist es. Wie gefällt es bisher? Ich finde es... Also auf jeden Fall spaßig, unterhaltsam. Wenn überhaupt ein Kritikpunkt, dann, dass es manchmal ein bisschen unübersichtlich ist. Das soll sich später aber legen. Da kann ich kaum, kaum was Negatives sagen. Ich meine, noch bin ich nicht gefrustet bei den Endgegnern. Also ich bin da noch relativ flexibel im Moment, was meine Meinung angeht. Ich kann auch schnell wütend werden dann, wenn man zu lange bei einem hängt. Aber im Moment habe ich das Gefühl, man kriegt zu. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Ha! Was mache ich bei Rot? Sag mir nur mal das. Das würde mich echt interessieren. Ich meine, ich kann ja eigentlich nur wegrennen, oder? Ah, nein, wir haben einen Fehler gemacht. Au, warum kriege ich zu viel ab? Du kämpfst doch mit dem anderen! Dafür ist der doch da! Autschi! Autsch! Oh, das hat doch hingehauen! Oh, das hat geholfen! Ah, das jetzt nicht, aber... Das war ja krass, wenn er rot ist... ...hilft! Was habe ich gemacht gerade? Autschi! 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 Ey, ich sag mir... Alter, ich bin der allerbeste! Und der Geist war auch nicht schlecht. Sag mir mal bitte, was ich gerade nochmal gemacht habe. Der war rot? Und dann habe ich was gemacht? Der war rot? Habe ich da diesen R2 gerade gemacht? So viel gedamaged, bis er groggy ist, hast du gemacht? Ach, das war genau in dem Moment, ist er gestackt. Okay. War ja gar nicht schlecht, ne? Zweiter Versuch. Ich weiß letztes Mal, ob ich richtig lange gebraucht, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob ich einfach nur schon ein bisschen trainierter bin oder ob das Spiel ein bisschen leichter geworden ist. Ich könnte es euch echt nicht sagen. Kann gut sein. Würde mich nicht wundern, wenn es jetzt anders ansteigen würde vom Schwierigkeitsgrad. Wenn die Demo einfach als kleiner Arschkick auch an die Leute war, die dann die vier Stunden durchgespielt haben. Was ich auch sehr cool fände, wenn es so wäre. Weil dann gäbe es so zwei Bosse desselben Typs. Eine ist der aus der Demo und der andere wäre der normale. Fände ich auch schön. So, das ist die Kraft des Therapieesels. Wahrscheinlich schon. Ich finde auch... Erzählst, was ist dein Problem? Erzählst dem Therapieesel. Aber du musst die Augen geschlossen halten. Die ganze Zeit. Ich will jetzt aber noch nicht... Ich komme ja gerade von da, nur... Oh, warte doch. Ich muss ja einmal leveln. Oh, was ist hier? Ist hier auch noch was? Wir gehen erstmal ins Hotel. Aber da war die... Irgendwas haben wir gerade bekommen, ne? Irgendeine Schriftrolle. Die können wir jetzt abgeben. Simon ist zu Elden Ring und Dark Souls gestählt. Der frühstückt das Spiel einfach auf einer Arschbecke weg. Ja, also ich... Zumindest seit meinen nicht so ruhmhaften Tagen mit Sekiro und Nils hat so mein Timing-Game hat sich auf jeden Fall verbessert. Das ist eine Sache, die habe ich wirklich gelernt. Auch weil die Spiele das immer besser benutzen. Also man hat immer weniger das Gefühl, dass man irgendwie auch so ein bisschen lernen muss, wie das Spiel es haben will und mehr einfach nach einem Rhythmus geht, nach dem, was man auch sieht. Dark Souls 1 zum Beispiel war das, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Glaube ich. Warum machen wir nicht ein Legion-Arm mit dem? Mr. Venini ist der Experte, wenn es zu Legion-Arms geht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich einen machen kann. Die Puppets werden einfach durch Elektrizität verbrannt. Wenn du einen elektrischen Legion-Arm benutzt, wird das dein Leben leichter machen. Ein Full-Minis. Jetzt habe ich endlich mal eine andere Legions-Waffe. Ändern. Oh ja, geil. Eine Legion-Uh, Entschlossenheit B und der Stahlarm also auch B. Aber der ist natürlich nicht so geil wie das. Eine Legions-Waffe, die mächtige Elektrizität enthält, sammelt Elektro-Blitze und entlädt einen Elektroschock. Wow, genau das, was ich gerne hätte. Wirklich. Blitze werden seit der Antike als Gottes Autorität und Zorn interpretiert. Jetzt steigt Gottes Zorn auf die Erde herab. Ha, jetzt habt ihr jetzt davon. Und wird eingesetzt, um Stehleine Monster zu vernichten. Das steht in der Bibel aber nicht so. Ähm, aber, Alter, damit kannst du auch flexen im Club. Vor allen Dingen, er ist weiterhin der Esel. Er ist der Therapie-Esel. Und du weißt, was passiert, wenn am Ende in der Therapie, ähm, nichts erreicht wird. So. Äh, das ist jetzt alles, was ich machen kann. Ich dachte, ich kann da noch so kleine Slots besetzen. Toll. Schöne Sache, Esel des Zorns. Ha, ha, ha. Ich mag den immer mehr. Ich mag den wirklich gern. Äh, es war eine gute Maske mit dem Esel. Ich hoffe, das ergibt nicht irgendwann Schaden, dass ich das so gerne mache. Hm, warte mal, hab ich hier... Okay. Okay. Ich wollte aber doch eigentlich... Genau, das wollte ich doch. Nee, ich will ja das. Ach, die Mondsteine. Nee, viel kann ich da echt nicht machen. Ich dachte gerade noch, ähm, da wäre was übrig. Na gut, dann muss ich das wohl jetzt wirklich in Level investieren. Sie steht mittlerweile auch ein bisschen woanders, damit ich auch merke, dass sich was geändert hat. Er kann gar nicht warten, um dich zu sehen. Aber das mache ich immer alleine und dann weine ich auch, weil es nicht gut ist. Man soll es nicht machen. Sagt die Bibel. Was denn jetzt? Ich bin bereit, ja, wenn es sein muss, aber ich darf die Eselmaske anbehalten. Oder? Ach so. Mein Gott. Was passiert denn da? Ihr seht das auch. Ihr seht das auch. Bitte, geh, save' ihn und shut down the factory. P-Organ sind die Grundstück deiner Macht. Schleif die Quarte, um die Kraft zu bekommen, die du brauchst. Das ist auf jeden Fall neu. Ich bin bereit. Remember, das Hotel ist das letzte Spiel in Kraft. Es ist unser einzige Refuge in einem Stadt, voll von perils. Es wird extrem gefährlich, wenn jemand etwas mit Schleifern hat. Schau auf, wer über diesen Ort erzählen. Besonders, wenn sie Stalker oder Alchemisten sind. Schau auf gefährlichen Menschen. Und immer ein guter Junge für mich. Es wäre ohnehin für andere jetzt Werbung gekommen. Ihr kriegt kurz mal den Stuhl und danach sehen wir uns wieder hier. Bleibt bitte dran und dann geht es weiter. Wieder da und hinter uns ist das, Moment, so, ist das große Tableau der Verbesserung, denke ich mal, oder? Ja. Wir haben zum Glück ein bisschen Quarz. Wir wollen auf jeden Fall die Pulszellen erhöhen. Okay, Moment, Moment, ganz kurz erst noch mal schauen. Also, wir haben hier das erhöht überwältigbar Zeitfenster. Wir haben ja gesehen, dass das manchmal eng ist. Fabelschlotz sind zu viel Schlotz. Peter Schlotz. Erhöht die maximale Anzahl an den Fabelschlotz. Okay, das ist so krass. Nee, eigentlich wollte ich hier rechts mal. Ich wollte mir das mal angucken. Ernsthaft? Was ist denn, wenn ich jetzt nur da das mir rechts angucken will? Da jetzt rechts. Wie komme ich denn dann da hin? Ich drücke nach unten, okay. Da. Aha. Kettenausweichen ermöglicht ein weiteres Ausweichen während einer Ausweichbewegung. Das will ich haben. Äh, so. Und da kann ich was reinmachen jetzt? Das muss ich wirklich erstmal raffen. Was in meinem Herzen schlummert alles. Ähm. Natürlich Angriff verbessern. Fabelkünstler verbessern. Überwältigt Dauer erhöhen. Das sind die. Okay. Das sind verschiedene Extraslots. Okay. Ihr seht ja selbst, ne. Was das alles ist. Ähm. Oh. Legion wird bei Eliminierung von Feigen geladen. Lädt eine gewisse Menge an Legion, wenn ein Fand eliminiert wird. Das ist immer geil. So fast ist immer gut. Auslaufverbrauch für Ladungsangriffe verringern. Farbeladung für perfekten Block. Es passiert bei mir zu selten. Äh. Dann was über die Waffen. Okay. Auch nicht schlecht. Legionsmagazineffekt. Ladeeffekt von Legionsmagazin auf. Erhöht Ergo nach Besiegen eines Feindes. Oh. Das ist auch verlockend, ne. Mehrverbrauchsgüter. Da habe ich mich vorhin noch beschwert. Jetzt kann man das verbessern. Naja. Schwierig. Ey. Okay. Was hätten wir hier nochmal? Ähm. Erhöht den überwältigenden Angriff von Ladungsangriffen. Wertet den Angriff von tödlichen Angriffen auf. Wertet den Angriff von Farbelkünsten auf. Erhöht die überwältigende Dauer eines Feindes. Okay. Das sind auch die vier, die ich schon habe. Oder ich könnte die nur jetzt verbessern. Vielleicht kann ich das gar nicht und muss das wo reinlegen. Ich muss mal gucken, wie das hier gleich läuft. Lebenstyp verbessert. Block Regeneration Wiederherstellung. Ja. Es sind alles gute Sachen. Es fällt mir wirklich schwer, mich da zu entscheiden. Ich habe ja nur einen von diesen oder zwei vielleicht von diesen Quarzen. Zwei habe ich. Ähm. Ach shit. Und wenn du nur zwei zu Quarzen hast. Ich meine, wenn du nur zwei Quarz hast, dann musst du die rationieren. Die müssen die halten. Über den Tag. Ich weiß es einfach nicht. Schaden bei Entladung verringern. Ja. Vergebt den Schaden beim Ausweichen. Okay. Ich mache jetzt was. Okay. Sorry. Aber es fällt mir echt nicht leicht. Ich glaube ich mache das. Da wird was geladen beim Eliminieren. Und dann kann ich das mehr benutzen. Oder? Sagt mir nur eins. Ist eine Legion. Ist eigentlich egal, ob das der Arm ist oder ob das eine andere Geschichte ist. Ist eigentlich egal. So. Wird aktiviert. Und das ist interessant. Weil das hängt jetzt mit der Fähigkeit Ketten ausweichen zusammen. Oder wird. Ich habe quasi so viele wie ich hier diese Geschichten habe. Kann ich Quarzen nutzen. Anders kann ich es mir auch gerade nicht so richtig erklären. Ähm. Okay. Es ist nur offen gesagt hier mit dem. Du kannst quasi digital. Es ist ein bisschen schwer sich so durchzuwurschteln. Analog geht es. Aber digital ist ein bisschen komisch. Was könnte ich denn jetzt hier machen? Könnte ich da jetzt auch was. Was steht hier nochmal? Fabelslauts hinzufügen. Okay. Pulszellen erhöhen. Das ist ja eigentlich das was man unbedingt braucht. Mal gucken ob das dann klappt. Ob ich dann hier jetzt sowas reinbauen kann. Block. Regeneration. Pulszellen. Ähm. Sowas hier. Legion. Haben wir schon. Legionsmagazineffekt. Ah. Okay. Also weiß ich. Was in Legion ist. Das ist hier die. Der Grabstand. In dem Fall glaube ich. Gewesen. Also L. Erhöht Ergon. Ja das will ich schon haben. Lieber früh als später. Weil man weiß ja. Dass man das. Dann das ganze Spiel überbekommt. Und das lohnt sich. Danke Opa. Ja. Also du willst nochmal reden. Komm. Na ja. Gut. Soll ich. Soll ich mal alles abfragen. Ich frag mal alles ab. Ich frag mal alles ab. Und äh. Ja. Warte auf euch dann. Ich frag mal alles ab. Ich frag mal alles ab. Ich frag mal alles ab. Telefon. Er gibt eine Sancturie für viele Flüchtlinge da. Die Sache ist, dass ich mit ihnen verloren habe. Vielleicht ist keine Nachrichten, aber ich bin ein Verständnis. Und wenn die Puppets auf die Kathedrale gegründet werden, könnte es gefährlich sein sein. Geh, save den Archbishop und die Flüchtlinge, bevor es zu late ist. Ich weiß nicht, was passiert in der Mallum. Die Brötchen Brötchen verabschieden die Flüchtlinge. Das ist alles, was ich weiß. Es war immer eine Flüchtlinge, aber es hat sich in Anarchie, oder schlimmer. Ich höre rumorenen von monstern durch die Flüchtlinge. Die poor Leute. Sie brauchen deine Hilfe, son. Rosa-Isabelle-Street ist ein Verständnis der Puppets. Es ist ein Verständnis, wo die gefährliche Puppets rungen. Ich glaube, es ist das Episentrum der Puppets-Frenzy. Nach allem, habe ich dort die stärkste Waffe der Ergo gesehen. Es ist besonders für jemanden, wie du, wie du. Und dazu diese Maske, ne? Und dazu diese komische Maske. Äh... Es ist besser, es einen Schritt gleichzeitig zu nehmen. Okay, so. Äh, Moment da. So. Ich, äh... Äh, das ist immer so blöd, weil diese Kamera ist ja jetzt dadurch, dass ich überhaupt der Werte sein will, die ihr sehen wollt, ist jetzt so mitten im Bild. Ich finde das immer mega irritierend, wenn man dann so nach so einem komischen Eumel da irgendwie so halb noch... Nicht mal... Mich macht das eh so... Mein innerer Monk wird wahnsinnig, wenn ich, äh, wenn ich sehe, wie das so in der Ecke ist. Aber es passt halt in den Cutscenes überhaupt nicht rein und nimmt euch vielleicht ein bisschen Atmo. Deswegen, ähm, habe ich mir endlich mal so einen neuen Layer geholt. Das geht mir schon lange auf den Sack. Äh, so. Natürlich werde ich mich da reinsetzen, denn es ist ja der... Der Stuhl. Und das P im Stuhl des P-Organen... Ne, ach, da kommen wir ja her, das haben wir ja schon gemacht. Aber Moment, Form ändern. Das war vielleicht nochmal was anderes. Ähm, das haben wir nämlich eben nicht gemacht. Ich finde es gut, dass der Therapieesel immer erst alle aussprechen lässt und nichts sagt. Fehlt nur noch die Rechnungsübergabe am Ende und es ist wie in echt. Äh, da war jemand auch schon mal bei der Therapie. Keine gespeicherten Formen. Okay, dann haben wir halt noch nichts. Ein... Okay. Vom Rathaus in die Fabrik. Also er ist so ein bisschen der Da Vinci dieser Puppenwelt, wenn ich das jetzt mache. Oder eher so ein Steve Jobs, ich weiß nicht. Dazu müsste ich seine Präsentation sehen. Also ich wette, Da Vinci hat ganz schlechte Präsentationen gehabt. Weil da war ja noch... Powerpoint war noch ganz, ganz jung. Ähm, aber hier ist das schon ein bisschen besser, denke ich. Aber... Wir wissen ja jetzt, was wir brauchen oder haben. Den Schlüssel und müssen beim Rathaus hin. Merkt es euch mal. Ihr werdet es mir gleich sagen müssen, wenn ich es vergessen habe. ... ... Yes, you can pet... No, you can't pet the cat. Can you pet the cat? No, you can't. ich meine jetzt werde ich direkt mal was ausprobieren und ich feiere die Entwickler, wenn das dann geht muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre ich sehr persönlich angetan aber das erwarte ich von niemandem wie kann ich es ablegen, so, abgelegt angelegt, abgelegt da, jetzt bin ich wieder ein netter junger Mann jetzt möchte ich mit dir nochmal nochmal neu versuchen aber wenn ich eine riesen Maus hätte ne, sie will einfach nicht ne, aber ich muss sagen der Esel hat mir besser gefallen, das ist natürlich scheiße wenn das jemand über dein Gesicht sagt aber zieh doch wieder den Eselkopf aus oh, nicht schon wieder den Eselkopf, doch, doch zieh den Eselkopf auf du kannst die Kleidung, brauchst du nicht dein ganzes Eselkostüm, nein, zieh doch den Eselkopf auf ja, leg dich da auf ins Heu, leg dich da warum legt denn hier Heu, als Maul legt dich ins Heu oh was scheiße, gerade jetzt geradet von Rocket Beans oh, das tut mir leid es tut mir sehr leid dass ihr das miterleben musstet das ist also auch ich weiß auch nicht was da passiert ist, Simon ich weiß auch nicht ja, keine Ahnung du wolltest es ja so seht ihr es ist ich bin machtlos mein Name ist Superidiot okay, da sind wir wieder wir spielen immer noch das wundervolle live auf Tai oder wie ich sage Moment, ich bin ruhig trügel die 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 schweig schweig Die Betrification-Disease späht zu schnell und die Puppets rampagen überall. Keiner weiß, was das Disaster causiert. Jeder in Krott ist nur versucht, um zu überleben. Das ist deshalb, dass ich dich gefunden habe. Unsere einzige Hoffnung, Geppetto's Puppet. Wir beide sind unig. Ich kann den Power der Ergo-Einheit, den ich benutze, um auf dich zu holen. Das ist alles, was ich für heute sagen kann. Bitte, save Krott. Ich werde. Live and let pie! Live and let pie! Live and let pie! Live and let pie! Ich bin voll überrascht, dass die so einen abgefahrenen Soundtrack im Spiel eingebaut haben. Dass die so es echt sich trauen, mal so richtig crazy zu gehen. Und dann diese komische James Bond, live and eat pie? Was? Live and let pie? Das einfach so einzubauen. Immer, wenn du, immer, immer sobald du was kaufst oder ein Gespräch beendet ist, kommt das. Wie so ein Jingle. Und ihr seid ja neue Rocket Beansies. Aber wir fragen uns das jetzt schon seit vier Stunden, ob das deren Ernst ist. Ihr Chat kann das bestätigen, wie das jetzt, dass wir uns schon kaputt gelacht haben. Das ist ja für mich irre. Ich gehe jetzt aber erstmal darüber. Das klingt sehr gefährlich. Geppetto normalerweise ist nicht so schrecklich. Die Schmerz des seiner Gräufe kann sich verweigernisieren. Oh, äh, äh, ich hätte nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Du und Geppetto sind immer willkommen in diesem Hotel. Geppetto ist auf der zweiten Flüge. Du kannst du nachher, wenn du gerne möchtest. Levin' Lad Pie, äh, Levin' Lad Pie. Jetzt geben wir erstmal den Kram zurück. Warum Souls-Killer? In meinem Beschreibungstext meinst du? Ja, weil es gerade Souls killt. Oder hast du mal, hast du mal Souls irgendwo in letzter Zeit gesehen? Eben nicht. Alle spielen nämlich, äh, Life of Pie. Ich bin da und suche jetzt. Jetzt müsst ihr mir helfen, liebe Menschen, die sich schon weiter auskennen. Ich suche den Ort, an dem ich diese Geschichte abgeben kann, die ich da scheinbar eingesammelt habe. Warte mal. Was war das denn nochmal? Was war das denn schon wieder? Mann, ich hab so viel Zeug in den Taschen hier. Da hab ich noch den extra langen Arm. Äh, ist hier was? Oh, ich hab noch ein zweites Amulett. Das, äh, gut, dass man ab und zu mal reinguckt. Ähm, was hier, äh, verschiedene Gesten. Okay. Also, Schlüssel zum Inhof des Rathauses von Kratz. Ja, wissen wir. Wissen wir, wissen wir. Also, nee, das vielleicht nicht, aber wir haben einen neuen Schlüssel. Aber, wir wollen hier, ist es die Puppe, nee, die Pfeife. Die Kinder pfiffen nach ihren Freunden. Sie, man mag ihn als Versager abgetan haben, aber zumindest in diesen Momenten war er der Polizist der Kinder. Wow, das, ich weiß jetzt schon die Geschichte, ohne dass ich genau weiß, um was es eigentlich geht. Aber das ist, ähm, dafür ist die, glaub ich, da, oder? Sag mir doch mal Bescheid. Die Pfeife hattest du aufgesammelt. Genau. Und die kann ich jetzt hier in diesem Gebiet, kann ich die benutzen. Also, kann ich da irgendwie, ähm, mit Kindern oder irgendwas, ähm, nach Kindern pfeifen? Ich hoffe, es ist legal und nicht so Rattenfänger von Hameln mäßig. Aber ich hab hier auch keine Kinder mehr gesehen. Also, ich glaub, es ist einfach nur... Ich weiß es nicht. Vielleicht das andere Fenster. Ja, diese Nebenaufgaben kommen klassisch gerne aus Fenstern. Aber find die mal wieder, das Fenster. Die weinen ja immer, ne? Da ist ja immer was am Rumheulen. Äh, Geppetto ist es? Achso, nee. Okay, ich verstehe. Das ist natürlich der, äh, der Pädogag mit Geppetto wieder. Ja, ich kann ihn auch nicht anders. Er ist leider echt so... Ich mein, solange Elon Musk das nicht auf Twitter schon raushaut, auf Xitter, dass, äh, Geppetto und Pädow ist. Geppedo, Hashtag Geppedo ist es noch unter der Wahrnehmungsgrenze. Alter, du bist gleich auch unter der Wahrnehmungsgrenze, mein Freund. Hat der mich mit seinem großen Ofenstiefel hier einfach vor allen Leuten peinlich? Also wir suchen nur zur Erklärung. Ich weiß, wo ich weiter hin muss. Aber wir suchen immer noch so eine Art Fenster. Irgendwas, wo jemand mit uns reden konnte. Hier vielleicht. Sowas suchen wir. Äh, beim ersten Fenster hat, äh, dich über Spielen geredet. Also, ich, ich glaube, eins der ersten Fenster. Aber was meinst du? Die beim ersten Fenster. Ähm, ja, okay. Ist natürlich auch jetzt blöd von mir, das zu fordern. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ob du die, sag mal, ob du die beim Start, ähm, bei diesem Start, beim, beim Lagerfeuer, beim Bonfire meinst. Ah, komm, ernsthaft? Ärgerlich, ey. Hier war ich ja schon. Da kam ich nur immer von der anderen Seite. Fenster waren noch Straßen wieder. Okay, gut, das ist gut zu wissen. Das hilft schon mal. Aber dann gehe ich doch erstmal hier runter. War, glaube ich, bei der zweiten Abkürzung. Ai, 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 okay. Ich verstehe, was ihr... Äh, also es ist schwer. Ja, jemandem, äh, das zu erklären auch. Weil, ja, okay, welche Abkürzung und so. Wieso geht es ewig weiter, bis ihr mich im Grunde wie in Twitch Plays, äh, einfach selbst gut spielt. Aber ich wäre besser als der Goldfish. Das möchte ich mal sagen. Das ist jetzt meine Aufforderung. Dieser Twitch Plays Goldfish. Der hat ja gar keine Ahnung von Gaming. Ich bin der viel bessere Gamer als der Twitch Plays Goldfish. Mark my words. Ich nehme jedes Battle gegen den Twitch Plays Goldfish an. Der kann auch gerne seinen Bruder mitbringen. Wie ist es? Sehr schönes Spiel. Ja, okay. Ihr sagtet ja Bodenlevel. Frage ist, wie immer, wie komme ich möglichst schnell nach unten. Ich meine, ich habe schon eine Idee, wie ich schnell nach unten komme. Aber das funktioniert in dieser Art von Spielen nie. Das ist immer hinterhältig, wenn du einen lustigen Gag und ein bisschen runterfallen willst. Dann landest du nämlich immer wirklich bis tot und hast 6000 Seelen verloren. Nee, nicht mit diesem Oktopoden. Mann, ich sammle einfach nur die ganze Zeit Punkte. Ah, hier vielleicht. Nee, auch nicht. Man weiß ja auch nicht, wann man schon an den Locations vorbei ist, die noch zählen auf der Karte. Wann man quasi schon einen Schritt weiter ist, eine Ebene hier. Aber ihr meintet runter. Ja, da vorne ist, glaube ich, endlich so ein Ding. Aber ich wäre mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich unten ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mal hier ist. Okay, da. Da ist nämlich das Ding endlich. Das ist wirklich direkt, das ist wirklich straight aus einem Horrorfilm, oder? Der, der, haben wir da, mir tut es richtig leid, ich bin auf der Seite von dem Butler. Aber es wäre ein guter Horrorfilm, mit so einer Eselmaske und dann die Stimme von Eddie Murphy. Der hat ja Esel gesprochen in Track. Okay, jetzt sind wir ein Level weitergekommen, eine Ebene weiter. Das bringt uns aber nicht weiter, denn da waren wir ja überall schon. Also hier werden wir es nicht mehr finden, aber dann vielleicht jetzt hier auf dem Boden. Einfach in diese Richtung mal weitergehen. Die Kraft der Liebe, weil es eine Anziehungskraft ist. Ist das nicht der Plot von Interstellar? So. Da. Immer noch nicht auf. Geht immer noch nicht auf. Das Ding. Krass. Autsch. Es ist und bleibt verschlossen. Okay, wir suchen, ich weiß, wir suchen weiter die... Fenster, ne? Irgendwo hier sind sie. Oh. So stelle ich mir architektonisch Paris vor. Ja, so stelle ich mir vom Schmutzheitsgrad Paris vor im Moment. Paris ist leider tot. Paris ist gestorben. Ich glaube, das war vor 200 Jahren mal gut. Und Venedig braucht jetzt Eintritt. Wir haben einfach zu viele Menschen auf der Welt. Okay, also jetzt muss ich wirklich gerade nochmal überlegen, ob ich hier nicht... Ich habe jetzt alles gekillt, aber habe ich... Vielleicht bin ich jetzt an irgendwas vorbeigelaufen. Hier sind doch alles geschlossene... Ich will mich auch nicht zu lange jetzt mit dieser kleinen Nebenmission aufhalten, aber ich... Wenn ich es schon habe, mache ich sowas auch gerne. Aber es ist... Der erste Abschnitt ist wirklich ganz schön... Äh... Wie heißt es? Verworren. Ähm... Verwirrend. Nicht ganz so perfekt. Sodass man... Man kommt sich hier halt blöd vor manchmal. Und wenn das andere sagen im Chat, dann stimmt das auch. Nein, nein... Man ist das so. Und bin... Bin das nicht nur ich? Apropos ich. Habt ihr schon abonniert? Ja. Nein, müsst ihr nicht. Könnt ihr aber. Ist es besser? Macht es euch zu einem besseren Menschen? Höchstwahrscheinlich. Aber wer kann das schon außer mir sagen? Ich. Und wie gesagt, ich finde ja. Macht daraus, was ihr wollt. So, jetzt reicht es aber. Ich meine, dieser Skill, der muss ja auch irgendwie gefüttert werden. Ernährt werden. Was ich an... Proteinen verbrauche, während ich hier das Hirn und die Finger auf Hochleistung laufen. Ich gebe es offiziell auf. Ich bin zu dumm. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Dann mache ich jetzt die Hauptmission weiter, oder? Da ist jetzt keiner böse, wenn ich das jetzt nicht finde. Ich finde jetzt einfach kein Fenster, wo irgendwie noch jemand zum Anquatschen ist. Wir hören auch nichts. Wir hören niemanden. Hallo, ich habe ihre Schriftrolle. Seht ihr? Mann. Ich bin sowas von bereit für fette Action. Ich werde hier ausgebremst. Ja, endlich. Aber, mir fällt gerade ein, wir haben ja auch diesen Schlüssel. Das ist ja gleich die Hauptmission. Die werden wir weitermachen. Okay, jetzt rollen wir das Rathaus von hinten auf. Mhm, aber das ist ganz gut. Dann können wir wenigstens kurz einmal alles leveln. So, trotzdem habe ich... Ähm... Gleich nochmal die Frage, wo ich da lang muss. Äh, weil Rathaus... Ich bin ja genau da eben gelaufen. Na gut, wir gucken gleich mal. Jetzt könnte ich mir langsam mal wieder ein bisschen Energie gönnen. Ja. Machen wir mal das. 30, 20 will ich letztendlich erstmal haben. Ähm, und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich mal vielleicht ein paar zugunsten einer effektiveren Spielweise für euch vielleicht mal ein paar andere Sachen mache. Äh, so. Das noch verbessern. Ach, der Mondstein schon wieder. Ähm, hier kann man auch nichts bessern. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Da brauche ich jedes Mal so eine Kurbel. Wo kriege ich die Kurbel her? Okay, ich merke mir, nur noch mit der Kurbel komme ich hier weiter bei ihr. So, ich habe ja auch noch Schecks, ne? Das geht auch wirklich schnell, muss ich sagen. Die seltenen darf man sogar nochmal angucken. Hast du das gesehen, ne? Hast du gesehen. Ähm... Aber es ist auch gut, dass man die Kleinen so schnell wegnaschen kann. So, noch mehr Stufenaufstieg. Ich bin so ein bisschen suchtig gerade. 20! Und danach alles in Entschlossenheit. Und die macht sich dann nämlich auch breit in mir. Weil, äh, was wollen die noch machen? Da kann ich lachen. Da denken die Wachen. Was macht der für Sachen? Ähm. Ja, aber... Heißt das jetzt, ich muss da hin? Sag doch mal Bescheid, Leute, im Chat. Sag doch mal was. Was soll ich denn jetzt hier machen? Soll ich jetzt da zum... Da, wo ich eben schon gesucht habe. Im Haus. Auf dem Elysium Boulevard. Rathaus von Krat. Das ist drin. Innenhof von Rathaus von Krat. Ich muss erst mal gucken, wo es aufgeschlossen wird. Also mit... Hier, mit dem Item. Was da quasi eigentlich passiert. Äh... So, äh... Schlüssel zum Innenhof des Rathauses von Krat. Schlüssel zum Innenhof des Rathauses von Krat. Innenhof des Rathauses von Krat. Das war nur eine Abkürzung. Das war nur eine fucking Abkürzung, meine Freunde. Splinter? Ihr seht das auch, ne? Ist das ein Hund? Schiffhund oder eine Ratte? Äh... Eine Kratte. Warum haben sie Splinter nicht Kratte genannt? Seid ihr doof, sag mal? 80-jährige Synchro-Sprecher? Ich hatte Respekt. Aber wenn ihr Splinter in Turtles nicht die Kratte nennt, mindestens einmal, dann habt ihr, finde ich, was falsch gemacht. Mann, ey. Ich bin echt... Mein Gehirn ist so verschenkt. Äh... Hier. Einfach in dieser Bude. So. K. Ratte. OMG. Ja, das erlaube ich. Lustigerweise dachte der, ähm... Algorithmus, das wäre was Perverses. Ich weiß nicht warum. Wegen Ratte? Echt? Du Ratte. Das würde ich nicht als Beleidigung. Ratten sind sehr intelligent. Äh... Können sich allem anpassen. Städter. Ratte sind die Städter unter den Nagetieren. Wenn nie Gnies Reiseführer. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Kratten. Die Fabrik wurde von den Puppen besetzt. Was auch immer die Ursache ist. Verantwortlich dafür ist natürlich die, äh... Firma Venigni. Ich, Lorenzo Venigni, ziehe alleine los, um diese Teufel aufzuhalten. Die Fabrik ist zur Zeit sehr gefährlich. Halten Sie sich von den Fähren und bleiben Sie in Sicherheit. Den Rest überlasse ich bis zu Cepetto, indem ich mehr als jedem anderen vertraue. Gut sei... Gut. Hahaha. Gott sei unser aller Gnädig. Grüße, Lorenzini, Venigni. Alter, jetzt kommen noch Erkan und Stefan. Das ist ja nett. Danke. Äh... Danke, liebe Erkans und Stefans. Ähm... Tut mir leid, dass ihr das hören musstet. So, ich bin jetzt mal wieder ruhig. Und, ähm... Lasst euch mal alleine mit dem Spiel. Wie wäre das denn? Das denn mal. Einfach mal mit dem Spiel alleine lassen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hier ist. Venigni funktioniert. Alles, was du hier sehen, gehört zu Venigni. Das ist der Glassy und Playboy-Gerich-Gerich-ICH-Brenzger im Kratz. Just ask him. Nicht nur Puppets, fast jede Maschine und Tram und Krott ist von hier vermittelt. Du musst dich über den Mann interessieren. Welcher Person ist er? Ich wünsche, wir können ihn finden. Das ist, wenn er noch klingelt. Okay. Der Angriff war wirklich extrem lame von ihm. Ich dachte, da macht er jetzt irgendwie ein bisschen was spektakuläres. Man kann ihn natürlich auch blocken, das habe ich versucht. Gerne laufe ich morgen auch auf ihrem Dach herum und beseitige es von störenden Schreifrauen. Haben Sie störende Schreifrauen auf dem Dach? Riesen mit Rad auf dem Rücken in ihrem Innenhof. Kein Problem für uns. Wen rufen Sie da? Dreimal dürfen Sie raten. Rad? Sie verstehen schon. Sie sind intelligenter und deswegen kaufen Sie uns. Sie wollen nicht selbst sich damit beschäftigen müssen. Sie sind smart. Sie kaufen für den Riesen mit dem Rad. Monofficial. Jetzt kommt doch mal bitte. Alter! Es ist aber auch noch enger, kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Verdammt nochmal. Alter! Okay, das war nicht gut. Ich muss aber sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass die hier... Haha! Das war lustig. Dass die hier so abliefern direkt. Ich wollte erstmal gucken. Nein, nicht den roten! Ah, jetzt nicht angefeuert werden, wäre toll. Immer wenn ich den Move machen will, werde ich hier, kriege ich so ein Ding ab. Das geht so nicht. Ich muss hier mal weg. Das haben die sich nicht so gedacht, dass ich hier kämpfe an der Stelle mit dem. Okay. Ich habe übrigens einige blaue Seelen. Ich weiß gar nicht, wie sie hier heißen. Blählen zu verlieren. 1600. Alter! Oh, so knapp! Ha! Mich deucht. Ich rieche den Geruch eines saftigen Käsekuchens. Das Käsesoufflé. Es brodelt voll schön. Ah, schön die Käseplatte. Hm, das machen wir jetzt die ganze Zeit. Der Gegner hat 24k Rad. Hahaha! Das ist mein Chat, ne? Ja, ja, mein Chat. Ja, ja, ja. Muss man sagen, die haben es halt schon noch ein bisschen drauf. Nein! Ich vollidiot. Ich wollte es doch werfen. Das ist aber gar nicht zum Werfen. Ah, egal. Komm, ich mache die Lampe an. Warum nicht? Ach ja, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal seht. Man muss immer sein Schwert scharf halten. was irgendwie cool ist. Und man hat aber auch noch so einen Appenarm wie ein Sekiro. Und mit dem kann man einfach nur dumm in der Gegend rumballern, weil man zu blöd ist. Oh, du kommst jetzt wirklich mal dran. Nein! Mann! Warum läuft hier gerade alles schief? Ja. Und wenn man perfekt blockt, kann man halt extrem gut auch den Gegner Haltung wegnehmen und stacken. Das ist ja klar. Das hat ja mittlerweile auch jeder. Aber er macht halt auch nicht so viel, muss ich sagen. Er ist so ein bisschen... Na, okay. Gucken wir mal. Ah, ich habe das Falsche genommen gerade. Wollt Energie, ne? Okay. Komm, mach doch mal was jetzt. Die Leute wollen doch auch mal gucken, wie gut die Angriffsmuster sind. Mann, ich hätte so gerne jetzt mit dem besser gekämpft, ne? Aber man kann es ja nicht... Man kann es sich nicht aussuchen. Hier vor allen Dingen nicht, weil so viele spielen es heute nicht. So, jetzt können wir wenigstens mal reingucken. Es ist nämlich ganz schön, dass der auch so ziemlich kaputt geranzt ist, ne? Man sieht so wirklich die... Ja, so dieses abgegriffene, wie so eine Figur, wie so eine Animatronic aus einem... aus dem Disneyland in 20 Jahren, wenn keiner mehr hingeht, weil 80 Grad im Schatten sind. Und wenn die ersten Kinder geschmolzen sind, dann fängt man an, bei Disney sich darüber Gedanken zu machen. Und dann gibt es überall so Sonnenmilch-Sprengler in Disneyland. Und du kannst gar nicht anders als die ganze Zeit mit... so ein bisschen wie Soma in Brave New World, wo einfach diese Droge, die sie gefügig macht, überall drin ist. Ganz egal, was du konsumierst. Ist auf jeden Fall Soma dabei. Ist die Grundlage für alles. So ähnlich wird es dann sein mit Sonnenmilch und Disney. Alter, komm bitte nicht! Mann, das ist voll doof, weil ich... Ich komme jetzt nicht hin. Das ist einfach... Ich schaff das nicht. Ich hätte das aber gerne jetzt. Telefon? Bin der Telefon-Esel. In der Stadt Krog. Aber ich frage mich, mein Freund, wo du bist? Oh, hehehehe. Ich frage mich, mein Freund. Ich bin der König der Riddler. Jetzt, du weißt, was ich heiße. Und warum ich dich heiße. Und ich will deinen Namen wissen. Aber nicht, bis wir sind. Gute Frage. Soll ich jetzt die Lüge? Ja, mach doch. Ja, mach doch. Der Mensch! Der Mensch! Der Mensch! Da würde ich dir widersprechen. Das ist es, wie wissen wir, dass du nicht nur Glück hast? Selbst ein Stopp-Kluck schlägt twice a day, und selbst ein Puppet kann sich accidentlich korrekt, nur bei randomen... ...chance. Still, eine Probe ist eine Probe. Arlecano, erzähl ihm, was er bekommt. Thanks, Arlecano. Caller, dein richtige Antwort hat dir... ...ein Triniti-Key. Töne und Schläge. Schläge und Schläge. Das Thema Puzzle und Riddles. Mein nächster Riddler wird nicht so einfach zu schrauben. Unser Latino ist der König. Nicht ein Riddling-cheap-Kack. An die Fontanelle klatschen. Und labern. Labern, Pupphabern. Schwall ins All. Bis keiner mehr hinhört. Und dann sich beschweren. Ach fuck, ich hab wirklich immer noch... Ich hab ganz vergessen. Ich hab mich selbst perfekt abgelenkt. Dass ich ja hier ein Problem hab. Hm. Mennu. Das da ist... Oder? War ich da oben? Ne, klar. Das war der Käse... Das Käselager. Hier um die Ecke war ich da schon... Ich würd sagen ja, aber wer... Oh nein, das war dumm. Wer weiß das schon. Ich muss auch mehr... Ich weiß es wirklich. Und ihr sagt immer, ich muss mehr noch Y nutzen. Meine Special Moves. Ich warte einfach lieber ein bisschen, bis meine... Spritze voll wird. Die sich einfach magisch füllt. Ich bin mir gar nicht sicher genau. Wir hatten ja extra... Ich hab jetzt diesen Full Minis, ne? Nur kurze Erklärung für die Neuen. Ich hab diesen Full Minis und ich hab mir auch, äh... Ja, Perks geholt sozusagen für meinen Charakter. Die durch das Töten von Gegnern diesen Full Mi auffüllen. Das heißt, ich könnte so ein Perpetuo Full Mini an den Start kriegen. Wenn... Das genug auffüllt. Und wenn ich dazu komme, das zu benutzen. Und ich hab ein bisschen Angst, weil ich 2300 habe und die gerne behalten würde. Okay. Mh... Und das ist meine Energie. Naja gut, wir gucken mal. Okay, Achtung! Ahahaha! Alles falsch gemacht! Ja, trifft doch die anderen. So, jetzt achten wir uns demnächst mal auf die Leiste. Ist die jetzt... Autschi! Ihr Arschgeigen. Ist die jetzt anders geworden? Live or... Let... Pie... Pau! Wie war das nochmal? Wie war das Song? Ich hab ihn vergessen. Live and eat pie! Au! Live and let pie! Das war's, genau. So, tut mir leid, Leute. Ich weiß, die meisten von euch gehen jetzt. Ist immer so, wenn ich singe. Aber ich lass es mir nicht verbieten. Normalerweise singe ich immer den letzten Song der Saison. Dieses Jahr wollte es mir jemand verbieten. Doch ich lasse mir nichts verbieten. Mein Baby gehört zu mir, ist das klar? Mein Esel gehört zu mir, ist das klar? Live and let pie! Ah! Ah! Ich hör ja schon auf. Es tut mir leid. Man, ich kann... Es ist sau spät. Wir spielen schon seit 5 Stunden, 4,5 Stunden. Und davor hatte ich einen 3-Stunden-Podcast. Eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt noch atme. Wo wollten wir hin? Was haben wir gemacht? Was war die Aufgabe? Wir haben verloren. Wo haben wir alles verloren? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich hör gleich auf. Aber das machen wir noch. Das war Gesang? Ja, es war ein bisschen Gequäle, ne? War nicht das, was du dir geholt hast für mehr Seelen beim Töten von Gegnern? Das hab ich mir auch geholt. Oh, stimmt. Ich hab auch ein zweites Amulett. Er wird den Schaden der Puppe zugefügt wird. Geil. Hab ich fast vergessen. Und die zweite Waffe, ja, hab ich ja nicht, ne? Das ist hier schon die eine. Ich bräuchte halt mal mehr Klingen. Bei der Fabrik, das wollte ich machen. Stimmt. Bei der Fabrik. Danke. Frederik. Bei der Fabrik. Was ist das hier? Todesführer. Hätte ich häufiger aber nutzen müssen. Da. Das brauche ich mehr. Wurfzellen. Warum habe ich die hier nicht? Ja, weil ich die falschen ausgelöstet habe. Deswegen. Jetzt habe ich eine Wurfzelle. Das fängt schon alles besser an. Das waren hier diese heißen roten Dinger. Die lassen wir mal. Und dann haben wir das hier auch noch, ne? Stimmt. Die haben wir ja auch noch. Na gut, okay. Ich muss erstmal wieder rankommen. An meine Performance der letzten Stunden, als es wirklich noch gut lief. Und ich mich nicht fair lief. Okay. So, ihr habt es ja gerade auch nochmal gesagt. Bei der Fabrik, ne? Also gehe ich erstmal zu meinem... Ja, ja. Ist klar. Zu meinem Hotel. Der Hubwelt. Das Keyboard ist an. Das ist an und nie aus. Ich singe in Saus und Braus. Wir sind im Haus. Wie sieht denn das aus? So allein ohne Gäste. Gäste hatten wir doch gestern schon. Brauchen wir denn die jeden Tag? Zum Beispiel. Keyboard ist an. Keyboard ist immer an. Ich habe auch Nachbarn. Aber wir haben neue Nachbarn vor allen Dingen. Die müssen auch wissen, dass das hier häufiger so ist. Brauche ich was kaufen? Kann ich was kaufen? Kann ich was kaufen? Nein. Bringt nichts. Okay. Mit dem Reden haben wir alles schon gemacht. Mach ich später weiter. Waffen aufwerten geht immer nur nicht. Weil ich nicht genug Krams dafür habe. Teleportieren wäre bescheuert, oder? Weil da sind wir ja gerade hingelaufen. Hingeteleportiert. Wir wollten zur Fabrik. Okay. Wo ist die denn? Im Innenhof oder was? Runter? Mann. Tut mir leid. Aber ich muss sagen, mein Hauptkritikpunkt ist bisher nicht etwa die Bosse oder so. Sondern so ein bisschen, dass ich die Orientierung verliere. Jetzt bin ich genau hier. Ach Gott. Das ist wirklich ein schlechtes Zeichen. Ich muss wirklich ins Bett. Aber jetzt muss ich kurz nochmal gucken. Ich will jetzt wirklich gerade noch einen Schritt weiter machen. Ich höre jetzt auch auf, Quatsch zu machen. Und ich mache erst wieder Quatsch, wenn wir das gelöst haben. Also. Wir haben was? Einen Schlüssel? Äh. Irgendwas hier, ne? Fabrik. Wo ist denn die Fabrik? Verdammt nochmal. Ah, die Fabrik, ne? Draußen. Draußen die Fabrik. Ja, der... Oh Mann. De Petto hat uns wahrscheinlich was gesagt vorhin. Und ich habe wieder nur Quatsch gemacht. Ja, ihr habt recht. Ist das die Fabrik? Ja, das ist ja die Fabrik. Das ist ja super. Oh Gott. Danke, Leute. Wir gucken uns das mal an. Also, wo muss ich hier lang? Und beim nächsten Mal will ich, dass wir das alle schön aufsagen können. Also. Ich brauche das wirklich, Leute. Tut mir leid. Aber ich werde mich jetzt nicht nochmal verlaufen. Ich weigere mich. Guckt euch das mal an, wie das um die Ecke ist. Wie versteckt das um die Ecke ist. Also. Beim Rathausplatz links... Beim Rathausplatz links von der Uhr gehst du einmal durch. Und dann nach rechts. Nochmal nach links. Wie so ein windiger Lurch. Und dann bist du schon bei den Fabrikschloten. So viel Umweltverschmutzung gehört verboten. Du bist auch ein Bote. Nämlich ein Bote des Schmerzes. Ich muss aufhören. Hör auf zu singen, bevor du es hier mit den Nachbarn verscherzt. So. Und jetzt denken alle... Oh, er kann nicht nur singen. Wie junger Schrott. Sondern er kann auch kämpfen. Autsch, Mann. Ich habe das echt nicht erwartet jetzt von dir. Immer diese... Die unrhythmischen Grabscher von ihm. Ich meine, bei anderen ist es leichter. Bei ihm ist es so ein bisschen... Ich habe immer das falsche Timing. Nee. Und dann wirst du auch noch natürlich beschossen, ne? Oh Gott, ich habe jetzt wirklich meine Seelen verloren. Einfach nur, weil ich mich immer und immer wieder verlaufe. Ich möchte nur, dass wir das alle auch wissen, woran es liegt. Die Tür ging in der Demo nicht auf. Ja, stimmt. Das kann man sich so ein bisschen merken. Das ist wirklich der neue Content. Aber welcher nochmal? Hier ist die Mitte vom Rathaus-Uhr nach links. Hä? What? Moment, ich habe doch... Oh, da sind... Da ist auf jeder... Okay, eine nicht. Aber da ist das Original. Auf jeder Seite ist so eine Scheiß-Uhr. Mein toller Song hilft mir noch nicht mal. Ey, stehe ich überhaupt auf dem richtigen... Da, ne? Da ist es. Da ist es. Ich lache mich wirklich innerlich auch ein bisschen tot gerade über mich. Ha! So. Mach's gut, Lizzy. Und schönen Abend euch noch. Generell allen, die jetzt noch da sind, ich weiß nicht, was ihr noch erwartet. Das wird nicht besser. Das eiert jetzt langsam so raus. Ich versuche noch die Fabrik zu erreichen und den Leuten, die das als Video sehen, noch ein bisschen was zu bieten. Aber ich wünsche euch nicht übel, wenn ihr sagt, es ist jetzt unter der Woche. Ich glaube nicht, dass ich heute noch einen End-Boss besiege, wenn ich ehrlich bin. Und da wäre mein Kram gewesen. Fuck. Oh, da war ich auch schon einmal, ja. Da hab ich was abgesahnt. Abgesahnt. Schnell, schnell, grapschen. Schnell nehmen. So. Ich will mit dem jetzt nicht kämpfen, weil ich hab den schon mal besiegt. Und... Ich kann ihn besiegen, aber dann fresse ich irgendwie so viel Schaden. Das, das hab ich jetzt keine Zeit für. Diese Pfeife geht mir so durch Mark und Bein, die da die ganze Zeit kommt. Irgendwie ist die richtig schlimm. Ah, sowas machst du. Du bist so ein verdammter Bombenleger, das so. Oder ist das Pfeife, sind es die Nachbarn? Ne, ne, das kommt schon von da. So, jetzt hab ich hier wieder endlich ein bisschen mehr... Support in Form von Items. Das kann ja wohl nicht sein. So. Das müsste ich mal jetzt, ähm... ...equipen, womit ich die Überhitzung reduzieren könnte. Das ist, glaub ich... Ach ja, ich kann ja auch mal das machen. Das hat eine sehr kurze Reaction Time, merk ich. Ähm, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber was ich eigentlich machen wollte, war... Jetzt mal gucken, wie ich es beim nächsten Mal parat habe. Ne, nicht das, nicht das, nicht das. Ne, okay, was war's? Hm, schade. Moment, kurz mal. Ach, geil, dass das auch am Arm macht. Ja, dafür hast du den ja, unter anderem. Äh, was wollte ich machen? Ne, aber ich wollte das mal ersetzen und gucken, ob ich... ...die Geschichte schnell mal zeigen kann. Vielleicht hab ich da auch keinen Gegenstand mehr für. Ach, Moment. So, so. Da hatte ich eigentlich Feuer... ...equipped, aber das brauch ich jetzt irgendwie nicht mehr. Ähm... Spezialwiderstand, genau. Ähm, das wär das Item... Ne, erhöht. ...erhöht. Also so ein... ...Antivergiftungsding. Ähm, Attributsgleiten entfernen. Genau, und das hab ich nämlich schon. Aber wie kann ich das nochmal aufrufen? Weil das ist auf einer Extra-Ebene. Naja, egal. Äh, und zwar... Da steht's ja... Ne. Zusatztasche, genau. Wie komm ich da nochmal drauf? Oben, unten. L. Ähm... L1. L-Stick reindrücken. Mann, wo ist nochmal die Zusatztasche? Digital auch nicht, ne? Naja, ich werd's jetzt nicht mehr... Ihr werd's mir gleich sagen. Und dann weiß ich's. Links, rechts? Ne, links, rechts ist, ähm... ...in dem Fall nichts, ne? Also du kannst halt irgendwie die Waffe wechseln vielleicht. Aber da hab ich im Moment nur eine. Und oben, unten sind die Items oben und unten. Da kann man so wechseln. Also es ist an sich gut gemacht. Ich will gar nicht meckern. Irgendwie fehlt mir immer diese eine Geschichte. Ähm, so. A gedrückt halten. Ja! Okay, A gedrückt halten. Weil A ist ja auch so, normalerweise so ein... ...der Button fürs ansprechen und aktivieren. Okay, und hier könnte ich dann die Statuseffekte heilen. Und zwar ist das die obere. Okay, sehr gut. Nochmal ein bisschen... ...Laberpause... ...für euch. Okay. 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 Ja, ja, mach mir gleich. Okay. 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 Oh shit. Okay. 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 Einfach rausgerissen. Klinge eines Salamanderdolches. Klinge eines Salamanderdolches. Das ist ja geil. Kann ich den hier schon bauen? Nee, das kann ich hier nicht. Erst wenn der Stream zu Ende ist. Ha! Nee, ich meine die Waffe, ne. Das kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann ja nicht nur mit der Klinge, oder? Okay, geil! Jetzt kann ich mit links und rechts... Huhuhohohahaha. Das ist ganz gut. Das mag ich. Okay. War es ne Abkürzung, oder war es irgendwas anderes? Es war, ähm... ...ne coole Abkürzung. Nein. War nicht mal ne Abkürzung. War einfach nur... War ne Tür, und da gehst du dann durch. Oh, da kann ich auch hoch. Mann, immer diese vielen Ecken. Ah, da ist es nervt. Ähm... Einmal zurück und aufleveln. Eingang der Werkstattgewerkschaft. Ist lustig, weil ja gerade Gewerkschaften auch überall immer... ...durch die Presse gehen überall, ne. Da, äh... Oben kommst du her. Okay, danke nochmal. Danke. Ihr seid auch schon wie so ein alter Opa. Nein, nein, glaub mir, Opa. Nein, nein, das ist schon okay, da wohnst du. Nein, du wohnst wirklich hier. Nein. In der Leberstraße hast du schon... Äh... Seitdem du, äh... 25 bist, nicht mehr gelebt. Ne, ne, du hast... Die... Die Mutter, die Mutter ist... Also deine Frau, die ist schon, ähm... Die... die lebt woanders. Die kommt... Ne, die kommt... Die ist im Urlaub. Die kommt nächste Woche wieder. Aber jetzt komm erstmal nach Hause, Opa. So... Gefühlt werde ich hier durch das Spiel gespült. Von euch. So... Jetzt will ich aber wirklich mal, dass du was verbesserst. In meiner Welt. Und das hat immer mit dem Schwert zu tun. Ne, du... Nix davon hab ich... Was... Dann verkauf mir doch den Shit. Verkauf mir doch einfach den Shit. Willst du Business machen oder nicht, ey? Das ist wie wenn du irgendwie McDonalds von dir erwartest, dass du irgendwie 250 Gramm hackst. Und so... Brötchenhälften und äh... Portionen Pommes mitbringst. Oder? Oder? So, wo ist denn jetzt schon wieder die Auflevel? Da. Stellst du dich eigentlich wirklich nur, um mich zu verarschen, jedes Mal woanders hin? Ich will... I will... Use all my power to help you. So, wo ist denn jetzt schon wieder die Auflevel? Das ist die, die ich sehr gerne hätte, die AI Schwarzenegger Synchro. Ähm... Mit so einem deutschen Akzent, weil das ja, äh... Hotel Kraut ist, natürlich. Für die, die jetzt nicht direkt von Anfang an vor 5 Stunden herkommen sind, haben wir ein bisschen was verpasst, muss ich sagen. Aber gut... Müsst ihr wissen, was euch wichtiger ist. Leben oder Mainstream? Also ich weiß, was ich da äh... Entscheiden würde. Euer Leben oder Mainstream wäre für mich klar. Wie kann ich aus Service sein? Komm, wir reden einmal. Die Stalker sind Krauts Vigilante. Es sind zwei Gruppen von ihnen. Die Bastards und die Schweepern. Die Bastards sind eine Organisation von Guards für die Alchemisten und der Workshop. Motto? Honour oder nichts. Die Schweepern sind eine Organisation von Guards für die alten Familie von Kraut. Motto? Wir haben immer wieder verpasst, was er verdient ist. Historisch war die Beziehung zwischen den beiden Gruppen sehr turbulent. Aber die meisten wurden in den Puppets voll-Skale-Attack. Das ist was ich wenig weiß, außer den Hotel-Wallern. Kann ich euch in irgendeiner Weise servieren? Eigentlich sehr interessant, weil der arme Kerl ja wirklich nichts weiß. Also die Frage ist eigentlich, warum ist der überhaupt hier so... Äh, warum hast du überhaupt ein Arschende? Warum bist du nicht einfach hier auf dem Tisch? Wollen die Leute, dass da einer steht? Oder, ich meine, weil eigentlich du bist ja einfach nur... Du stehst ja für immer hier und mehr weißt du auch nicht. Und du ganz sicher bringst du nicht meine Koffer hoch, sondern die Koffer-Bots. Die dir schön den Arsch ölen dürfen den ganzen Tag. So sagt man bei Bots. Man sagt nicht den Arsch kriechen, weil die ja kein Loch haben. Man sagt den Arsch ölen. Gern geschehen. Wir haben schon geredet. Ich habe 10. Das wird nicht reichen für den nächsten Level. Na gut, dann muss es wohl weitergehen. Hallo. Grüße auch zurück. Und jetzt wird nochmal ein bisschen... Ich wrap it langsam ab, nur als Info. Ich denke, ich werde hier vielleicht noch... Ach, keine Ahnung. Halbe Stunde spielen und dann... Ich habe noch nichts gegessen. Und na gut, das ist aber auch normalerweise normal. Aber was ich sagen will ist, ich werde dann jetzt erstmal meinen Feierabend irgendwann genießen. Aber ich werde dieses Spiel sehr, sehr häufig, sehr früh, sehr lange spielen, bis es entweder vorbei ist oder ich vorbei bin. Und deswegen könnt ihr gerne hier drauf hoffen und immer wieder mal auf den Twitch-Stream einschalten, falls ihr jetzt abschaltet, als kleine Info. So, jetzt wird hier mal mit dem heißen Eisen noch mal ein bisschen gekämpft. Das ist nämlich ein echtes... Ein echtes Rambo-Messer. Hätte ich vorhin besser machen müssen. War das Timing noch nicht abgeschlossen. Aber ich muss hier... Ich habe auch nur so und so viele Hände für Knöpfe. Treppe, merken wir uns. Aber ich wollte doch noch hier oben gucken. Leiter. Ne! Simon! Vorhin hat der Chat noch gesagt, dass du da hergekommen bist. Scheiße, wie verkaufe ich das jetzt als Sieg? Ach, schaut euch das doch nochmal an. Da, hier das Uhrwerk. Diese Maschine läuft wie ein Uhrwerk. Eine echte Venigni. Das ist eindeutig ein echtes Venigni-Fabriksschild. Das erkenne ich direkt. Da muss ich einmal kurz drauf gucken. Da weiß ich als Kenner, das ist ganz klar ein Venigni-Fabriksschild. Warte, das Rutschen hätte ich mir jetzt aber auch sparen können, ne? So. Jetzt gehe ich hier durch. Ne, es ist auch falsch. Natürlich, hier waren die Dunks, die hier, die i-Bots. Wie heißen die? i-Robots. Ey! Bayern! Und die i-Wo-Bots! i-Wo? Ich weiß nicht genau, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber so bayerische Bots, die auch so bayerisch reden und die irgendwie für euch immer ein Bier suchen. Du machst die an und dann, i-i-wo? i-wo ist das Bier? i-wo ist das Bier? Und dann gehen die raus und suchen die ein Bier. i-wo ist das Bier? Ja, so haben sie Bier gesehen. Hallo, haben sie irgendwo Bier gesehen? Und die kommen erst, wenn sie durch Mord oder durch echten Bierkauf, ein Bier bekommen haben. Dann bringen sie dir das Bier mit so einer blutigen Hand. Oh, das Haus gibt mir die Kriebs. Es ist wie, dass irgendwas rauskommt. Es ist okay, Mann. Germany ist nicht für mich. Okay, es geht halt immer noch, ich weiß, um Life of Pi. Aber ich finde, diese Gedanken, die muss ich ja auch mal teilen. Mit wem soll ich die teilen? Meine Freundin, die hört doch schon lange nicht mehr zu. Therapeut ist zu teuer. Komm ich von hier? Komm, wir versuchen es. Ja, ja, ja. Und er wittert seine Chance, ne? Da hat er das Rad den ganzen Tag schon rumgetragen. Und dann kommt so ein Typ mit der Esels-Maske. Ja, komm. Kokel du noch ein bisschen rum. Ey, ich probiere mal Y. Was war das jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, die Waffe glüht jetzt einfach besonders scharf. Oh, da muss man schon mehr aufpassen. Also, ich finde das nicht schlecht, äh, die neue Waffe. Ich, ähm, man kann ja auch wechseln. Aber das haben wir ja gerade auch schon häufig gesehen, ne? Da habe ich jetzt auch nicht jeden von diesen Spezial-Moves, äh, sag ich mal immer, immer optimal eingesetzt. Aber dass die sich hier kaum wehren können, finde ich schon gut. Das gefällt mir sehr gut. Habt ihr gut gemacht, lieber Entwickler. Ja, endlich mal was, wo ich was kann. Kann ich da noch rüber? Ich denke schon. Moment, äh, ja, ist auch immer genauso verworren. Also, man könnte runter, okay. Oder man könnte aber auch hier weiter. Weil ich bin mit dem Haus! Ah, ich wollte gerade sagen, noch nicht fertig. Ich wollte es gerade sagen, so hinterhältig. Ich bin mit dem Haus noch nicht fertig, sagt er. Und fällt in dem Moment durch die vorbereitete Falle. Haha, das ist ja schon nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht, aber ich würde sagen, gehöre es nicht schlecht. Okay, komm. Ah, das Falsche. Genascht. Nee. Ah, er ist wieder falsch gelaufen. Aber was ist denn diesmal falsch gelaufen? Weil ich dachte, das wäre richtig gewesen. Es ist wirklich auch schon echt spät, ne? Aber ich will mich damit gar nicht rausreden. Ich müsste... Ich meine, ich bin einfach nur drüber gehüpft. Letztes Mal bin ich runtergefallen. Also, es geht einfach nicht weiter auf diesem Weg. Ich muss da runter hüpfen. Okay. Na? Wie sagt man? Feind viel fährt. Wegen Esel. Ey. Nee. Nicht okay. Nicht okay. Nicht... Völlig inakzeptabel. Full Mini. Full Mini. Full Mini. Alter Shit. Gum, gum. Y. Ah, shit. Renn doch. Oh, der Esel. Das schöne Kostüm. Was ist das für ein Glipsch? Der lächelt auch so komisch, ne? Der alte Creep. Okay, das war ganz gut. Sag mal, weil jetzt gerade alle Ei-Robot... ähm, erwähnen. War nicht das Tamagotchi auch ein Ei-Robot? Sehr geehrter Mr. Venigny. Auf Ihre Anweisung hin habe ich eine Qualitätsüberprüfung des von den Alchemisten gelieferten Ergo durchgeführt. Natürlich gestern ist sie im Geheimen. Die Qualität des Ergo wurde mit der Zeit immer schlechter. Ich stelle zwar nicht den Ruf der Alchemisten infrage, aber die Einbußen bei der Qualität sind zu groß, um sie als Zufall zu bezeichnen. Wenn das weitergeht, werden die Puppen in diesem Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit defekter aufweisen. Schließlich ist die Qualität des Ergo von größter Wichtigkeit, wie Sie wissen. Laut einer glaubwürdigen Quelle führen die hochrangigen Alchemisten in letzter Zeit Experimente zu Ergo... Ich weiß nicht, welcher Akzent. Ja, jeder wird mit einer anderen Methode durch. Ich muss aufhören. Es ist zu spät. Ich persönlich glaube, dass Ihre Geheimexperimente etwas mit der Minderung der Ergoqualität zu tun haben. Raffen Sie das nicht, Sie Volldepp. Bringen Sie die Leichen der entsorgten Puppen doch einfach mal im kahlen Sumpf aus? Oder machen Sie irgendetwas Ähnliches? Was fragen Sie mich damit? Ich habe doch auch keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich empfehle, vorsichtig auf Sie zuzugehen, statt sich bei Ihnen zu beschweren. Nicola, Managerin von Werk 1. Bringen Sie die Leichen der entsorgten Puppen im kahlen Sumpf aus? Oder etwas Ähnliches? Das... Das war eine Frage, ne? Aber so klingen meine E-Mail-Antworten. Ähm, okay. So, wir hören jetzt auf. Mit dem ganzen Quatsch. Also, ich meine damit mein Quatsch. Aber spielen... Machen wir noch. Doch, ich entschuldige mich. Für mich. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Hahahaha, okay. Das ist eine gute Eröffnung. Gute Eröffnung. Gefällt mir. Aber kennst du halt auch schon meine Elektroschocker? Ja, ärgerlich, ne? Ich habe davon drei. Super dumm jetzt. Ja, okay. Jetzt schleife ich hier oben noch, während du ein bisschen zuguckst. Ähm, und dann merke ich, dass ich dich auch schnell wieder besiegen muss, weil sonst deine Energie weiter zurückkommt. Und dann haue ich wieder auf sich drauf. Au! Das war hart. Hätte ich mir gern erspart. Komm! Scheiße! Komm! Nein! Jetzt! Ah, es macht gar nicht so viel Schaden, wie ich hoffte. Oh, nicht. Hat nichts gebracht. Krass. Ja, der ist schon. Der ist jetzt nicht, ne? Mega stark. Aber, äh, der kann einem schon echt gefährlich werden, wenn man da irgendwie unvorbereitet ist, was ich ja irgendwie bin. Mann! Hab halt auch nichts mehr, ne? Habt ihr irgendwie eine Idee? Ja! 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 Endlich! Einmal ne Öffnung gehabt. Das Korrekturgerät der Werkstatt, das entwickelt wurde, um die Härte und Dichte von Legionswaffen zu erhöhen. Okay. Das ist genau das, was ich brauche, um, äh, aufzuleveln. Danke. Dein Opfer, lieber Roboter. Doppelschildroboter. Soll nicht umsonst gewesen sein. Das, der sogar ne Hose anhat. Guck mal, der hat, er wollte unbedingt so ein Mensch sein, dass er sich so ein kleine, so Schutz, äh, so Knieschoner angezogen hat. Vielleicht sind's auch Socken. Guckt's euch an. Er wollte ein Mensch sein. Er wollte bei das, bei SWAT arbeiten. Ein Schild mehr als alle anderen, war sein Motto. Doch das war auch sein Untergang. Außerdem diese Pickelhaube, wie aus dem Ersten Weltkrieg. Die war auch, äh, die war auf jeden Fall auf der Arbeit, äh, war die verschrien. Niemand wollte neben ihm arbeiten. Immer waren Augen, die sind ihm mehrfach zum Opfer gefallen. Ey, warum komm ich tatsächlich hoch? Es ist immer ist irgendwas, ne? Immer ist irgendwas. Und hier kann man einfach mal nur an sich hinlegen. in einen Liegestuhl aus Leichen. Und, und genießen. Ne, immer muss irgendwas gemacht werden. Ach. Energie. So. Ah. Kann ich irgendwie immer noch nicht verstehen, was man auf den Arm einhacken muss. Aber gut, wenn es ein Item gibt, mach ich alles. Entschlossen als Kugel. He, 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 he. Das ist nämlich super geil, weil damit kann man aufleveln. Das ist voll gut, Leute. Gegen Ende kommt hier nochmal richtig Progress in die Suppe. Ha, ha, ha. Geil. Und ich hab sogar, sehe ich gerade, hier so ein bisschen was Rotes. Die sind nämlich, äh, merke ich, relativ spärlich gesät. So wie euer Vater. Der hat auch spärlich gesät. Warum nicht? Warum nicht nochmal ein bisschen? Ich finde diese Mutterwitze, die müssen nicht sein. Man muss jetzt mal ein bisschen über den Vater auch mal ein bisschen näher ziehen. Weil meine Mutter ist nämlich cool. Mein Vater aber nicht. Also lasst mal Vaterwitze jetzt anfangen. So. Wow. Ähm, okay wir hören jetzt hier auf. Das war schön. Schön noch mit dem Disc geendet. Fünf Stunden. Muah. Sahne mäßig. Ähm, auch länger als die Demo gespielt. Also kann sich keiner beschweren. Ich hoffe euch gefällt's. Ähm, und bitte Daumen hoch. Wo wollt ihr hin? Ihr könnt sie jetzt entscheiden. Und alle anderen bitte ich, sich nicht zu entscheiden, sondern meiner Stimme zu folgen. Ich will Montalk abonnieren. Mit der Bimmel an die Bommel muss ich dran klicken. Ähm, dann wird alles gut. Der, äh, Herpes geht weg. Und das Knie hört auf weh zu tun. Und, ähm, außerdem im Stream vorbeikommen, abonnieren. Und beim Schwadronieren und Masturbieren zugucken. Ich mache nicht beides gleichzeitig. Man sieht, was ich mache gerade an meinem Gesichtsausdruck. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch hier wieder dabei seid. Und mit mir zusammen die Nachtschicht macht. Das war schön. Ähm, ich bedanke mich bei allen. Wirklich, es war eine tolle Runde. Ähm, bis spät Nacht sind die Leute hier geblieben. Wir hatten viel Spaß. Äh, nächstes Mal wird hier, wie gesagt, ich speichere nochmal ab sozusagen. Aber nächstes Mal wird hier ein bisschen, ähm, was aufgeräumt und gelevelt. Und mal gucken, was wir noch kriegen an lustigen, äh, Mützen. Weil ich meine, die Eselmütze ist super. Ich finde, die ist Top 1 Mützen aller, fast aller, äh, Spiele. Ich finde die mit den Hörnern, das, die, 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 die Zombie-Geweih-Hörner, ähm, Mütze aus Dead Space war auch gut. Aber das war auf jeden Fall eine der Top-Mützen, äh, Wood Wear Again. Und mal gucken, was da noch kommt. Ähm, all das, äh, in der nächsten Folge, wenn ich immer wieder wirklich lange Zeit habe, für mich ist das dann wahrscheinlich jetzt gleich. Ähm, ähm, und, äh, also morgen meine ich, morgen früh. Und für euch dann vielleicht auch, äh, als Video hängt es auch immer davon ab, weil die Dinger, ähm, so lange Videos waren, die quasi, äh, hochgeladen und verarbeitet werden. Die langen Videos brauchen immer ein bisschen länger. Also nicht sauer sein, wenn es 360p sind. Ähm, das ist dann halt live auf 360p. Ähm, und so ist das dann halt. Tarno, das ist alles Gold. Schneid das alles nicht raus. Schneid nichts davon raus. Einfach nur raushauen, das Video. Das kostet ihnen nämlich auch Zeit, das immer zu kürzen und so. Heute kannst du einfach raus. Die Leute wollen das Video sehen. Äh, und ihr könnt gerne Montauk, ähm, ähm, abonnieren. Das würde mir echt helfen. Weil das ist der kleine Kanal. Wenn der wächst, dann wächst bei mir auch einiges. Habe ich, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Alternative wäre, dann wächst mein Bankkonto. Oder dann wächst, äh, wächst mir das alles über den Kopf. Das bringt beides nichts. Also, wenn im Zweifel Penis. Ich lege jetzt auf. Tschüss. Telefonstreich. Meine Freunde, wir haben, äh, einen neuen Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrscheinlich am Ende nicht zusammengeworfen bekommt. In einem Video. Wir wollten eventuell Tano und ich daraus so ein langes Video machen. Ich kann es aber nicht genau, äh, sagen. Äh, mal gucken. Vielleicht auch ein neues Video. Begrüßt. Ich begrüße euch trotzdem. Wir starten direkt. Warnung. Wurde nicht richtig geschlossen. Was? Oh nein. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Aber ich dachte, ich bin richtig rausgegangen. Hm. Vielleicht hat mich das Spiel auch nur angelogen. Mein Streaming-Titel heute ist übrigens. K. In Klammern L. Eine Lüge. Besser als Souls. Lies of Pi. Grüße, Mr. Gannett Scott. Hm. Also, ich habe versucht, keine Lüge und kleine Lüge zusammenzuschreiben. Ich weiß nicht, ob es mir gelang, äh, gelungen ist. Okay. Der Affen, äh, nicht der Affenmann, ey. Das ist, äh, wiederum Wukong. Das hier ist ja Lies of Pi. Und da ist es der Eselmann. Ist da. Äh, ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Aber das ist ja nichts Neues. Ich zweifle immer der blauen Markierung nach. Oh. Ah, das sind nur Puppen. Was heißt das nur Puppen? Ja, aber, äh, das sieht trotzdem schrecklich aus. Hm, okay. Ich muss mich wirklich erstmal dran gewöhnen, was hier nochmal da oben ist. Wir gucken einmal rein. Grüße nochmal an den Chat. Kühlt euch von mir wahrgenommen. So. Na, fuck. Natürlich ist die Öffnung da. Ne, hier auch. Äh, ich wünschte, ich hätte nicht so ein Hasenhirn. Ne, daran kann ich mich nicht erinnern. Verstopfte Rohre voller Puppen. Ich mach mal lauter. Ich glaub, es ist so leise hier, ne? Irgendwann ist das besser. Liegt hier einfach nur ein Darm rum? Ne, das ist irgendwas anderes. Das rote. Ja. Bei den Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt hab, würde mich das nicht wundern. Ist das PC oder PS5? Das ist PC. Ich hab aber auch ne Xbox-Version, die ich jetzt aber noch nicht gestartet hab. Aber vielleicht spiel ich es irgendwann mal. Auch nur mal um den Vergleich zu haben mit der Xbox-Version. Abkürzung bleibt mir verwehrt. Ne, vielleicht war ich hier auch schon und hab das nur nicht gesehen mit den verstopften Rohren. Ja, ich hab das einfach nicht richtig gesehen. Würde ich mal sagen. Okay, wir gucken einmal noch rüber. Na, aha. Wie gesagt, immer der blauen Spur hinterher. Abkürzung. Na, das war klar. Das machen die immer. Mhm. 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 Sehr gut. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. 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 Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Guck dir das mal an. Das ist ein schönes Design. Nein. So sehe ich aus, wenn ich die Einkaufstüten nach Hause schleppe. Nein, Puppe. Warte. Wir sind doch eins. Jetzt auch noch Verderbnis. Shit. Das ist keine gute Idee. Ich muss weg, 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 weg und dann nach oben und dann brauche ich so ein Gegengift. Dich machen wir ein andermal. Puppe, der Vernunft, lass mich doch entfrieden. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, kann ich denn hier lang? Ah, vielleicht so. Shit. So und schon mal nicht. Ah, okay, das klappt ja nicht. Ja, ja, ist ja gut. Komm. Ich wollte nämlich, ich wollte rennen und da reinspringen in das Rohr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das klappen würde. Wir werden sehen. So, hier ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ah, natürlich. Er macht immer zweimal. Jetzt. Nein, lass mich den machen. Jetzt lass mich den doch kurz machen. Ah, er ist doch schon gebrochen. Der Jochen. Der Jochen. Er ist gebrochen. Oh nein. Ich hab gefehlt. Ich nehme wieder mal die falschen Sachen. So. Ja, gut. Das war kein guter Anfang. Geht die erstmal weg jetzt hier? Was ist das denn? Ach, das andere Schwert. Was ist das? Warum haut das so gut? Okay, das ist anders als letztes Mal. Irgendwas habe ich hier falsch gerade gemacht. Ich wechsle mal wieder das Schwert. Aber das ist ja interessant. Das gucken wir uns nochmal an nächstes Mal. Was da war. Vielleicht war es einfach nur schwach. Mal. So. Endlich. Stich, stich. Aha. Zwei ist einfach zu viel, ne? Einer. Es ist immer nur einer. Er darf zwei. Ich darf nur einen. Jetzt. Jetzt. Nee, nee. Egal. Egal. Ich will den machen jetzt. Komm. Ah, es hat nicht geklappt. Ärgerlich. Ich wollte natürlich jetzt hier diesen Finisher machen. Aber irgendwas. Normalerweise ist das hier der. Aber es hat einfach zu lange gedauert. Ah. So. Wo sind wir? Ja. Hier waren wir natürlich schon. Aber vielleicht ist es besser an der Stelle direkt einmal resetten. Dann ist er natürlich wieder da. Aber einmal kurz gucken wo wir hingehen könnten. Hier. Abzugskanal. Da müssen wir wahrscheinlich eher hin. Weil es weiter hinten ist. Taugt das Game für dich? Ja. Ich mag es sehr. Ich kann auch sehr gut damit umgehen mit dem Kampfsystem. Es liegt mir, habe ich das Gefühl. Hm. Ich bin nur noch nicht sicher, ob es eventuell auch ein bisschen einfacher geworden ist als die Demo. Das könnte durchaus sein. Ja. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Da ist ein Rohr. Hier geht es hoch. Wir gehen gerade noch mal kurz da durch. Da leuchtet nämlich noch was. Ah. Wieder hier. Ja. Ich will mit diesem großen halt nicht kämpfen. Und ich brauche so ein Anti-Verderbnis-Din. Wahrscheinlich kriege ich es hier. Ein Fabel vielleicht? Komm, wir probieren es mal. Ich probiere, wenn die tot sind. Nein. Verschwendet. Das ist so dumm. Ähm. Warte mal. Man kann die ja noch mit A gedrückt halten. Genau. Kann man ja auch noch mal so ein Antidote nehmen. Ah. Es hilft aber nur minimal, würde ich sagen. Ja. Lass uns einmal was zeigen. Scream mal unfreundliches Spiel. Ah. Das war zu lang. Ja. Egal. Okay. Jetzt vielleicht. Jetzt kann man es nochmal zeigen. Aha. Gedrückt halten. Oben. Ja. Aber davon hat man leider auch nicht genug. Okay. Gucken wir erstmal. Ich habe auf jeden Fall langsam wieder mal Bock auf so einen richtig fiesen, dreckigen Bossfight. Mit dem, der sich hier am Ende der Suppe befindet. Würde ich das gerne machen. Aber dafür bin ich, äh, dafür brauche ich echt so ein Anti-Gift-Dingens. Oder sehr viele von diesen Zurück-Reduziererern. Ne, so heißt das nicht. Buffs oder Debuffs, ne? Alter! Irgendwas in der Richtung wird es sein. Debuff? Ne. Hüpf. Remilos in Wallen? Nimm! 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 Das ist genau wie die Giftsümpfe. Aber es ist super anstrengend, sich hier einfach nur fort zu bewegen. Hallo Simon und Chat. Dein Titel gefällt mir. Für mich ist wirklich fast FromSoft Qualität. Nur das Abroll-Geräusch könnte klappriger sein. Ich habe gar keins. Aber ich habe auch keine Rüstung. Keine richtige. Okay, so. Okay, komm, ich lock dich jetzt mal rüber zu mir. Autschi. Mann, das ist das falsche Timing. Ah, warum kann man die nicht zurückwerfen, wenn man einen coolen Move macht, während sie angreifen? Aber es ist, ähm, ja. Das bringt einfach nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ich brauche mal einen anderen Arm. Und ich muss besseres Block-Timing. So, wir machen mal ein hohes Timing jetzt. Ich finde aber auch, bei dem habe ich am meisten Probleme mit dem Timing. Ja, so wollen wir es haben. Feuerschleifmittel, vielleicht könnte ich auch mal langsam wieder schleifen. Okay, jetzt sind wir aber eigentlich noch keinen Schritt weitergekommen. Wir haben nur ein bisschen Energie verloren. Wir wollen ja eigentlich, wir sind ja in der Fabrik. Jetzt sind wir unter der Fabrik. Mal gucken, wo wir da noch hinkommen. Aber die Fabrik ist auf jeden Fall schon mal richtig. So, jetzt kann ich weiter. So, jetzt kann ich weiter. Guck mal, am Rand. Oh. Alter, das ist ja... War was? Wo? Wer? Du? Wer? Ach, das Vieh. Gehört ihr zusammen? Er hat vom Besten gelernt. Stein ist eine gute, solide Option, aber du hast natürlich in diesem Fall keine Chance. Aber ich nehme es in den Hübel. Stein kann man immer mal ausprobieren. Okay. Nee, da auch nicht. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Ja, die ersten fünf Stunden, die haben wir schon aufgenommen. Über die Demo hinweg. Eine Stunde oder mehr über die Demo hinweg mit Cutscenes und Talentbaum und allem. Aber die kommen durch diverse Faktoren am Sonntag erst. Und wir packen dann aber als kleines Bornmo packen wir dann diesen Content dazu. Ist bisher der Plan zumindest. Aber nur, wenn ich auch was liefern kann. Weil bisher laufe ich hier immer an derselben Ecke. Ich habe das Gefühl, hier geht nicht mehr. Hier war es ein bisschen toxisch. Konnte mal ein bisschen rumhauen. Aber jetzt können wir Twitter auch mal wieder zumachen. Komm. Das ist wirklich genug für den Tag heute. Jetzt kann ich jemanden einmal aufladen. Das nehmen wir mit. Als Monbon. Genau. Das ist gut. Ich könnte ein Bonbon namens Monbon. Ja, das könnte ich auch noch machen. Ja, egal. Erstmal da. Ja. Und wo steht sie diesmal? Oben auf der Brücke. Äh, auf der... Ja, wobei es ist eigentlich eine Brücke, ne? Weil das ist ja quasi wie ein Schiff groß. Dieses Herrenhaus. Power of Money. Okay. Vitalität, das ist ein großes Problem gerade. Welche Frage. Aber ich meinte ja, ich will einmal 30 haben. Und dann... Also 20, 30. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man mal was anderes macht. Vielleicht auch nicht. Aber dann kann man erstmal sammeln. Äh, jetzt würde ich gern zumindest einmal alles... Oh, Mann, so viel, ey. Okay, geil. Benutzen. Alles. Ja, Mann. Ich muss mir jetzt schon überlegen, was ich mache. Okay, was mache ich? Äh, wenn ihr Tipps habt, schreibt sie schnell jetzt rein. Ganz schnell. Weil ich... Durch den Delay kann ich nicht zu lange warten. Muss investieren. Ja, dann gucken wir mal. Also, ich habe Vitali... Äh, das machen wir einmal. So. Jetzt habe ich aber noch einen. Mindestens. Äh, nee. Es fehlt, okay. Zu spät. Es fehlen noch 200. Ich habe also 20, 30. Entschlossenheit ist gut für meine Waffe. Und für meine... Seht ihr ja? B. Die Zweitwaffe nicht so. Die ist bei D. Legionswaffe ist mit B auch nicht schlecht. Könnte ich aber trotzdem mal eine andere nehmen. Ich habe noch ein bisschen Kohle. Die investiere ich jetzt mal ins Schwert. Heute kam die Demo zu Ghost Rider 2 raus. Okay, das interessiert mich sehr. Wird aufgeschrieben. Aber es wird schon viel in Zukunft Life of P geben wahrscheinlich. und, Moment, ähm, Ghost Rider 2. Und dann ist ja Schocktober. Und dann wird es einfach alles geben. Auch vielleicht nochmal Ghost Rider. Je nachdem wie gut es ist. Was so passt zum Thema Grusel, Horror, Splatter und Schlimmeres. Äh, äh, mal gucken. Griff haben wir ja schon. Au, endlich kann ich das mal machen. Endlich kann ich mal hier upgraden. Okay. Griff, Griff eines Knüppels der Kratpolizei. Möchtest du den Griff ändern, indem du den entschloss... Ah, wegen der Kurbel. Ne, warte, da schauen wir erst mal. Was könnte ich denn damit jetzt hier machen? Hochleveln. Physischer Angriff hochleveln. Okay, plus 2. Das ist ja die Waffe, die ich schon habe. Und Entschlossenheit ist mein guter Skill. Also, das ist richtig. Hier auch, hier auch, hier auch. Okay. Also, ich könnte auch das Feuerding hochleveln. Das levelt aber eben mit Entschlossenheit dann auf C. Hier mit A. Ist natürlich besser eigentlich A. Hier haben wir nochmal A. Aber es ist Elektro... Ne, das ist auch derselbe Knüppel. Fast derselbe wie hier. Ach, das ist der einfach. Aber was ich meine, ist hier dieser Eulen, Elektrospulen... Eulen? Äh, Elektrospulenstock. Da wäre ich bei Schlossenheit B und hätte noch Elektroangriffe. Stumpfe Waffe, Dolch, Großschwert. Ich bleibe hierbei und level das Ding hoch. Ja. Ja, das ist die richtige Entscheidung. Ähm, haben wir noch irgendwas anderes? Kann ich hier noch was... Äh, oh, Mondstein. Es fehlt aber leider noch einer. Shit. Hier könnte ich... Also, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Feuer oder Elektro haben soll. Beides ist natürlich nicht schlecht. Äh, dann schaue ich nachher die neue RBTV-Werwoll-Folge. Ist auch immer geil. Ja, mach das mal. Ich werde natürlich hier weiter streamen, aber guckt da mal rein. Ghost Runner 2. Ah. Ich dachte gerade wirklich an das Franchise, aber... Ghost Runner ist natürlich nochmal... Das kenne ich ja. Das kenne ich tatsächlich. Aber warum nicht die Demo mal spielen? Ja. Aber ich habe so viele Demos in letzter Zeit noch, die ich spielen will. Letzte Frage. Was mache ich? Feuer oder... Ich fand das Feuer schon cool. Hat aber nicht so die allerkrassesten Angriffswerte. Muss ich sagen. Entzünden. Erhöht den Feuerangriff. Vorübergehend wesentlich. Erhöht den... Vorübergehend. Okay. Nein, ich nehme den Elektrostock. Aber habe ich denn... Moment. Habe ich für den mittlerweile eine Waffe? Habe ich nämlich noch gar nicht. Das ist eine Klinge, ne? Ah. Das ist gut. Okay. Moment. Ich muss mal gerade was bauen. Könnte ich das hier montieren? Das muss ich nämlich erstmal machen. So. Kopf eines Elektrospulenstocks oder Klinge eines... Habe ich das nicht schon? Das will ich haben, ne? Stumpfe Waffe und Elektro. Ich mache mal eine neue. Erstmal gucken. Das Ding. Den Stock. Kopf eines Knüppels der Kratpolizei. Und dann hätte ich gerne als Griff das Elektro-Ding. Oder was ist das hier? Griff eines Großschwerts. Das habe ich aber doch schon benutzt, oder? Oder sind die benutzt? Nö. Elektro- oder Salamander-Elektrospulenstock. Ja. Aber ist der... Mann. Ich bin gerade irritiert. Ist also diese Elektro-Geschichte... Ich kann es hier nicht auswählen. Ich muss mal einmal in meine... Bevor ich was Falsches mache, muss ich wirklich einmal schauen. Ähm. Und zwar hier. Ne, hier. Okay, die haben schon eine Klinge. Ja, bei der Roten war ich mir irgendwie nicht sicher. Aber stimmt, ist ja Klinge und Griff. Habe ich ja auch schon benutzt. Aber was ist denn mit dem Dritten? Das ist ja auch noch eine Frage. Kann ich das... Ah, genau da. Der hat auch einen Stock. Wann habe ich den denn bekommen? Ernsthaft? Krass. Ja, okay. Beides ist cool. Aber dann behalte ich natürlich den Stock und erweitere den Stock. So. Jetzt haben wir es endlich gelöst. Beinahe hätte ich was falsch gemacht. Gut, dass ich geguckt habe. Denn ich will ja eigentlich nur verbessern. Hier, ja. Ne, in der Dien jetzt. Ne, ich muss mir die aufheben. Hör auf, mich zu verlocken. Na gut, okay. Den einen Mondstein kriegst du. Aber das reicht jetzt auch. So. Mein Gott. Hier, ne. Trainieren. Brauchen wir nicht. Vielleicht noch ein bisschen, ähm, ein paar von den Wurf-Waffen holen. Die finde ich wahnsinnig gut bisher. Habe ich sehr gerne. Aber er hat keine mehr, glaube ich. Benutzbare nur noch das. Dann kaufe ich dir eben alle, alle Räder ab. Mann, ich würde so gerne wissen, was, was ich dafür kriege. Ich mache es einfach nur, weil ich es kann. Was haben wir hier noch, ähm, irgendwas wirklich Redundantes, was wir wegwerfen können. Was ist das denn? Äh, Kette. Kette, Kraftschulung, Schwung führt Schlagschaden. Eine Kette. Naja, gut, aber 35 ist auch egal. Komm, scheiß drauf. Nee, wir haben alles, glaube ich. So, weiter geht's. Wir machen diese eine Nebenmission, sobald mir einer von euch sagen kann, wo ich da hingehen muss. Ich weiß es einfach nicht. Ist da ein Zeichen? Aber ich weiß nicht, wohin. Stattdessen machen wir den Abzugskanal weiter. Das mit den Waffen auseinandernehmen ist ganz interessant. Durch das Teilen von Griff und Klinge sind interessante Kombinationen möglich. Habe ich jetzt ja auch, bin ich im Begriff zu lernen. Ähm, und macht irgendwie auch voll Spaß, das auszuprobieren. Und bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen chaotischer. Also, äh, so Elektro ist natürlich sinnvoll, aber ich hätte gerne noch irgendwas absurderes. Womit ich jetzt nicht rechne. Feuer ist natürlich auch cool, aber das sind so die Elemente immer, ne, die man irgendwie nimmt. So. Da oben und links bin ich ja schon lang gegangen. Hier durchs Rohr auch schon, also kannst du ja nur noch hier weitergehen. Achso, du kommst. Ha, 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 ha. Nice. Oh, oh. Oh, oh. Ich schaff's noch. Ha, 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 ha. Ja. Soviel dazu. Gut, dass ich meine Kohle vorher ausgegeben hab. 200. Das fällt mir aus der Tasche, wenn ich von der Polizei wegrenne. So, komm. Achtung, ich würd dich warnen. Da kommt was. Na gut, du willst das nicht anders. So, ich werd jetzt natürlich das Ding gleich sammeln. Dann werd ich das da drüben holen. Und dann muss ich aber zurückrennen. Und das könnte sich als Problem erweisen. Man weiß es ja immer erst dann, bis man's gemacht hat, ne? Ach, da ist ja auch ne Ecke. Okay, komm. Ha, 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 ha. Au, es tut mir schon ein bisschen leid. Ich kann verstehen, wie er sich fühlt. Alter. Big Ball is so hot right now. Okay. Hoch, 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 hoch. Neue Ecke. Auch ne neue Ecke. Hier. Nee, du nicht. Haha. So hab ich mich vor dem Club letzt auch gefühlt. Ah, es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Musst ihn nur triggern und einmal hier so rein. Reinlocken, wenn die Feuer brunst. Ey, ich sag mal so. Wenn Fußball, ne? So einen Ball hätte. So einen großen, brennenden, feurigen Ball aus Tod. Dann würde ich Fußball auch gucken. Da wär ich emotional durchaus involviert. Gerne mit Robotern. Da hab ich ja gar kein Problem. Wenn ich mir so manche Interviews mit den Fußballern angucke, ist da kein großer Unterschied mehr. Yeah. Abgezogen. Simon Katschpa. Genial. Abgezogen. Abgezogen. Da, 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 da. Jingle. Vorsicht, der ist rechtlich geschützt. Nehmt der nicht einfach. Sonst bin ich erlaubt, Geschütze zu benutzen. Ist irgendein weirder Anwalt. Flex. So ein kleiner Trick. Oh, ne. Komm, ernsthaft. Oh, da hab ich jetzt. Ihr Pimmel. Pimmel, Pimmel. Pimmel, Pimmel. Pimmel. Wie gemein. Wie hinterhältig. Wie genial. Was? Okay. Simon vor Todesball-Liga. Find ich gut. Todesball. Oder wir holen uns einfach den Namen Brennball zurück. So kenne ich früher noch Völkerball. Brennball. Ich finde, hier passt es eigentlich viel besser, oder? Brennball. Tut mir leid. Sagen wir dann vor Gericht, sagt der Richter, nach allen Beweisen, die wir uns hier angehört haben, ist Brennball eindeutig der Name dieser Sportart. Sie müssen den abgeben. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. In Hessen? Oder wo man das sagt? Oder? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich eh ein Begriff aus der Nazi-Zeit. Brennball. Ähm, also können wir das auch neu umbauen. Neu-trenden. Neu-rebranden. Alter! Nee, hören Sie mal auf jetzt hier. Sie sind doch nur eine Maschine. Ach. Das Lustige ist, weil ihr immer sagt, es kommen immer neue Leute rein. Ich meine, sie kommen mit der Maske nicht klar. Es ist die allererste Maske, die mir angeboten wird. Es ist wirklich nicht mal was Besonderes. Aber ich kann mir den Typen gar nicht mehr ohne Maske vorstellen. Für mich werde ich diese Maske so lange behalten, bis ich eine bessere finde. Und das muss erst mal kommen. Beichten eines Arztes. Mein Name ist Clark Schor. Man nennt mich Dr. Allesheiler. Ich beabsichtige, meine Sünden zu beichen. Beichen? Beichten. Ich habe unzählige Medikamente unter dem Vorwurf verkauft, es seien alle Heilmittel. Zu Beginn war ich sogar... Entschuldigung. Zu Beginn war sogar ich mir hinsichtlich meines Experimentes sicher. Anfangs hat das Heilmittel eine Versteinerungskrankheit wirklich neutralisiert. Warum sollten die Aufzeichnungen der großen Alchemisten auch falsch sein? Ich weiß, ich habe es gestohlen, aber ich habe den Fertigungsprozess genauestens befolgt. Mein Heilmittel war perfekt. Aber was lief schief? Ich wage gar nicht zu berichten, was aus denen wurde, die eine Behandlung bekamen. Das war im wahrsten Sinn des Wortes die Hölle. Und als ich erkannte, dass ich der Pförtner war, der die Türen öffnete, rannte ich davon. Wie kann ich diese Sünde wieder gut machen? Ich wollte nur Patienten behandeln und nebenbei ein wenig Cash machen. Na gut, es ist ja auch alles teurer geworden. Habt ihr mein letzter Zeit euren Esel vollgetankt? Das kann sich kein normaler Arzt mehr leisten. Ich sterbe und das ist meine Buße. Aber ihr seid auch mit Schuld. Ich habe auch die Versteinerungskrankheit, aber ich nehme das Heilmittel nicht. Nee, 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 ich nehme es nicht. Ich würde lieber zu Stein werden und erfrieren, was zuerst eintrifft. Gott, bitte vergib mir meine schrecklichen Sünden. So war das bei Otto. Ich habe nur zitiert. Kein Beef mit der Kirche. Man weiß ja nie. Man weiß ja nicht, ob man kurz vor dem Tod noch die schnelle Reuenummer machen muss. Ich bin katholisch. Da darf ich das. So, warte mal. Nee, eigentlich darf ich das nicht mehr, aber ich bin ja nicht mehr katholisch. Verdammt. Aber das weiß ja keiner. Sagt es einfach. Sagt es. Ihr wisst schon wem. Sagt es ihm nicht. Der Vollgemeinde bis zum Himmel. Kommt jemand. Ey, der ist Atheist. Der ist Atheist. Hier ist das YouTube-Video, wo er das erzählt. Da stehst du dumm da. Super unangenehm. So schnell kann eine Ewigkeit zu Ende gehen. Hebel. Eine ewige Konstante in meinem Leben. Ah, jetzt kann ich da unten lang. Gut. Achso, ja unten lang. Aber ich kann ja auch oben lang. Ich würde das gerne lesen, aber ich kann es irgendwie auch nicht lesen, ne? Ihr auch nicht. Achso. Das ist so ein bisschen Batman-Origin, ne? Oder Joker in dem Fall. Klassischer Säure-Joker. Okay, also wir gucken erstmal, da oben ist was zum Einsammeln. Da auch. Da unten auch. Fangen wir unten an. Triggern wir bestenfalls erstmal so wenig wie möglich. Also gehen wir erstmal links lang. Da ist, glaube ich, gar keiner. Welchen Kampfstil hat Simon genommen? Ich habe den Kampfstil für die harten Waffen. Für die langen, großen Schwerter, weil ich bei der Demo, glaube ich, den Mittelweg gewählt habe. Und der war auch sehr angenehm. Aber ich wollte halt mal was anderes auch haben. Und, äh, muss sagen, der gefällt mir auch sehr. Kann ich mich null beschweren. Oh, oh, okay, sie haben mich. Also mindestens ein, zwei unzufriedene Kunden. Und gibt schon. Descartes-Notiz. Die Puppe kann sich, äh, die Puppe kann sich dem großen Bund, der bei der Erstellung eingeprägt wurde, nicht widersetzen. Sie muss den Befehlen ihres Schöpfers georschen und darf Menschen nicht schaden. Aber schaue sich einer die Puppe an, die einmal Furka hieß. Ist der große Bund fehlerhaft? Die einst treue Puppe tötet jetzt Menschen. Sie erschafft Puppen anstelle von Feuer. Sie gehorcht etwas anderem als den Menschen. Es ist, als kontrolliere sie jemand. Oder als hätte sie einen eigenen Willen. Als gäbe es irgendwo einen Puppenkönig. Ich weiß, ich weiß es. Ihr könnt das jetzt bald nicht mehr tragen. Aber je häufiger ich das trainiere, desto besser werde ich. Als gäbe es irgendwo einen Puppenkönig. Tut sie nur so, als wäre sie ein Mensch. Und andere, es ist dabei, um einen einfachen Fehler, das er fordert, weitere Nachforschungen. Denn, ich weiß, wir arbeiten uns jetzt durch. Ist erstaunlich. Furkos Handeln. Nein, ich höre auf, ich höre auf. Erstaunlich. Furkos Handeln beruht nicht auf einfachem Gehorsam, sondern auf Glauben. Furko bedet etwas als Gott. Ich habe gehört, dass der Puppenkönig in der Isabelstraße ist. Das muss der Erste sein, der die Puppen von Kratz kontrolliert. Aber eine Puppe mit dem Ego eines Männchen, das ist ein völlig anders dimensioniertes Problem. Es gibt immer noch ein Puppengeheimnis, das ich nicht kenne. Der Schlüssel ist wahrscheinlich Ergo. Oh, wir sind gleich durch. Das ist richtig schlecht. Aber wir halten das jetzt zusammen durch. Aber diese Typen, der wachen von Tag zu Tag schneller als Menschen. Jemand muss sie zum Wohle der Menschheit aufhalten. Der Fore ist zu spät, dies. Danke. Jetzt bitte wieder zurück in die Kiste mit dieser Stimme. Aber manchmal muss man auch committen. So wie die Jungs seit Ewigkeiten hier rumstehen und nur darauf warten, mich anzufeuern. Und es dann verkacken. Ah! Ah! Okay. Was mache ich mir jetzt? Ich renne hier rum. Okay, okay, okay. Moment. Ich renne hier rum und ich will da drauf springen. Ähm. Was war nochmal... Ja, so, ne? Alter Scheiß, das war klar. Okay. Naja. Oh, muss, muss das wirklich sein. Nuh, 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 nuh. Ich hätte blocken wollen und auch sollen. Ah, nein, nur ein Blocker. Oh, das war knapp. Den hätte ich dir fast gegönnt, muss man sagen. Oh, er hat die Überhitzung. Also, äh, er ist heiß und macht mich heißer. Ich glaube nicht, dass ich dem mit Feuer kommen muss, ne? Das bringt nichts. Aber schleifen kann man schon mal. Ah, okay. Jetzt muss ich ein bisschen weniger cocky sein, weil der doch schon ein bisschen, ähm, aggressiv vor sich hin kokelt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein, ich verbrenne am Höhepunkt. Aber das ist nicht schlimm. Da kommen wir wieder hin. Haben sie kein Croissant dabei? Sie sind doch Franzose. Aber natürlich, ich verstecke sie in meinem Baguette. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam aus meinem Chat, aber, ähm, ja. Also, bessere Sketch-Comedy als das meiste, was, äh, in den 90ern, äh, nee, in den 2010ern noch lief. So, ähm, hier gehen wir. Übrigens, guter TV-Comedy-animierte Serien-Podcast, ähm, mit Gregor zusammen und Wirt. Zwei Folgen schon aufgenommen. Äh, weiß nicht, wann der kommt, aber wahrscheinlich schon zum Teil schon da. Das kann ich sehr empfehlen. So, einmal gehe ich hier noch lang, ähm, da war, was war denn nochmal da? Da ging es auf jeden Fall bei dir. Weil in das Loch fallen ist uncool. Und meine Seelen liegen ja irgendwo da rum. Wenn ihr wisst, wie die Dinger heißen, die Seelen hier, dann sagt's. Ich will sie gerne so nennen, aber ich, ich vergesse sie immer wieder. Die blauen Dingers. Die blauen Dingers. Ey, hör auf jetzt. Ich muss mal wieder mehr, ähm, aufblocken. Ich bin da einfach so ein bisschen... Amüsiert auch, weil die halt auch hier in dieser Situation... So auf den Ahr, auf den Sack fliegen. Oh, das war lustig. Ich muss aber trotzdem auch blocken. Ich verliere die Energie, die ich später brauche. Und es sieht nicht so cool aus. Ja, spuckst du was aus? Nee. Der da drüben. Genau, wie war das letztes Mal? Ich bin hin, hab ihn mit dem... Er hat diese lange... Die lange Sense, aber am Ende müssen wir hier weiter. Ja, ich weiß der Typ hier. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich will halt echt nicht mit dem kämpfen, aber ich will die Kiste, die da hinten steht. Aber wenn ich ihn jetzt anlocke und dann schnell das links nehme, rechts nehme und zur Kiste renne, dann bin ich auf jeden Fall vergiftet. Vielleicht kann ich ja noch schnell... Nee, kann ich nicht. Aber schnell dieses Item holen. Was mich ein bisschen heilt. Ah, ich kann nicht... Ah, okay. Okay, ja, okay. Nee, das machen wir nicht. Das wird jetzt schon zu spät sein. Nee, nee. Das Ding ist noch zu stark und ich hab hier eigentlich gar nichts zu machen gerade. Trotzdem muss ich doch hier vorbei. Ich muss doch da rauf. Genau, zum Rohr. Ach, ich würde ihn gerne angreifen, aber das ist nichts. Ach, gut. Puh. Okay. Meine Seele war doch... Hab ich die hier... Bin ich über das Rohr schon drüber oder hab ich die bei dem Exkurs hier in der Ecke verloren? Weil so richtig weiß ich es gerade nicht mehr. Ich guck mal kurz. Vielleicht ist es auch eine Abkürzung irgendwo hier noch. Aber, ja, ich hab... Ich glaub, ich bin... Ich glaub, ich bin irgendwo anders lang. Aber, ah, okay. Hier ist das. Hier ist die Abkürzung. Okay. Dann lass doch einmal kurz... Oh, komm, ernsthaft. Hier ist die Abkürzung. Hier ist es die Abkürzung. Jetzt mach mich das. Du hast das gesehen Und willst ordinal hinterher kommen Das ist wie wenn Bud Spencer so eine ganze Bar verprügelt hat Und dann kommt doch so ein Dude Der es nicht gecheckt hat Der schon 20 mal rausgeprügelt wurde Und nochmal rein Lass es doch sein Lass es einfach geschehen, Alter So, ich gewinne eh Hab ich noch Hab ich noch was So, bevor ich jetzt irgendwas Bevor ich meinen alten Kram hole Nutze ich jetzt erstmal den Kram Und hole mir ein Level ab Ja, man kann parieren Auch wenn ihr das wahrscheinlich Bei mir nicht so häufig seht Aber ich mach es eigentlich schon doch auch relativ häufig Mal gucken, ja, gucken wir mal Das sagt die immer Okay, jetzt ist tatsächlich eine interessante Frage Soll ich bei 20, 30 bleiben? Oder soll ich mal gucken Ich hab ne Waffe, die zweite Mit C D, B Aber A ist halt schon das allerbeste Warum? Also nach allen Regeln Ich weiß Die Leute wollen natürlich ein bisschen Abwechslung Aber es wäre bescheuert Jetzt nicht Alles weiter in Entschlossenheit zu packen Ich bin ein bisschen schwer belastet Belastet Da werde ich gleich mal drauf achten Oder Stärke, ne? Was hat nochmal Äh, Gewicht Äh, okay Gewicht wird beeinflusst Durch Ladung Okay Also Als nächstes machen wir mal ein bisschen Ladung Damit dieses etwas schwer weg geht Äh, hast du schon alle Wächter umgehauen? Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Ich Suche eigentlich gerade so ein bisschen meine Meine Sachen zusammen Seelen Und dann war da auch Äh, noch so ein Boss Aber den schaff ich erstmal nicht Und den Endboss hab ich noch gar nicht gesehen Glaub ich von der Fabrik Welcher Schwierigkeitsgrad Ich glaub es gibt nur den Welcher Schwierigkeitsgrad From Software Leicht Bis es hart wird Manchmal sehr hart Bis unfair Ein Regenbogen des Schmerzes Ich hab's doch kommen sehen Warum, warum block ich mich? Weil ich irgendwie schneller Ich will ihn einfach Ich bin ungeduldig Ich bin ungeduldig Er ärgert mich selbst Aber warum hat der noch Einen schnelleren Schlag als ich? Der hat nur einen Arm Oh, der haut aber auch komisch Das ist gar nicht so einfach Weil die haben ja so einen Komischen Haurythmus Den kriegst du nicht beim ersten Mal Gecheckt Aber ich muss definitiv Hier meine Abkürzung finden Äh, wenn ich Meine Seelen wieder hab Weil das irgendwie zu lang dauert Äh, ist auch zu gefährlich Ich kann die natürlich immer reinlocken Hab ich ja auch gemacht Aber wer hat die Zeit? Da, guckt mal Was ist das für ein Ausholen? Das ist doch kein Ausholen So holt doch niemand aus Außer vielleicht Nils Wenn er irgendeinen Wortwitz erzählen will So, jetzt kommt Reicht Ähm Ich warte nochmal mit dem Heilen 2-3-2-Rhythmus Okay, das merke ich mir Hast du schon, äh Da, hast du mich da gleich rechts Schon im Shortcut freigeschaltet? Hier, ne? Ja, dadurch, dass diese Ich guck mal Weil dadurch, dass diese Dieses Vieh da steht Hat das so ein bisschen meine ganze Planung durcheinander gebracht Weil ich mich da nicht traue rumzulaufen Und ich nicht ganz weiß Was da noch alles hier ist Geht's hier auch noch weiter? Ja! Das, okay Das hab ich jetzt, ähm Natürlich nicht erwartet Ich dachte, hier endet's Machen wir das erstmal Das ist wahrscheinlich die Abkürzung, ne? Wie ihr meint Ah! Lalalalalala Warum hab ich das gemacht? Nein, jetzt weg, 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 weg Wenn ich direkt, wenn ich die Abkürzung hab Kann ich direkt wieder hin Okay Auf dem Weg nach den läppsten 1100 Hab ich jetzt schon insgesamt, glaub ich 4000 gemacht Aber this is the way Dark Souls way Okay Okay, hier Genau, jetzt sind wir immer noch bei dem Typen, aber Hängt der hier? Was denn da? Ah, nee Boah, da würde ich schon gerne ran, ne? An die Kiste Die hat aber ne Kiste Da möchte ich schon mal beigehen Äh, aber das wird nix Nicht mit dem Typen da Vielleicht ist es, weil ich diese Maske trage Kann das sein? Der rote Fox You made it all the way here Das ist nicht so, was ich nicht so, was wir tun All we could do was love Keep your whiskers up If you're heading in there He is the richest man in Krat Or so they say Who knows Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits Ha, that seems unlikely No way are we doing that Well, anyhow Best of luck Best of luck to you, my friend Are you carrying the latest edition of Vanini's landmark guide? It's the most popular non-fiction work in Krat these days Maduro wrote the actual guide But Vanini published and financed it It goes for a premium at the shop But Maduro might not get his cut He went missing recently Which of course Made that volume more popular than ever If you can get all three volumes collectors want That you can get full No 5.000 for it is the shop But you're in luck I have a conscience And a powerful sense of self-preservation I'll let this one go for 500 That's a good investment Don't sleep through it You'll wish you had this And the price is a steal Shut up and take my money Okay Das war schön Interessant Wir haben natürlich Alle Sachen kaufen wir Die Attraktion dieses Monats Rosenanwesen Das ist sogar angebissen Darin ist ein Warnband angebracht Welches das Heringssymbol von Krat Trägt Warnung Dieses Buch ist verboten worden Wenn Sie es finden Melden Sie es bitte der Stadt Das Lesen von verbotenen Büchern Wird bestraft Sind Sie wirklich sicher Dass Sie es lesen wollen Es wurden gewarnt Aber Sie lesen ein verbotenes Buch Sie sind ein schlechter Mensch Nun Sie lesen es Also erhalten Sie das hier Die Rosen blühen auf dem Rosenanwesen Den Rest kenne ich nicht Das Ende Was? Reporter Katze Dieser Reiseführer wurde mit Unterstützung des Red Lobster Inn erstellt Welcher Reiseführer? Naja Ich habe jetzt ein Ding Den verbotenen Reiseführer habe ich jetzt bekommen Nehme ich gerne an Ich habe ja glaube ich alle drei jetzt Ich glaube ich habe alle drei Also müsste ich die auf der Karte Dann ja auch irgendwo Abgeben können Bei dem Bei dem Dödel Keine Ahnung welcher das ist Okay Oh Was liegt da in dem Glas? Kann man das noch essen? Ist das lecker? Naja man weiß es nicht ne? Die Not durft eines Obdachlosen Oder Ne das ist es wahrscheinlich Oder Kirschen Eingedoste Kirschen Okay mehr trainieren Komm nochmal Ne das war Seht ihr? Alter wie lahm haust du denn? Was läuft denn für ein Programm? Komm hau einmal richtig So Und dann kann ich von hinten hauen Aber das geht auch ohne Das ist aber auch nicht gut gerade Weil ich muss noch normal blocken Und dann kann ich hinter ihn gehen Naja Irgendwas muss ich da noch ein bisschen lernen Da ist noch nicht alles Sahne Na Gehen wir hier lang 2-3-2 Ja 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 Das letzte Mal Ich deine Mutter gesehen habe War das auch 2-3-2 Sind da rüber Dann Du weißt schon was ich meine Du lebst da ja Du musst die ja immer reinlassen So Ich weiß auch nicht warum Warum mach ich das? So da Komm her Na ich hab zu lange gewartet Das wollte ich Da Ja Sehr sehr gut Aber da ist bestimmt wieder ein Boss Ne Ich bin überhaupt nicht vorbereitet Für einen Boss Na gut komm Was solls Niemals ist es einfach nur ein Raum Oh das ist eine Ab Eine Abkürzung Weil das sieht halt wirklich alles gleich aus Ist Ja 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 Hier bin ich Hier bin ich ja schon mal Heute glaube ich auch schon mal Rein Rumgelaufen Ja ja Und hab den Hab das da oben auch gesehen Also das ist die Abkürzung Dann gehe ich jetzt aber kurz mal Zum Ja Bonfire Wie heißt es hier? Können wir nicht einfach universell Das immer Seelen und Bonfire nennen? Ich halte es so Für so blöd Da ständig neue Namen Für zu lernen Ja Und hier ist es Schnösel Und Brösel Und Äh Bei dem anderen ist es irgendwie Kaplork Und Schnafork Und beim fünften ist es Plasma Und Glaube Und dann ist es aber auch mal Stolz Oder es ist Äh Weiß ich nicht Ne Es ist einfach blöd Nenn es einfach Seelen Und Bonfire Was ist denn das? Stargazer Es ist mir doch wirklich egal Stargazer Äh Okay So Wir Teleportieren uns rüber Genau Ergo Also man sagt Also Seelen ist hier Ergo Und ähm Ich weigere mich Das so zu sehen Seelen Und Bonfire Ist Stargazer Ist natürlich ein bisschen Respektlos Ein bisschen wie Wenn man jemanden Deadnamed Oder Ist eigentlich ein bisschen Respektlos Dem Spiel gegenüber Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke Ne Komm Okay Dann lerne ich das Ergo Star Blazer 428 Starblazer Heißt das Oder Stargazer Nicht Blazer Ich nenn es Starblazer Er ist auch Er trägt auch Ein Starblazer Ja ja Kaufen Geben sie mir Bitte Du hast halt gar nichts Außer die Oh ja Mehr Säbel Säbelräder Sägezahnräder So Säbelzahnräder Äh Was ist mit dir Ich weiß Ich hab kein Geld Aber vielleicht Können wir Ne Sie hat Aber ich hab Vielleicht noch Seelenchecks 300 reicht nicht Ne Ne Das reicht wirklich Ne Okay Dann gehen wir weiter So Wir haben ja jetzt Gerade was aufgemacht Wir sind Glaub ich Auf dem richtigen Weg Muss ich echt sagen Legionswaffe Einfach nochmal gucken Ne es bleibt bei Full Die Puppenschnur Ne komm okay Ne ne Wir machen mal die Puppenschnur Wieder damit ihr auch mal seht Ähm Die jetzt neu reingekommen sind Was da so Für euch bereit Gehalten wird An Armen Was hier so ein bisschen Was hier so ein bisschen Natürlich Sekiro ist auch Äh Wie nennen wir es Wer ein Wannabe Souls Programmiert Muss mit den gesetzlichen Begriffen dazu leben Wannabe Souls Das ist ein gutes Genre Aber das ist einfach gemein Weil dann gibt es halt nur Souls Also Soulslike Ist ja schon Wannabe Souls Oder Oder Dann dürfen nur Soulsspiele Sich Soulslike Nennen Weil dann ist es Wirklich redundant Dann nennen wir sie alle Action RPG Und so Machen es so wie früher So Oh oh ja Ne Hier will ich ja gar nicht Haha Simon Du hast die Shotgun Geil Da Ne Da durch Oder Da oben Ne Hier Ne Okay das ist er nicht Verdammt Es ärgert mich wirklich Dass ich mich hier so ständig Verlaufen Nummer 1 Kritikpunkt am Spiel Oder an mir Ich weiß es nicht Aber das ständige Ich meine Es sieht hier halt Wirklich alles Fucking gleich aus Muss ich da vielleicht hoch Die Leitern Ja Alleine das Hier sind zwei Leitern Links bin ich eigentlich Noch nie lang gelaufen Oder Oder ist es gerade links Ich sag dir Ich werd hier gelingt Das ist auf jeden Fall Die eine Abkürzung Ne Aber die Abkürzung Zu dem Tunnel Ding Okay ne Es kann schon Ne Aber ich glaub Das ist nicht der richtige Genau Hier ist das Aber das ist alles Nicht mehr die Abkürzung Mann Ich schäme mich Dass ich das nicht mehr weiß Aber Mann ich bin doch da eben Erst lang gelaufen Da wo die Rohre waren War die Leiter Wo ist denn das jetzt wieder Ich will es einmal lernen War das Hier sind die Rohre Aber hier ist nicht die Leiter Vielleicht da drüben Einmal runter nochmal Eine Frage Simon Warum bist du ein Esel Ja das ist quasi Alle Kommentare Solange ich streame Zusammengenommen Die Antwort Sind meine Eltern mir schuldig Die Antwort stirbt mit meinen Eltern Kann man springen Ja klar du kannst rennen Und dann kannst du den linken Stick Reindrücken Wie Matthias Reim Kannst du Ja Kannst du schon selbst Ein Reim draus machen Gerade Nein Hier ist falsch Oder richtig Doch hier ist richtig Ich bin richtig Mann warum sieht das alles gleich aus Ich kann es nur wiederholen Aber ich bin hier richtig Boom Genau Wir merken uns mal Dass wir die rechte Leiter hoch müssen Und dann lange geradeaus Eine richtige Abkürzung Ist es jetzt auch nicht Es dauert auch schon seine Zeit Wenn ich jetzt mal ehrlich bin War das eine Fat Roll Moment mal gucken Nö Ich bin etwas schwerer Aber nicht Also wie in Realität Noch nicht so Dass man Äh Ich brauche noch keine Intervention Endlich Das war eine Abkürzung Ne Uh Das gucke ich mir gleich an Aber erstmal das hier Vielleicht ist es eine Warnung Frage des Tages Hat dieser Fabrikarbeiter Jemals gedacht Dass er wie eine Puppe Zerstört Was Die Texte gehen so schnell weg Die kann doch kein normaler Mensch Lesen Zerstört werden würde Safe Für den Fall Dass man vielleicht nur eins Nehmen kann Nehmen wir das Dreiecksbuch Oder den Hand Safe Was würdet ihr zuerst aufmachen Weil ich bin mir nicht sicher Ob hier nicht vielleicht Irgendwie Das ein Rätsel ist Oder man Man nur eine Auswahl treffen kann Und Ich will nichts Falsches machen Safe Den Safe Okay Dann Den Safe Ihr würdet den Safe aufmachen Aber das Buch Guckt doch mal In dem Safe Ist wahrscheinlich irgendwas Wertvolles Ja Aber Wenn du in diesen Raum reinkommst Dann hast du es eh schon geschafft Dann wird der Safe dich nicht groß aushalten Dann ist der Safe vielleicht wirklich nur Für die Für die Waren Werte Für die Waren mit Wert Und Das Buch ist aber vielleicht Hat den wahren Wert Nämlich Wissen Mann wird das philosophisch heute Was sagt ihr Komm wir gucken mal gerade Da sprechen die Wundertütenkäufer Ich muss sagen Das ist eine sehr gute Bezeichnung Für dieses Dilemma Ich liebe Wundertüten Als Kind Fand ich die wahnsinnig geil Aber Man weiß auch Meistens ist es Zu zwei Drittel Quatsch Den man wirklich nicht gebrauchen Kann Buch sieht story relevant aus Oh das jetzt fällt es mir gerade echt schwer Ich muss wirklich mal ein Vote machen Ähm So Safe Sagen 38% Buch sagen 64% Wenn ihr eine gute OBS Addon Geschichte kennt Mit der man so eine Abstimmung Bei Twitch Visualisieren kann Oder ob ich nur eine Einstellung verändern muss Und das dann geht Schreibt es mir mal bitte in meinen Discord Das wäre super nett Weil das würde ich gerne mal machen Also ihr könnt entscheiden Ich kann mich wirklich selbst nicht entscheiden 38% sagen safe 62% sagen Buch Also es ist gar nicht so einfach Leute Merke ich Viele haben am Anfang safe gesagt Und jetzt Gewinnt aber Buch Ihr habt noch 10 Sekunden Uh schwierig Oder möchtet ihr unter Umständen Diesen Koffer Voll Pisse Also Buch hat gewonnen Mit 61% Respekt Das Buch wird genommen Und vielleicht hat es ja auch gar keine Bewandtnis Drei schaffen eins Ey nochmal Es ist nie so wie ich dachte Äh du der die Tür geöffnet hat Sei eins mit dem großen Warte Was Was genau Drei schaffen eins Also Sobald ich hier reinkomme Und die Dinger irgendwie besetze Mit irgendwas Kann ich das Buch Haben Na gut okay Da kann ich ja nichts Jetzt Äh tut mir leid Und was ist hiermit Okay der geht Ja das ist aber auch Das wollte er jetzt aber auch Blau Blut Frack Und etwas Quarz Äh da weiß ich was ich damit mache Äh mit dem Frack Den werde ich natürlich anziehen Mein Esel im Frack Der wird gleich anders wahrgenommen So mit Frack im Sack Ha Da soll doch mal einer sagen Ich bin kein Blaublüter Allein Die teure Farbe des Gewandes Zeigt es doch schon Wenn es der mechatronische Arm nicht macht Der dich aufspießen kann Und das Riesige Schwert Das dich gerade aufspießt Ist es vielleicht die Eselmaske Die dir sagt Don't mess with Äh was war nochmal sein Was war er Moment Er war Wir haben das ja letztes Mal Beschlossen wer ist Therapie Esel Er ist der Therapie Esel Genau Du willst nicht dass der Therapie Esel zu dir kommt Gewöhn dich Sei lieber lieb Kleiner Oder willst du dass ich den Therapie Esel rufe Nein Nein Mama Nicht den Therapie Esel Nein Nein Sei ruhig Ich lese dir jetzt noch eine Geschichte vor Aus dem Buch 1001 brutale Todesgeschichten Mit Therapie Esel Ah das wäre schön Also Hier ist die Okay jetzt muss ich aufhören Da ist das Ding Da ist das Ding Da waren wir gerade Hier ist nur sowas Da kann ich nicht viel mit anfangen Genau und du hörst ihn so leise E-A 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 Ich liebe es Therapie Esel Also Er ist kein Esel Er hat eine Eselmaske Aber seine Therapie heißt Esel Dr. Esel Das ist sein Nachname Er hat das ein bisschen zu weit getrieben Wenn er Zitrone heißen würde Wäre das wahrscheinlich alles nicht so gekommen Aber er heißt Esel Und dann musste es so kommen Das war unvermeidbar So ich Entschuldigung Ich war gerade woanders Tut mir leid Wird wieder vorkommen Es ist aber auch Hier aber auch wirklich hier Ohne Unterlass mir die ganze Zeit Ohne Unterlass Und teilweise ohne Untersatz Kommen die einfach hier her Und legen sich mit mir an Da fühle ich mich ein bisschen Nicht so ganz ernst genommen So komm Ich will das halt auch blocken Ich mach das nicht aus Dummheit Sondern ich versuch das blocken Aber das perfekte blocken Wenn ich ehrlich bin Da muss ich aber scheinbar anvisieren Ich probier mal im Moment ohne Ne Weil das Man sieht es halt nicht oft Bei so einem kleinen Körper Siehst du nicht wann der Moment ist Das war er nicht Okay einmal noch Scheiße Greif mich rein Ach komm Der will es aber auch nicht Also du hättest jetzt so jede Chance gehabt Alles für was du gut bist Ist so der eine Der eine Schlag Wenn ich den dritten Schlag Nicht mehr reinkriege Schwertfutter Eieieiei Scheiße Nein nicht Hier lang Okay der ist Nein Ha ne ne Am Arsch Kannst du mich mal Ne ne Das hier ist zwar dick Das Rohr meine ich Da kommt er durch Aber ich gehe nicht in die Falle Mit den anderen Ich bin halt null vorbereitet Auf den jetzt Oh weg Oder Ja Ich glaube schon Ah Und jetzt auch noch Überhitzung Ich versuche gerade parallel Nicht zu verbrennen Und muss ja auch noch die Hier genau Diese Blaue Geschichte Kombinieren Aber es ist teilweise Schon ein bisschen hart Weil diese Überhitzung Macht es doch schläger Als gedacht Au Guckt es euch an Und schon brenne ich wieder Da kann ich gar nichts machen Kann ich gar nichts machen Ich bin hier in dem roten Ding Ihr findet mich In dem roten Rohr Oh Gott Es ist das falsche Instrument Moment Ich drehe mal random Au Nicht Das Piano ist schuld Das ist schon besser Fürs nächste Mal Okay 1100 Wollen Gerettet werden War nicht hier lang Oder doch Einmal kurz um die Ecke Ich habe schon wieder Kurz vergessen Aber nicht lange Hier ist Ne Das Ding Wir wollten da rechts lang Ne Ne Da hoch Genau Übrigens Live and let pie Ich denke an Live and let die Von James Bond Ist das nicht von Ist das Weil alle immer sagen McCartney Das ist doch nicht von Paul McCartney Live and let die Ist doch nicht oder Ist das nicht Was völlig anderes Habt ihr wirklich Nicht mal Den Song Aus meinem Gejaule rausgehört Den ich da versuche Zu imitieren Ernsthaft Das ist so demütigend Für mich Auch ein bisschen Für euch Aber Für mich Vor allen Dingen Oder ist McCartney Einfach so wie Wahrscheinlich man erwarten kann Überall der Komponist Hinter den ganzen Großen Songs Live and let die Paul McCartney Ich glaube es ja nicht Das muss ich mir gleich Ohne Scheiß Ich habe den Song Ja einfach Nur noch in dieser In dieser Frame In diesem Sechs Sekunden Frame Der in meinem Kopf Die ganze Zeit abläuft Habe ich diesen Song Nur noch da In Erinnerung Und Habe den Schon lange Nicht mehr original gehört Okay So wir sind wieder hier Vieles Nicht passiert Gab ein Cover Von ganzen Roses Vielleicht Denke ich an das eher Also mein Gejaule Ist eher so Axel Rose Wahrscheinlich Ist das aber Krass Das Original Ist dann von Pomeka Aber ja Ist ein krasser Typ Kann man nicht sagen Auf jeden Fall Musikalisch Ganz guten Eindruck Hinterlassen Würde ich sagen Da kann auch mal Die alten Jungen Ranlassen Hier Diese Jungen Den Moneyboy Zum Beispiel Aus dem Witter noch was So Da liegt's Formage Jetzt siehst du Und das ist so Funktioniert mein Hirn Das schreibt dir Mein Abo Nur Formage Und was in meinem Kopf Losgeht Ist dieses Es gibt so einen Französischen Song Der hat so was Du da di da Du di da Du da di da Du da Da Du Da Du Da 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 Und da Da ist so eine Szene Wo direkt Wo ich denke Wo jasch Wo jasch Ne Und Formage Ist doch Käse Oder Das ist mein Song Formage Formage Je si allais Und sowas ist in meinem Kopf Ihr nervt mich Indem ihr einfach nur Sachen reinpostet In den Chat Die ich dann Wo ich dann teilweise Nicht verstehe Warum lasst ihr mich Nicht in Ruhe spielen Warum soll ich denn Mit diesem Input Die ganze Zeit arbeiten Wir sitzen ja hier Zusammen im Boot Wir finden ja zusammen Den Weg nicht Ihr seid so Der Beifahrer Der die ganze Zeit Ach da marsch Da marsch Ne Da ist stimmt Von Trant Ihr seid so ein bisschen Der Beifahrer Der die ganze Zeit So die Musik wechselt Im Radio Während ich mich Offensichtlich Verfahre gerade Ja klar Aber fahr nur Einmal kurz ran Einmal kurz ran Ich will dir nur Drei Insta Posts zeigen Nur drei Komm Hier der Oder noch einen Okay so So wo ist denn Jetzt hier mal Ich hab mich Original verlaufen Jetzt in meine Aufregung Und nur deshalb Da muss ich lang Falls du Deutsch Rap was abgewinnen kannst Nein Also nicht den heutigen Also damals In 90ern Als das noch so ein bisschen Intellektueller war Und man noch so lustige Sachen gemacht hat Und das noch mehr so Studentenhumor war Da hab ich da auch noch Fand ich Hip Hop Auch noch gut Ja aber Aber heute ist das ja Nur noch so Gangster Oh ne Ich will aber das Diesmal machen Ja Oh oh und das auch Und das noch Hahaha Das ist ja perfekt Das ist ja wirklich perfekt Gelaufen Nimm das George McRae Okay Hier ich hab euch Was mitgebracht Ne Finden die nicht gut Ernsthaft Das ist so gemein Dass der einfach so An dem vorbeiläuft Es muss doch irgendeine Ecke geben Wo er so ein bisschen Benachteiligt ist Irgendwas Enges Ah ne Haut schon ab Ne ne Ey komm Mr. Dampfmann I sing you a dream Lass mich dich hauen Nur einen Hieb Nein 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 Ich hab's so verdient Ich hab's so verdient Nimm Nimm Mann ich hab's so verdient Verdammte Scheiße Kann ich das Ding nehmen Von allen Seiten Ne Als ob die zusammenarbeiten Der eine schiebt dich zum anderen Okay Jetzt muss ich kurz mal überlegen Was ich jetzt mache Weil es ist einfach Von allen Seiten Krieg ich gerade auf den Sack Eine Bücherei Nur wo willst du sowas jetzt finden Brauche ich eventuell eine Suche ich eine meine ich Kann mal gucken Was hier eigentlich so Was meine Quest Items sind Ne das nicht Ich bin schon hoch Oh ich hab ne neue Waffe Ist ja interessant Ja warum eigentlich nicht ne Ja warum war ich nicht Ja die ist halt jetzt nicht so stark Aber ich würde die trotzdem gerne mal ausprobieren Das sieht doch gut aus Ich bin der Feuerwehrmann Vielleicht hilft die ja gegen diesen Feuer Dude Hab ich irgendwie was gegen Äh genau so Feuerreduzierung Ähm physischer Schaden Ne hab ich nicht Das vielleicht Ah das könnte was sein Moment Ne Feuer ist hier 4-4 Und da weniger Okay das bringt nichts Ähm was ist das hier So Ich erinnere mich gerade daran Wie wir am Anfang von Äh als wir zum ersten Mal Nils und ich Zum ersten Mal Demon's Souls Und damit die ganze Reihe Und das ganze Genre Zum ersten Mal gespielt haben Dass wir Voll überfordert waren Von den ganzen Teilen Die man ausrüsten kann Und muss Und die Leute immer frustrierter wurden Weil wir das nicht gecheckt haben Äh und das war schon lustig Weil ähm Heute kann ich darüber Genauso schmunzeln Wie ihr Ja Punkt So was ich mehr brauche Ist hier diese Nach oben Digital nach oben Diese Geschichte Die einem das ähm Diese Das Feuer in dem Fall glaube ich Löschen Hoffe ich zumindest Ah das war wieder die falsche Naja egal Ich hab ja eh nichts mehr An Energie Rollen hilft bei überhitzen Das ist ein guter Tipp Danke So ich lauf hier gerade Nochmal ein bisschen Ich bin nicht Ich hab mich jetzt Nicht verlaufen Aber ich will Mir das nochmal genauer Alles angucken Weil ich hab hier noch Räume vergessen Glaube ich Und hier kommen jetzt Gleich nochmal welche runter Probieren wir mal Die Waffe aus Ah okay Die anderen sind schon Natürlich aufgelevelt Merkt man Oh und ich hab auch Die andere noch gar nicht Ausprobiert Scheiße Vielleicht wäre die sogar Hier richtig gut gewesen Moment So Das war knapp Sehr knapp Zu knapp Aber gleich Ist es wieder aufgeladen Und ich wollte das hier Nämlich mal probieren Der ist hier viel besser Mann Ich bin aber auch ein Ein Dude ey Ähm Also die ist nicht gut Vielleicht ein andermal Vielleicht wäre hier auch Feuer gut Physischer Angriff Moment Wir nehmen mal die in die Hand So und vergleichen mal Ähm Feuerangriff höher Das macht den Aber gerade Die eine macht den nichts Farbeladung Puls Nee Also Nicht besser So Laufende Zahnrad Dude Achso der Äh Was ist mit dem Dully da unten Zeig dir mal wer der Boss ist Nee auf gar keinen Fall Guck dir doch mal meine Energie an Sieht das aus wie jemand dem Als ob ich hier irgendwie was Ich laufe Auf dem letzten Loch Äh ich pfeife aus dem letzten Loch In so einer Lage will ich überhaupt Mich mit niemandem anlegen Ich bin wie diese Socke hier So Da ist ein Tuch Äh Tuch Wegen den Tüchern Da Kann ich hin Aber ich muss vorher runter Nee geht nicht Scheiße Komme ich da hin Wahrscheinlich Irgendwie anders ne Von unten Und hier Okay Aber da ist eindeutig Eine Puppe Und ich merke gerade Ich kriege auch die Energie Nicht aufgeladen Weil ich ja nicht schlage Vielleicht können wir beide Zusammenarbeiten Na komm Du stehst doch ganz sicher Nochmal auf Okay Scheiße Hast du diesen Exzentriker gesehen Monofficial Hast du diesen Exzentriker gesehen Auch diesen Monat Gibt es wieder Brandneue Nachrichten Der Exzentriker Dieses Monats Ist Mr. J Ein Herr Der für Aufsehen Sorgte Weil er eine Puppe Heiratete Liegt es daran Dass die Puppe Im Sonderanfertigung So schön ist Oder Dass die Eigenarten Von Mr. J Von denen Selbst er nichts wusste Plötzlich zum Vorschein Kamen Welche Eigenarten Mr. J Verliebte sich Auf den ersten Blick In die Dienstmädchenpuppe Und sie Heiratete Trotz des Und sie Heirateten Trotz des Protestes Seiner Familie Doch die Heimliche Hochzeit Der Liebenden Stand vor dem Haus Die wütende Puppe Stürmte herein Der Ehemann War verwirrt Die Puppenbraut War stark Beschädigt Da sage ich Gar nichts zu Sie hatten Offensichtlich Eine Seele Wir haben uns Geliebt Gentleman J Der zum Problem Seiner Familie Wurde und immer noch Die gleichen Behauptungen Aufstellt Er will sogar Seine Braut Heiraten Und die Hochzeit Wiederholen Diese Tragödie Ist nur dank Kratz Fortschrittlicher Puppentechnologie Möglich Lasst uns jetzt Auf alle unsere Familien hören Haha Die Fortsetzung von Hast du diesen Exzentriker gesehen Folgt Nächsten Monat Huiuiui So Also Wieder mal Oh Särge Ja Für ihn nicht mehr Ey die Energie Ich brauche wirklich Dringend Energie Irgendwas Brauche ich Wir haben das jetzt Alles eingesammelt Ne Hier Ja Jetzt könnten wir runter Da ist Ist er nicht giftig Ah Okay Das sieht aber anders aus Das sehe ich genauso Zum Glück Sind wir ja beide Menschen Ja Jawohl Endlich sagt es mal einer Wait Those clothes Leo You came back I killed Countless puppets To atone for What I did I didn't mean To break my vow I was just So scared I'm sorry I ran away Nee, nicht kämpfen, nicht kämpfen, nicht jetzt, nicht kämpfen, nein, nein, warum, nein, 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 nein. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das war hier White Privilege, dass er hier wirklich dem Esel mit so wenig Energie eine Keulen konnte, einfach so. Okay, der Weg da oben lang. Mittlerweile weiß ich es, jetzt habe ich die Elektrokeule, schauen wir mal. Ja. Ich hätte mit dem einfach nicht reden dürfen. Man könnte auch weniger Energie verlieren bei den Kämpfen, aber das wäre cheat. Gut, dass du es verstanden hast. Oh, da muss der Eselmann kommen. Brauchst du den Therapeuten, Esel? Er weiß, wo du wohnst. Und, äh, man sagt, dass er dir nicht vorher noch einen Pferdekopf reinlegt, sondern er legt dir deinen Kopf ins Bett. Dass, wenn du aufwachst, merkst du, oh shit, ich bin tot. Therapie, Esel. Er hält dich so lange am Leben, dass du aufwachst und merkst, du bist tot. Das ist die Therapie. Tod heilt alle Wunden. Alle Sünden. Alle Leichen im Keller werden durch den Tod bedeutungslos gemacht. Therapeuten. Wie Theratil, nur als Esel. Und mit Morden. So, jetzt kommt, ey, keine Zeit für euch. Wirklich, ich werde nicht mehr getroffen werden. Pass mal auf jetzt, mit meiner neuen Waffe. Das zählt nicht. Das kriege ich ja auch wieder. Das zählt wirklich nicht. Blocken zählt nicht. So. Meine Regeln. Okay, das war gut. Trotzdem ärgert es mich, dass ich trotzdem Energie verloren habe, Mann. Also blau ist natürlich in dem Fall sehr gut, äh, äh, also der, aber, okay, krass. Ist halt der Stromschaden, der hier natürlich mehr Schaden macht. Oh. Oh. Eine Frage noch. Könnte man hier nicht auch abspringen? Aber wo lande ich dann? Ist wahrscheinlich keine besondere Ecke, ne? Da war ich wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube schon. Man muss ja halt schon einfach auch ein bisschen sicherer um die Ecken gehen. Also gesicherter um die Ecken, weil ich werde immer von der Ecke angesprungen. Hier ist auch wieder so einer. Oh, ne, der war das. Ich dachte, der kommt hier von links. Äh, ich dachte, das wäre diese andere, die andere Puppe, die da immer von links kommt. Aber nein, ist der große Heini. Äh, wo der herkommt? Kann ich da nicht auch mal durch? Komm, wir gehen da mal durch. Ich sagte, wir gehen da durch. Kann doch nicht sein, ey. Oh, bitte. Energie. So, ist hier irgendwas? Da war doch... Ja, das wollte ich. Genau. Ich habe doch irgendwas angemacht. Röhrig. Firma Röhrig. Gas, Wasser, Scheiße. Dass ich der Röhrig bin. Au. Au. Das weiß ein jedes Kind. Oh, fuck. Der ist echt teilweise zu hart für mich. Ich meine, wie oft habe ich jetzt... Wie oft hat er mich schon gekillt? Ich muss einfach aufhören. Nee. Just say no. To verprügelt werden. Das sage ich auch immer allen Mobbing-Opfern. Just say no. Just say no to verprügelt werden. Why don't you just simply say no? I refuse to be verprügelt. Shit, der ist da wirklich hinter mir her. Es ist so nervig. Weil der so stark ist. Was ist hier? Was ist hier? Wohin? Ich weiß es wirklich nicht. Hier ist wieder Rohr. Okay. Hier lang. Also, wir suchen meine Seelen. Ich weiß nicht mehr, wo genau die waren. Ich habe den Elektrostab. Der hilft mir jetzt nicht mehr viel. Ich habe kaum noch Leben. Ich müsste eigentlich irgendwo speichern. Das Ding habe ich umgesetzt. Was ist dadurch passiert? Hier ist was. Sollte ich vielleicht mal hier runter? Okay, ich gehe mal hier runter. Ich bin sicher gleich in der Sackgasse. Ich sehe es schon kommen. Wer ist eine Frackgasse? Wäre ich wenigstens richtig für angezogen. Ah, 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 ah. Nee, nee, nee. Verboten. Nee. Alter, ich glaube es einfach nicht. Was für Glück ich habe. Bei dem Heuler-Dude. Kann ich hier weg? Kann ich hier weg? Nee, nee, nee. Ich will doch wirklich einfach nur mal abspeichern. Selten habe ich mich so sehr verlaufen wie hier. Aber ich glaube, jetzt bin ich in der Ecke, wo ich... Genau, die Rohre. Da hätte ich natürlich auch anders hinlaufen können. Aber hier war... Mann, ich weiß es halt nicht mehr. Hier waren diese... Genau, die Töpfe. Und hier ist das Ei. Oh Mann, das ist so eine Fass. Wie oft ich mich hier schon verlaufen habe. Ähm, okay. Wie kann ich helfen? Ich hoffe, er ist okay. Red' ich jetzt schon mit den Öfen? Oder ist das ja die Puppe, die da oben hängt? Nee, da hängen ja mehrere. Wo kommt das denn her? Ihr habt das ja... Da sitzt auch jemand. Ach, da oben. Der Typ. Da komme ich jetzt aber nicht hin. Kaum, ne? Ständig neue Rätsel irgendwo. Aber da oben ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Da will ich hin. Das merken wir uns jetzt mal. Das ist der Weg. Das Vieh ist mittlerweile weg. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich hier einmal drüber sollte. Nur einmal um das Gebäude. Um dann vielleicht hier reinzukommen. Das könnte aber stimmen. Ich gucke trotzdem nochmal hier. Aber ich glaube, ich muss um die Ecke. Aber das werde ich wieder nicht schaffen, glaube ich. Hier vielleicht? Ja. Ja, ja. Nee, das wäre das. Ach, verdammt. Okay. Das muss sein. Also, wenn ich falsch laufe, sag Bescheid. Muss ich wirklich hier lang und dann da hoch? Wir sind ja der Beifahrer, der sich daran interessiert, dass du dich verfährst. Ja, aber ihr zahlt für das Taxi. Also, wer lacht am Ende? Da. Geil. Okay, wir merken uns da lang. So, jetzt können wir, ich weiß, wir sind hier schon einmal gewesen. Aber jetzt habe ich ja auch wieder was gelernt und neue Muni, äh, neue Ergo geholt. Aber ist echt lächerlich. Ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis. Aber ist halt so. Das ist, äh, das, ähm... Das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, das ist die Waffe. Spulerich ist schon der bessere und die anderen, ja, bringen mir jetzt auch nicht so viel. Griff kann ich jetzt auch nichts auf die Schnelle ändern. Okay, na gut. Dann zurück. Okay, ähm. Habe ich eigentlich irgendwas im Lager vielleicht? Oh, das ist wirklich was. Beschützt das Ergo, ähm. Das ist eigentlich was, was ich wirklich brauche. Habe ich aber schon alle, okay. Okay, dann kann ich weg die Räder, die Zahnräder könnte ich doch mal zurückgeben, ne, transportieren. Sägeblatt kommt irgendwann. Kette, ja, da kann man was bauen. Okay, so. Jetzt machen wir es aber wirklich. Jetzt gehen wir hier hin. Gehen einmal diesen langen Weg und auch bis zur Säure. Aber da ist doch irgendwo noch ein, eine weitere Abkürzung. Weil ich kriege diesen einen dicken Riesen noch nicht platt. Und dahinter ist diese Säure. Dieses große Säuresystem, wo ich schon so ein bisschen reingegraben habe, bis ich gestorben bin. Da müsste dann vielleicht auch meine Seelen rumliegen. Von Ergo. Das kann ich anbieten. Alles andere müsst ihr helfen. Wir sind zusammen mit dieser Scheiße hier gelandet. Eine Kettensäge. Ja, es wäre cool, wenn man mit der Kette, ne, und Sägeblättern und so tatsächlich eine Kettensäge bauen könnte. Ich, ich fände das, äh, ich fände das sehr schön. Ich mag diese Kettensägen in Spielen. Memes. Macht euch mal Bock? Wir haben doch keine Ahnung. Ja, aber vielleicht haben ein paar von euch ja auch schon so eine Vorabversion und können, sie haben schon weitergespielt oder so. Oder weiter geguckt. Es streamen heute ja auch wieder sehr viel mehr Leute als gestern. Es dauert wahrscheinlich noch ein, zwei Tage, bis man es überall findet. Aber wir sind hier noch relativ früh. Okay, hier lang. Wenn mir jetzt einer der Publisher oder so, also der Publisher, hier so ein Esel, Eselmaske schenken würde, ich würde sie wahrscheinlich voller Stolz tragen, weil die schon ziemlich cool ist, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt nochmal alles richtig machen. Letztes Mal lief das nicht. Und vor dem Feuergolen abhauen. Aber ich habe noch geblockt. Ja, es hat nicht geholfen. Schade. Und schon hat man viel, ja, viel Energie verloren, die man auch nicht mehr zurückkriegt. Ist noch nicht optimal. So, da ist nichts, ne? Okay, Rohr. Und hier war ja diese Geschichte genau. Und hier rechts, äh, bricht der Typ immer durch. Und da haben wir ja das, ähm, den Hebel auch benutzt. Hier ist er. Also, was haben wir gerade mit dem Hebel aufgemacht? Das hier ist es nicht. Vielleicht haben wir die Maschine ja angemacht irgendwie. Wollt ihr wirklich überhaupt nicht arbeiten? Also, ich will ja nichts sagen, aber da kommt jetzt wirklich einer ganz langsam auf dich zu. Und der haut sicher auch dich. Ach, der haut dich nicht mal. Wollt ihr mir helfen vielleicht? Gebt euch einen Euro. Nee? Gut. Ihr seid mir ein ganz tolles Pärchen. Die Schweiz, ne? Ihr seid mir bestimmt aus der Schweiz. So, habt ihr Zeit, es zu lesen? Es ist das erste Volumen, das ich geschrieben habe, also, geh einfach. By the way, ich muss etwas sagen, bevor es mein Geheimnis verliebt. Es ist ein Schade, dass der original Autor nicht verliebt. Aber ich glaube, ihr verliebt... Keine Refinitionen, natürlich. Ja, aber das habe ich ja schon gekauft. Ich bin doch schon dir auf den Leinen gegangen. Ihr seht aber auch gerade, was mir auf der Chat sagt. Und hier, der Schleim, das giftige Zeug, ist weg. Das hat der Hebel bewirkt, abgepumpt. Ja, sehr gut. Kennt man ja auch aus Souls-Spielen. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch vielleicht mit dem auch mal sinnvoll kämpfen, wenn ich einen guten Speicherstand finde bei ihm unten. Ja. Jetzt müsste man nur... Da ist eine Leiter. Nur noch runterkommen. Okay, jetzt wird es interessant. Ich habe noch ein bisschen Energie. Ich habe den Elektroschock-Stab. Der ist leider nicht ganz aufgeladen. Aber ich habe auch noch zwei von denen. Habe ich nicht auch Blitz-Geschichten? Oh shit, ey. Schneller, schneller! Nein! Hier! Da! Schnell! Da! Habe ich nicht. Habe ich keine, ne? Äh, irgendwas zum Werfen. Da! Ganz knapp noch geschafft. Achtung! Ne, was denn? Achso, ich kann das nicht schleifen. Ja, okay. Das ist natürlich was anderes da. Ja, aber mit Feuer brauche ich den wahrscheinlich wirklich nicht kommen. Schauen wir mal. Weil der hat schon gut reingehauen, muss ich sagen. Ich bin ja auch nicht so stark. Ich habe nicht viel Vitalität. Nicht genug. Aber ich kann mir vorstellen, dass man den mit den richtigen Tricks schon killen kann. Au shit, das war ein Fehler, glaube ich. Weg! Ja, das war ein Fehler. Hätte ich wissen müssen. Mit Ansage. Nein! Was? Oh! Okay, mit dem Move, den habe ich... Hat er den schon das letzte Mal gemacht? Weil dann habe ich den falsch gesehen. Das war nicht schlecht. Ja, aber er kann es mal versuchen mit Feuer... Ne! Mit... Scheiße, alles falsch gemacht. Hilft nicht viel. Aber er ist schon sehr langsam. Ja, man muss erst mal abwarten, was er... Wie der Rhythmus ist. Ja, greif mal an. Ja, das Ding. Oh, oh! Ja, okay. Machen wir einen. Nee. Nee. Machen wir ihn nicht. Oh, oh, ja. Nee. Da habe ich immer Angst vor, weil der ist hart. Der trifft dich auch mehrfach. Hau doch endlich mal! Ich habe meine Keule jetzt so aufgeladen, aber ich konnte nicht viel damit machen. Der Laden hatte schon geschlossen. Das geht wirklich um... Um wenige Sekunden hier scheinbar. Aber es leuchtet noch. Okay, komm, komm, komm. Ja, ihr müsst mal gucken, ob das jetzt merklich was mehr bringt. Aber ein bisschen vielleicht. So, meine Waffe schärfen kann ich ja auch nicht, oder? Das geht? Okay, gut. Aber gut. Ich kann es auf jeden Fall nicht mit dem Blitzring, weil das ist ja schon ein Blitzring. Keule gegen Keule ist fair. Ja, ihr habt recht. Irgendwie ist es fair. Ich habe Angst vor diesem einen Lucky Hit, wo er ein, zwei Kombos reinkriegt und ich danach direkt tot bin. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Ah, weg, weg, weg. Was habe ich jetzt gerade erreicht? Was war das? Was ist passiert? Was für ein Geräusch? Erst, weil ich linkes und rechtes Bein probiert habe? Ich habe das Gefühl, das war da irgendwas. Probieren wir mal. Keine Ahnung, was das war. Ernsthaft? Heilskrank aufgefüllt durch Schläge. Okay, das war gut. Gut zu wissen. Ich habe nicht darauf geachtet. Aber das ist gut zu merken, das Geräusch. Komm jetzt. Er holt aber auch langartig aus mit dem Ding. Also ich meine, meine, meine Figur. Oh, shit. Zu spät gesehen, aber noch schnell entgangen. Nein, ein zu viel, ne? Man hat es genau gesehen, wie der eine zu viel war. Und jetzt brauche ich erstmal wieder Pause. Und jetzt verliere ich natürlich die Energie mit dem Stromschlag. Bonus, aber ist egal. Das war's. Das war so klar. Erstmal abwarten. Vielleicht ist da ja ein bisschen Energie drin. Da guckst du blöd. Nicht gute Sachen, glaube ich. Klinge und ein Griff. Aber nichts, was ich jetzt... Aber nichts. Aber nichts. Aber nichts. Aber nichts. Okay, den mag ich. Aber den mag ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich es fast tot, fast tot, fast tot. Ich glaube es ja nicht. Fast tot. Fick. Ficken. Und keine Möglichkeit, Energie zu kriegen. Außer durchhauen. Das ist aber gefährlich. Ich will nicht mal wirklich hauen. Aui. Au. Komm jetzt. Und dann. Ah, das Y habe ich bekommen, ja. Und noch so ein Energieding. Geil. Jetzt kann ich gleich ein bisschen aggressiver sein. Nein. Gut. Nein. So, gut, das lief gut, aber ich habe ja alles schon geräubert, also so viel gibt es ja gar nicht. 6200, okay, was ich auf jeden Fall weggeben muss, sind die ganzen... Ergos. Aber hier unten ist gar nichts, ne? Na gut, ist ja auch nicht der einzige Schlund, es gibt noch einen anderen. Und da gehen wir als nächstes hin. Verdammt, wenn ich nur einmal den Weg mir merken könnte. Also hier ist, genau, hier sind die rollenden Dinger, ne? Ne. Ha! Das spielt keine Rolle mehr in meinem Leben. Weg damit. Ein Ball, auf dem ich nicht tanzen werde. So, komm. Pam, 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 pam. Oh, toll. Es gibt kaum ein Gefühl, was sich so gut anfühlt, wie wenn man in den Stargazer teleportiert wird. Außer natürlich, wenn man Volvic trinkt. Volvic, mein Hydrationspartner. Mh. Nur echt mit Wasser. Mh. So. Ich werde meine Power nutzen, um dir zu helfen. Aber ich habe doch schon Volvic getrunken. Besser Volvic kaufen als suppen? Also, du musst ja leben. Und deswegen musst du natürlich... mich suppen. Aber wenn du darüber hinaus noch quasi mehr mit deinem Leben anfangen willst, würde ich dir Wasser empfehlen. Und dann natürlich gerne Volvic. Jetzt, äh, warte, Moment, eine Sekunde. Ich bin etwas schwer. Wenn ich das jetzt hoch mache. Zwei. Oh Mann, nein, ein. Ne, ein, ein. Und dann kann ich auch... Nein! Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Aber ja, maximale Ladung. Ja, okay, komm. Aber wenn wir jetzt noch was haben, äh, wenn wir jetzt noch was haben. Wir haben jetzt ja vielleicht noch was. Durch die Schecks. Und ich habe immer noch meine Seelen nicht zurückgeholt. Aber es ist doch jetzt wurscht. Äh, scheiße, nur ein Mondstein weiterhin. Ähm, Klinge einer Booster-Gläfe. Ich bin natürlich mit Großschwert am besten dran. Ähm, warte mal. Äh, das ist meine... Welche ist denn jetzt die aktuelle... Weil die Verbesserung, frage ich mich gerade, für was... Ach so, das ist dann das Level-Up. Okay, ich dachte gerade im Vergleich zu welcher Waffe. Ah Mann, das ist voll schwer. Aber die sind alle nicht schlecht. Die sind alle cool. Und ich meine, ich würde hier schon gerne mehr so diese Großschwert-Dinger nutzen. Weil das ist ja mein Style. Die klingen ist auch nicht schlecht. Die habe ich jetzt hochgelevelt auf zwei. Ich will die nicht einfach so hängen lassen. Aber ich könnte die ja auch mal probieren. Ich mach's mal. Sonst macht's doch keiner. Wenn ich's nicht mach, macht's doch keiner. Ist doch wieder so. Okay. Äh, kann ich an dem Griff noch? Nee, kann ich natürlich nichts ändern. Ähm, montieren mach ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich wirklich nicht mehr weiß, wohin mit den Waffen. Aber im Moment sieht's eigentlich noch okay aus. Ich müsste mal wieder ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Ähm, ich hab schon sehr viel von diesen... Aber die Elektrobaffe ist super. Dann nehme ich jetzt halt genau diese... Klinge einer Booster-Gläfe. Warte mal, wie sieht das aus? Ich will das gerade mal angucken. Das ist eine große Waffe. Ja, die nehmen wir. Mehr Kram haben wir nicht. Nee. Okay. Jetzt waren wir ja nur kurz hier, um... Oh, Moment, vielleicht rechts nochmal gucken. Ich würd halt gerne mal... Gibt's hier, wenn ihr euch vielleicht noch ein bisschen auskennt von meinen letzten Spielrunden, gibt's hier nicht irgendwo eine Möglichkeit, diese Elektrobomben zu kaufen? Weil ich kann ja halt hier jetzt immer diese... Klar kann ich jetzt immer diese Zahnräder kaufen, aber was ich eigentlich suche, sind diese Elektrobomben. Die sind hier irgendwo. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo. Und einmal nochmal schauen, was ich vielleicht an Sinnvollem zu verkaufen habe. Mann, da kann man mit dem P-Organ, ne? Da kann man so viel machen. Die Werkstatt verwendet die Sprachstücke, um die verschiedensten Fähigkeiten der Puppe zu erzeugen. Da könnte ich mich auch nochmal mit befassen. Das ist echt nicht wenig, was man hier hat. Ach, das wär geil, ne? So ein zweihändiger Griff. Ah, ich lass sie erstmal. Sie, war sie es vielleicht? Mit dem Level Up? Erzähl doch mal ein bisschen was. Oder? Wir haben ja schon mit ihr gequatscht. Aber sie hat, glaube ich, keine... Ah, okay, das machen wir jetzt erstmal. Au. Das bedeutet, dass du liebst. Deine Lübungen sind eine rare Möglichkeit. Du kannst deinen eigenen Weg, nicht von allem ausgeliefertigen. Menschen auf der anderen Seite, die immer Angst haben, von Puppets. Lie, um sich zu beschützen und finden deinen Weg. Ich bin ein altes Freund von Geppetto. His Son ist wie Familie zu mir. Mach dich zu Hause. Du bist immer willkommen hier, in der Hotel. Wenn du Fragen hast, fragst meine butler, Polandina. Okay, das waren jetzt... Das war schon, oder? Da ist aber noch mehr. Man kann noch runter. Hier ist auf jeden Fall das Ende, aber oben war noch mehr. Vielleicht kann ich ja mittlerweile mir auch oben neue Sachen schon angucken. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Das ist dann die Isabella-Straße. Hatten wir auch schon mal an der Stelle, aber ja. Das ist halt wirklich der Hub für viele der Orte. Von dem sie abzweigen. Hier ist die Katze, natürlich. Und Geppetto. Und der ist sehr Gennetto. Das ist ein cooler Typ. Die Katze ist aber wiederum nicht unser Freund. Aber im Laufe des... Jetzt hör doch mal auf. Im Laufe des Spiels wird sie es vielleicht noch. Katzen muss man sich erarbeiten. Stimmt, hier war das. Hier kann ich diese Quarzsteine benutzen. Gut, dass ich hier hochgeguckt habe, weil... Warum soll ich mir mehr Mühe machen als nötig? Und ich will ja auch diesen ganzen Kram... Ähm... Will ich ja auch benutzen, so wie er gedacht ist. Also, Pulszellenerhöhung erhöht das Ergo nach Besiegen eines Feindes erhöht die Eliminierung. Die Erhaltemenge an Ergo. Klar, brauchen wir. Ähm... Und ich frage mich gerade, wenn ich beides aktiviert habe, dann kriege ich vielleicht diese Plus-1-Pulszelle. Könnte ich mir fast überlegen. Ja, vorstellen. Aber ich gucke mal. Ähm... Wenn ich hier jetzt noch was reinmache. Zwei habe ich ja. Ich könnte jetzt aber auch mal gucken... Wo habe ich eins? Genau, Legion oder Legion wird bei Eliminierung von Feinden geladen. Den zweiten kann ich da noch gar nicht machen. Okay. Und da auch... Nicht. Okay. Ich kann nicht mehrere Quarz des selben Types aus... Blösten. Block, Regeneration, Widerstände... Das haben wir natürlich schon gesehen. Ich muss trotzdem nochmal durchlesen. Angriffstyp ist, glaube ich, für mich ganz, ganz wichtig. Erhöht den überwältigten Angriff von Ladungsangriffen. Ladungsangriff ist dann eher zwei, wenn das einmal aufgeladen wird. Ähm... Und der überwältigen ist halt das Wichtige, das Stacken. Dass man die Gegner mit... Ne? Über... Über... Überlädt mit... Mit... Mit Angriffen und Power. Und dann sind die in diesem Modus, wo man sie leichter... ...killen kann. Ähm... Wertet den Angriff von tödlichen Angriffen auf. Wertet den Angriff von Fabelkünsten auf. Fabelkünste sind dann ja wahrscheinlich... Das weiß ich immer noch nicht. Sind das die Armkünste? Oder ist das dann alles, was... Strom... Ist? Ich weiß es nicht. Erhöht die überwältigte Dauer eines Feindes. Das ist dann dieser weiße Rahmen, der schon wichtig ist. Weil da kann man dann wirklich einen Finisher anbringen. An sich wäre es nicht schlecht. Aber es ist mir zu spezifisch. Das brauche ich fast nie. Komm jetzt! Gib mir mal was, was ich wirklich will. Aufwertung für Ladung von entladener Pulszelle nach tödlichem Angriff. Verringert den erledenen Schaden, wenn Pulszelle... Ne, ne. Das hatten wir schon. Block Regeneration. Ne. Fähigkeiten. Ausdauerverbrauch für Ladungsangriff verringert. Verringert den Ausdauerverbrauch von Ladungsangriffen. Ja. Äh... Fabelladung für... Oh! Lädt Fabel auf, wenn perfekter Block erfolgreich war. Das kann man mal machen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich auch diese extra Pulszelle, oder? So würde ich es mir zumindest erklären. Und irgendwann kommen wir in diesen Block noch. So. Ich kann mich aber auch irren, ne. Ich weiß es nicht. Äh... Da habe ich auch schon einen drin. Also packe ich hier den zweiten rein. Oh! Hier sieht man jetzt... Da geht gar nichts mehr. Da haben wir zu viele schon verbraucht. Hier wäre noch möglich. Verbrauchsgüter, Besitzlimit. Besitzlimit für Wurfobjekte hatte ich alles noch nicht so... Ja, okay. Eine von diesen Elektrogranaten mehr werfen ist schon wirklich nicht schlecht für den Endboss, ne. Wertet den Ladeeffekt von Legionsmagazinen. Ich finde diese Legion-Sachen bisher noch nicht so spannend für mich. Ähm... Mann! Ich finde die alle blöd. Ja, da machen wir halt Laden. Endlich! Und jetzt haben wir hier nämlich neue. Äh... Ermöglicht Ausweichen, wenn man am Boden liegt. Sehr gut. Das holen wir uns. Ähm... Erhöht die Anzahl der ausrüstbaren Slots. Sehr gut. Und natürlich die Pulszellen. Äh... Block-Regeneration beibehalten. Bild eine bestimmte Menge an Block-Regeneration bleibt, wenn Schaden halten wird. Ja, ist auch nicht schlecht, ne. Ja, sehr, sehr, sehr zufrieden bin ich eigentlich. Ich habe aber leider keine gespeicherten Formen hier. Na gut, dann quatschen wir noch mal ein bisschen, oder? Kurz mal quatschen. Ihr könnt das ja auch immer durch... äh... Vorspulen, wenn ihr das als Video seht. Aber das muss schon alles sein. Gerade hier, ne. Fremdschirm. Oh, sorry. Ach, mit dem haben wir schon. Ja, dann nicht. Also wir haben, glaube ich, ausgiebig mit ihm gesprochen. Aber ich dachte, dass da noch was kommt. Okay. Gucken wir weiter. Und gleich gehen wir auch zurück und machen nochmal hier die Aufgabe in der Location fertig. Ich denke immer noch, das wäre eine Geheimtür. Dieser Gang hier ist doch nicht umsonst. Das ist... Klar, es ist eine Geheimtür, oder? Es ist eine Geheimtür. So, die Säure ist weg. Daran müssen wir denken. Also können wir uns vielleicht jetzt auch... ...irgendwo anders hin beamen. ...wo wir leichter die Säure erreichen. Aber ich weiß es leider nicht genau, wo das sein könnte. So, einmal noch suchen. Wo sind die Granaten? Wo kann ich das kaufen? Sie nicht. Oder? Hat sie auch ein Kaufmenü? Ne. Okay, wir könnten mit ihr mal ein bisschen reden. Wir lassen sie schon die ganze Zeit dumm stehen, ne? Okay, komm, wir reden einmal mit ihr. Damit der Content jetzt nicht später total alt ist. Erzähl mir mehr. Stalkers. Es macht sich selbst durch die Ergospore in der Luft. Stalkers installen Stargazers all across the city. Once sie sind, wir können sie zu nutzen. Wenn ihr wollt, zu testen, oder zu versuchen, neue Techniken, gehen in den Garten. Stalkers haben eine Puppet gesucht, um für Training zu nutzen. Don't look at me like that. Jeder liebt Puppets. Ich weiß, wer ihr seid. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Herr Benigni ist der richte Mann in Crott. Seine Firma manufakturiert die meisten von Crott's Export. Er ist ein... peculier, aber ein gutheartiger Mann. Selbst wenn er richte, er tritt alle Arbeitnehmer mit Respekt. Ich habe gehört, er ging, um die Fabrik zu verhören. Ich hoffe, er ist sicher. Ich will nicht, dass ich meinen besten Kunden verloren habe. Lustig, gerade jetzt, als gesprochen würde über diesen reichen Mann und der gute Kunde, den er für diese Wirtschaft hier darstellt, kommt im Chat der Nightbot und sagt euch, wo ihr Trinkgeld abgeben könnt, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr gerne machen. Ist kein Problem. Landet auf meinem PayPal-Account. So, ihr könnt aber auch einfach suppen. Oder auch gar nichts machen. Oder mal einen Adblocker ausmachen. Reicht aber schon, wenn ihr mal kommentiert oder liked oder mich weiterempfehlt oder abonniert. Das alles hilft, aber Kohle hilft auch. Sie sieht wie der geborene Waffenschmied und hört sich auch so an. Oder verkauft sie nur. Ich glaube, sie ist eher das Face. The Face of the Organization. Nein, ich glaube schon, dass sie... dass sie sich gut auskennt. Und ich glaube, das ist auch eher ein wichtiger Job, wo es weniger jetzt darum geht, möglichst viel auf dem Amboss rumzuhauen. Man sieht hier gar keinen. Sondern eher darum, die richtigen Klingen zu kennen und die Wirkung und das perfekt vorbereiten und feilen und reparieren zu können. Also, das ist ein ganz anderes Anforderungsmerkmal als jetzt ein Schmied. Okay, so. Weiter geht's. Wir denken weiter an diese Säurebecken. Da suchen wir jetzt einen Weg. Ist aber wahrscheinlich auch... ist weiterhin hier unten, ja. Ah. Fast sind wir hier durch, glaube ich, mit dem Kanal. Ich glaube, das hier ist die beste Abkürzung. Ihr seht auch immer noch, ich habe eine Menge Ergo noch übrig, was hier rumliegt. Aber da ich einfach nicht mehr genau weiß, wo ich da gestorben bin, ist das, glaube ich, auch... Aber da sieht man immerhin mal, wie lange ich nicht gestorben bin. Das ist ja auch mal was. Hier zum Beispiel. Hier geht's... Hier ist er nicht, ne? Ich überlege mich gerade, da geht's auf jeden Fall hoch. Ja, klar. Aber will ich denn überhaupt da hoch? Das ist ja eine Abkürzung, aber vielleicht zu dem Areal von eben, wo wir ja schon alles durch haben. Ich suche ja diese Säurebecken. Ich gehe trotzdem auf. Sehr viele weisen immer wieder darauf hin, dass man Geld da lassen kann und das ziemlich oft so bekommen. sowas kommt aus Eigeninitiative vom User raus und danach immer wieder bitten, kommt eher wie betteln rüber. Sehe ich komplett anders. Auf der Straße nicht erlaubt und strafbar und trotzdem überall vorhanden und wichtig für die Leute, die das brauchen. Und hier gehört es zum guten Ton, ein eher merkwürdiges Verhalten. Spenden ist wirklich ein Dankeschön an den Streamer und der Moment entscheidet man selber. Ja, das ist doch völlig mein legitimer Gedanke, dass ich das dann in eure Aufmerksamkeit rücke, wenn es sich vor allen Dingen humoristisch gerade einen Moment ergibt. Das gehört, finde ich, zum guten Ton, dass man immer wieder erwähnt, dass man das nicht umsonst macht. Man macht es ja erstmal umsonst, man geht ja in Vorleistung und danach können Leute, wenn sie Bock haben, was spenden. Das als Betteln zu bezeichnen, sehe ich als ein Versuch, das als was Schlechtes darzustellen und kommt dann halt von Leuten, die gewohnt sind, ihren Kram umsonst zu konsumieren. Das ist okay, ist deine Einstellung. Ich habe eine andere. So würde ich das jetzt beantworten. Und gerne hätte ich einen Button, wo ich das dann immer drücken kann und dann kommt genau diese Erklärung. So, wir sind wieder hier. Bei euch auch. Oh, habt ihr eigentlich was zum Handeln? Da war was, ich weiß. Aber nee, ihr habt nur, du verkaufst den Kram und du hast doch was zum Handeln. gehabt. Nee, auch nicht. Ja, okay. Ich glaube, da bin ich noch nie lang gelaufen. Äh, lang gelaufen. Ling Ling. Oh, es ist Drawn Together. Da bin ich noch nie lang gelaufen. Schöner Podcast bei den Rocket Beans mit Ling Ling. Also mit Wirt, der Ling Ling feiert. Kann man sich echt gut anhören. Wir hatten viel Spaß. saßen bei Gregor zu Hause. Ah, das ist die Ecke. Okay. Uff, das war knapp. Ja, ja, ich weiß, hier ist nichts. Hier könnte ich nur ein bisschen farmen. Okay, wir waren doch bei dem Rohr. Hier unten ist der Typ, äh, der nicht mehr da ist. jetzt einmal orientieren. Also, da ist die Leiter, die haben wir runter gemacht. Da rechts, ähm, könnte man hinkommen, ja. Es sieht auch aus, als ob es da irgendwie weiter geht, ne? Das ist schon so ein bisschen, alles führt in diese Richtung. Wie komme ich da hin? Da ist dieses Rotorblatt. Da komme ich aber normalerweise nicht durch, oder? Ist das jetzt offen? Das sieht so komisch aus. Aber, äh, wir werden sehen. Also, ich könnte nochmal runter und mir das nochmal angucken, aber ich will eigentlich linksrum rüber auf diese Brüstung. Alter, ne! Das sind die beiden! Ach so! Oh, okay! Da sind die beiden, ne? Das sind die, äh, wo, äh, die immer nur rumstehen und dahinter ist das, was so aussieht, als müsste ich da lang, das ist das Tor, was nicht auf ist. Also, irgendwo, irgendwas habe ich hier noch übersehen. Haut mal bitte gerne, ähm, eine Meinung raus, was ich hier vielleicht, wo ich nochmal gucken muss, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt und ihr guckt ja auch schon zu. Ihr habt vielleicht mehr Überblick als ich. Kennt ihr zufällig, ich glaube, der heißt Judo und Karate, der Song. Ich höre sehr viel Musik in den letzten Monaten und Jahren. Und, äh, der ist irgendwie Judo und Karate heißt der. Also, wenn einer, wenn uns einer Blöde kommt, dann müssen wir ihn warnen. Wir können schon ein bisschen Judo und Karate. Und so geht es die ganze Zeit. Ich muss sagen, der ist gerade in meinem Kopf nicht mehr rauszudenken. Weil so fühle ich mich hier. Ah, so. Alter. Ich wollte so schön hinter ihm. Ich wollte was bieten. Dass die Leute sich nicht betrogen fühlen wegen ihrem Geld. Aber die kriegen doch schon eine Socke. Ihr kriegt eine Socke im Chat. Was soll ich denn? Ihr kriegt mein letztes Hemd. Äh, meine Socke. Und ich benutze, ich ziehe Socken als Hemden an. Tragt nicht. Was soll ich denn noch tun? So. Endlich. Hier geht es nicht weiter. Ich weiß. Trotzdem gucken wir uns das jetzt mal an. Weil da bin ich... Ach, da ist wieder der Stargazer. Ja, okay. Wo könnte er eigentlich jetzt... Wir brauchen ja auch immer noch diese Geschichte. Dieses Rätsel müssen wir immer noch lösen. Mit den drei Sitzplätzen. Keine Ahnung, wann man dazu kommt. Das zu machen. Das meine ich. Man haut drauf und kriegt keine Reaktion. Das ist nur bei denen so, glaube ich. Eins bei allen so. Aber bei denen fühlt es sich besonders schlimm an. Ich habe endlich wieder eine Wurfzelle. Geil. Okay. Einmal ausrüsten kurz. Denn die habe ich wirklich gern. Ist es das? Ne. Nahrung für die Grillenpumpe. Okay. Das ist schon komisch. Da. Es steht ja sogar Wurfobjekte. Vielleicht sollte ich auch mal... Aber ich denke mir ja, die Kette... Kann man sicher alles noch mehr benutzen. Das Rohr. Sägeblatt. Ich hebe mir das lieber auf. Und Säge, Zahnrad. Keine Ahnung, was ich wirklich damit machen soll. So. Wurfzelle. Wurde aktiviert. Okay. Geil. Könnte ich bei der Gelegenheit auch mal ein bisschen nach... Schleifen. Oh, es ist wirklich ein mächtiger Move. So, wir gucken noch mal weiter. Halt den Mundstein fest. Ich werde nichts mehr verkaufen. Ähm, ach ne. Ich dachte gerade, da wäre doch noch ein Durchgang. Ne, hier. Da hoch. Ich war hier überall schon. Ich weiß das, ne. Aber ich suche halt echt so die letzten verborgenen Ritzen und Reste. Ich weiß ja, dass hier noch was verborgen ist. Da zum Beispiel. Diese Geschichte. Wo lande ich da nochmal? Ist die Säure jetzt... Ach, hier. Ist aber klar. Du bist einen Stockwerk hochgelaufen. Wo könntest du denn sein? Okay, ich hole mir einmal kurz alles zurück. So. Da hoch gehe ich gleich auch mal. Vielleicht kam ich aber von da her. Ich könnte mir vorstellen, ich kam von da. Ich muss natürlich auch dahin, wo diese Säure-Tanks sind. Da, wo ich... Aber ich hab auch... Ich find den Weg auch nicht mehr so richtig. Wahrscheinlich muss ich nur da, wo ich mehrfach gestorben bin, nochmal lang gehen. Ich hab's so verdient. Das ist das zweite Mal jetzt schon, dass mir das passiert. Das zweite Mal, ey. Aber ja. Es ist halt ein Loch. Natürlich fällt man da drauf rein. Es ist eine Falle. Die Entwickler haben gewusst genau, was sie machen. Mann, ich will einen Sprungkick. Ich versuch's immer, aber es geht einfach nicht. Mal gerade schauen. Moment. Irgendwas anderes. Vielleicht eher zwei. Nee. Das ist immer der mit dem Roller. Und das kann man sich dann eigentlich entspannen. Okay. Oh, das ist schön. Den muss ich häufiger machen. Okay. Ich bin hier, glaube ich, richtig. Schock-Kartusche Belfort. Das sagt mir erstmal nichts. Nee, äh. Ich will ja dahin. Okay, die kenne ich ja jetzt. Nee. Ich will die auch nicht zerstören. Äh. Ah, da. Schon besser. Okay. Die nehmen wir. Wahrscheinlich hätte ich... Ich war am Anfang doch richtig. Hier. Hätte ich's über die Kartusche machen sollen. So. Okay. Cool. Äh. Dein Ergo liegt immer noch bei dem Boss, mit dem du geredet hast. Stimmt, ne? Das war... Ich hab den nicht als Boss. Das war ja so ein Dödel einfach nur. Bei dem. Äh. Unten bei dem Raum, wo so 20 Puppen hängen. Ach, ja wirklich, ne? Da, wo ich schon ein paar Mal war. Danke für den Tipp. Äh. Insane Wolf. Das war ein verrückter Tipp von dir. Schön gemacht. Der Insane Wolf ist dem Mon ein Mensch. Hier lang. Also, nicht... Also, ich geh gleich zu der Geschichte. Aber... Erstmal den jetzt hauen. Oh nein! Ah, es reicht nicht. Ich hab immer... Ich hab noch von meinem Großschwert die Reichweite so ein bisschen einprogrammiert. Und die ist... Die Reichweite von dem Ding ist einfach viel zu kurz. Ich glaub, ich benutze jetzt häufiger mal die Puppenschnur. Wobei hier wahrscheinlich wirklich der Elektroschockarm das Logischste wär. Ah! Ja, wo geht man jetzt am geschicktesten lang? Ich guck nochmal um die Ecke hier. Ach, das ist die Ecke hier, wo ich eben war, oder? Nee, nö. Ey, ich... Nein, ich bin wieder hier! Oh nein, ich hab schon gerade überlegt. Hä, dieses Loch? Jetzt bin ich wieder hier! Aber guck mal, das sieht aus wie so eine riesige Krabbe, oder irgendwas guckt da so hier aus dem Loch, als würde ich was Böses angucken. Finde ich ganz geil eigentlich. Haben die sicher auch extra so gemacht. Das baut doch keiner und das fällt doch sofort auf. Gut, gut gemacht! Alter, ich werd's nie schaffen, hier mal weiterzukommen in dieser Kanalisation. Das ist ein bisschen wie der Sumpf in sämtlichen Souls-Spielen. Es ist hier der Kanal. Okay, kann ich hier vielleicht jetzt was hinstellen? Immer noch? Nee. Sehr gespannt, wenn ich das endlich mal gelöst hab hier. Wahrscheinlich muss ich auf das Signal ein bisschen achten. Okay, wir machen das jetzt wirklich endlich mal. Na? Ja? Hier wird einfach nur aufgelevelt gerade. Solange man lebt, soll man leveln. Hier hab ich mich immer gefragt, ne? Ob ich hier nicht durch kann. Soll ich's einfach mal machen? Komm, wir gucken mal, wo wir hier landen. Ach, die Ecke! Au, shit, das war nicht gut. Ah, das war mies gerade. Und doppelmäßig. Ich hätt's wissen müssen. Wirklich, ich hätt's wissen müssen. Verdammt. Der hat einen anderen Rhythmus. Schon wieder. Wie oft will ich mich noch erschrecken an dem Typen? Du bist schuld. Dich nehm ich mit. Oh ne, das nehm ich mit. Hier schon wieder, ey. Hier war die Nummer, ne? Wo ich eben noch dachte, jedes Mal denke ich, da geht's weiter. Aber das ist einfach nicht. Wie oft ich hier schon war. Das kann doch nicht dann... Die muss ich da auch mittlerweile denken. Ah, hier. Ne. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber die müsste auch langsam denken, jetzt... Hast du's immer noch nicht rausgekriegt, wo's weitergeht? Soll ich dir einen Weg malen? So, wenn ihr unbedingt wollt. Shit. Auch so unfair mit gegen zwei. Der hat wirklich gerade seinen großen Bruder geholt. Ah, hier, ne? Hier ist... Okay, ich wollte ja eigentlich woanders hin. Aber jetzt mach ich schnell durch meine Seelen zurück. Das ist nämlich der Ort, den ihr meintet. Hier ist der Typ. Ich werd ihn nicht schaffen. Ich könnte auch einfach nur das Ergo bergen. Und vielleicht gucken, ob ich mir hier ne Abkürzung... Ne. Warum bist du denn so ein Arschloch? Ich will dir überhaupt nix. Alter, aber der ist so schnell. Guckt's euch an, ich kann gleich mal schlagen. Alter. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Alter, du bist wirklich... Alter, du bist wirklich zu gut. Dir geht's mir echt zu gut. Komm, lass mich aber nur hoch. Lass mich einmal hoch. Oh, nein. Okay, da sind die. Kommt der mir hinterher? Ich probiere mal L, B und Y. Okay, der ist gut. Den kann man häufiger machen, aber den kann man eben nicht häufiger machen, weil er nur einmal geht. Okay, nachschleifen. Also, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, aber der Typ ist schon hart. Aber ich will den jetzt auch besiegen. Aber da brauche ich auch eine andere Waffe. Da brauche ich auf jeden Fall die andere Ausrüstung. Ähm, halt, der ist ja kein Roboter. Ich brauche für den, äh, das große Messer hier. Das schnelle, große Messer. Dazu müsste ich... Einmal neu laden, sozusagen. Scheiße, wie mache ich das am schnellsten? Aber immerhin habe ich mein Kram wieder. Das ist doch auch schon gut. So, jetzt bekomme ich wirklich mental zumindest langsam so ein Bild von den Locations. Hier ist, genau, hier kann ich speichern, ne? Sagte er und verlief er sich. Ne, äh, kann man nicht. Hier sind die Heißtöpfe. Da oben ist immer noch das Speicherding, was mich wahnsinnig macht. Und hier ist die Giftnummer. Dann machen wir erstmal das jetzt, endlich. Oh ja, ich habe eine perfekte Idee. Wir merken uns den Typen im Loch. Merkt euch den mal, den, äh, Überlebenden. Wir wollen uns irgendwann darum kümmern, dass dieser Status endet. Ja, ich glaube es ja nicht. Ah, ich habe eine Taschenuhr und die ist der Homestone. Okay, das, ähm, ja, habe ich wahrscheinlich auch mal gelesen, aber dann wieder vergessen. Aber das ist doch schon gut. Da wollte ich doch hin. Perfekt. Wirklich perfekt gerade. Die Stalker haben mich einfach verlassen. Okay, komm. Okay, komm. Komm mal, genau. Oh, no need to kill me. Surely we can discuss this like reasonable people? Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? I, I, I'm, I'm, I'm fine. Please, help me find my butler, Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those Stalkers were supposed to be working for me, but, well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is of course my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my, for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. Ist lustig, weil hier auch oben noch diese Leichen hängen. Also es sind keine Leichen, aber es sieht so aus, als wäre da irgendwie Leute aufgehängt. Alter, die gibt's auch in allen Größen, ne? Das ist doch hier eher so ein Kiddie, Kiddie Bot. Hat wahrscheinlich die katholische Kirche bestellt. Äh, und ja, ansonsten... Normale Bots. Interessant. Ähm, okay, so. Geht nicht kaputt. Verdammter George McCraeid. Einmal kurz aufladen und natürlich Energie laden. Äh, die Dinger, die Spritzen holen. Und aufleveln. Keine Sorge, Krüger, du hast grad Werbung. Keine Sorge. Hier passiert jetzt grad nichts Spannendes. Ich verkaufe nur und kaufe und level ab. Wahrscheinlich hab ich eh nichts zum Bauen. Hier bei ihr, also keine Mondsteine, ne? Kann mich nicht erinnern, was groß ist zwei, okay. Könnte ich jetzt die Klinge, die ich ja eigentlich benutzen will, die ich mir, auf die, auf die ich mich freue schon, können wir die mal weiter hochleveln. Vier ist halt wirklich heftig. Also vier brauchst du dann schon, ähm, da musst du lange sammeln irgendwie, finde ich. Ähm, ist schon gar nicht so einfach. Okay, das haben wir gemacht. Kurz gucken, kann man hier noch die Klinge... Ne, das ist nur die, der, der Knüppelkopf, ähm, den wir eh schon noch nicht benutzt haben. Hier geht gar nichts. Und eine neue Waffe brauchen wir auch nicht. Ja, jetzt kann ich vielleicht auch mal die... Ne, halt da. Die Dinger benutzen, ne? Okay, jetzt kommen wir wieder hier an den Punkt. Ich bin immer noch etwas schwer. Ab welchem Punkt könnte ich denn mal sagen... Na gut, es ist ja auch der Widerstand gegen alle Elemente, ist nicht schlecht. Maximale Ladung mache ich mal voll. Aber was ich trage, ist immer noch etwas schwer, ne? Ne, da will man ja eigentlich drüber hinweg. Ich gucke mal gerade, was ich so habe. Was ich trage, meine ich. Das Ding, ähm... Wo ist denn der... Das Gewicht, 16, 11. Hat der Arm auch ein Gewicht? Ist eigentlich komisch, ne? Die Dinger haben Gewicht, aber ist nicht wirklich viel. Der Rahmen macht auf jeden Fall einiges aus. So wie Rahmensuppe. Rahmensuppe ist auch sehr, äh, sehr kaloribel. Unintensiv. Lecker, aber... Und das trägt sich hier fort. Gewicht weniger, aber dafür auch weniger Wirkung. Hm, ne? Hier? Alles schlechter? Ne. Das Ding haben wir ja gerade erst. Ne. Ja, aber ihr seht schon, es ist noch ein bisschen schwerer. Ne, ne. Lassen wir mal und... Was ist das? Verringert physischen Schaden. Ja, kann ich jetzt auch nicht groß wegnehmen. Das wäre auch bescheuert. Also ich kann nichts machen. Alternativ los. Ist es. Ähm. So, gehen wir den Rest für Zahnräder aus. Für meine Zahnrad-Sucht. Ich hab immer noch keine Ahnung wofür. Aber egal. Zahnräder. Ich will sie alle haben. Gotta catch them all. Äh. So. Und im Kontrollraum geht's weiter. Hm. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt häufiger im, äh, Kampf wechseln, die Waffen. Deswegen hab ich jetzt nochmal beide. Wenn ich merke, das mach ich eh nicht, dann werde ich mich auf eine konzentrieren. Aber ich hab das Gefühl, als... Mit dieser Erinnerung auch, könnte ich das häufiger machen. Da. Ich mein, die Elektro-Dinger sind wie gesagt gut gegen, äh, Bots. Deswegen hab ich die die ganze Zeit benutzt eben. Aber das Ding, also hat fast so einen langen Stiel wie vorne. Keine Ahnung. Vielleicht kann... Ist die nochmal ausklappbar? Vielleicht ist das so Bloodborne-Style. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das halt besser für menschliche Gegner. Wie den Überlebenden im Loch. Bevor all this, äh, this Chaos... Haben wir das schon gehört? Waco war der Puppet in charge of the Furnace. Aber er verändert. Er war ein Stand-up-Fellow. Jetzt? Nicht so viel. Ich hab gesagt, er ist immer noch ein Armee Puppets. Und sie auf die Kathedrale schreit. Wie kam das ein Nachtmärchen? Bitte. Du musst ihn stoppen, bevor er keinen Fehler macht. Okay, hier lang. Machen wir erstmal das und später den Überlebenden. Wenn wir ein bisschen mehr... Ähm... Ein bisschen stärker geworden sind. Ein bisschen mehr Power haben. Das ist eine komische Lampe, ne? Ah! Sehen mich dann die Gegner vielleicht auch nicht? Könnte man mal ausprobieren. Okay. Hierfür habe ich jetzt natürlich wieder eh den falschen, ne? Aber gleich... Wobei, vielleicht... Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht sind die beiden sich doch schon ähnlicher. Erstmal die anderen. Die kommen dann nämlich wirklich immer zum ungünstigsten Moment. Es ist einfach ein toller Schlag. Nur noch das jetzt. Super Schlag all day. Der Marsch, der Marsch. Oh, der kommt aber schnell. Oh, die Überhitzung wieder. Aber es sieht schon anders aus jetzt. Oh. 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 obwohl man das doch hier nicht kann. Was ist denn los? Warum kann ich mich nicht mehr hauen? Die kann man ja noch krasser aufladen. Jetzt raffe ich das erst. Krass. Okay, komm. Krass. Okay, komm. Ah, zehnmal, genau, genau. Das war... Achso, ich dachte da... ich dachte, er verendet gerade. Spektakulär. Aber... Nö. Krass. Jetzt schnell einmal das. Gut, Kühlung. Ich kann das richtig gut nachvollziehen. Schöner Gegner. Ich mag den immer sehr, wenn der kommt. Mit seinem Schaufel, der brennenden Schaufel und vor allen Dingen hier den Klamotten. Er hat sich als einziger, kann er sich Hosen leisten. Er fängt unten an, bei den Schuhen nach oben hin. Hat er sich mit seinem hart erobterten Geld nach oben hin bis zu den Knien hingekauft ins Menschsein. Er war so kurz davor, endlich akzeptiert zu werden. Ja, das ist schon krass hier, die Location. Offensichtlich sind hier bizarre Dinge passiert. Und ich suche aber trotzdem hier oben nochmal die ganzen Sachen ab. Ich war ja auch schon mal oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals da hochgekommen bin. Ich will ja erstmal nicht runter. Erstmal alles hier noch killen. Da. Da, genau. Oh Mann, das ist jetzt wirklich hier Joker Origin. Ah, da will ich hin. So, und das letzte Mal war das hier nämlich gar nicht so einfach. Also es war Rennen und Springen. Ja, warum auch nicht? Warum nicht genau hier? Okay, ich renne und springe. Sprung des Glaubens. Oh shit, ey. Immer dasselbe. Da. Welches Körperteil würdest du als erstes upgraden und warum ist es dein Penis? Ich lese nur vor. So. Okay, Rennen und Springen. Hm. Hast du gesehen, wie der gerannt ist? Ja, aber hast du gesehen, wie der gesprungen ist? Oh yeah. Oh yeah. Ach ne, komm, ihr wollt alle nicht, dann mache ich es nicht. Aber ich werde euch noch ernerven damit, wartet mal ab. Wenn mir erstmal langweilig wird, wartet mal ab. Okay, jetzt haben wir das geholt. Und wie so oft, wenn man ganz oben ist, fragt man sich, was habe ich jetzt eigentlich, wofür habe ich das jetzt gemacht, was habe ich erreicht? Jetzt gehe ich da runter. Oh, 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 man kann damit einen Geist rufen, das ist nie ein guter Indikator für einen fairen Kampf. Ähm, ich werde das machen, aber natürlich habe ich jetzt überhaupt keine, das ist ja Quatsch. Das ist ja jetzt mal Quatsch, also jetzt mal wirklich. Äh, also wirklich jetzt. Okay, wo ist der? Warum, dann mach doch den Spielstandspeicherscheiß einfach direkt hier hin. Warum muss ich denn jetzt da nochmal den Berg hochlaufen? Und irgendwo ist jetzt eine Abkürzung. Und dann muss ich fünf Minuten rumlaufen. Weil ich währenddessen dann überlegen muss, woran hat es hier Lation? Und das ist, glaube ich, was die Entwickler auch wollen. Dass man währenddessen überlegt, wie mache ich es diesmal? Dass man nicht einfach direkt startet aufs Maul, startet aufs Maul. Nee, nee, man muss sich währenddessen noch überlegen, was war denn jetzt falsch? Wo könnte eine Abkürzung sein, verdammt? Ist die wirklich, war noch weiter raus? Ich bin ja jetzt schon einen, einen Bereich weitergegangen. Na, vielleicht ist im nächsten schon da, ist einer. Seht ihr? Okay, gut, gut, sehr gut. Reicht, reicht. Hab ich vielleicht noch für einen letzten, wie so ein Junkie. Einen letzten, komm, geh mal. Ein letztes Mal noch. Nee, es reicht nicht, ne? Ich mach's trotzdem. Okay, komm, ich mach noch eine Sache. Ich mach was richtig Gutes jetzt. Ihr werdet euch noch wundern. Ich geh zum... Zum Hotel. Und... Verkauf... Ganz wenig, ganz kleine Sachen. Ein paar Sachen verkaufe ich. Ganz wenige Sachen. Und davon levele ich dann auf. Noch ein letztes Mal. Und zwar Vitalität, weil... Äh, bisher hab ich doch da gemerkt... Bin ich langsam an einem Punkt, wo ich... Wo ich mehr darauf achten muss. Ich finde, man... Es fällt schon auf, dass ich... Weniger Energie, äh... Habe, immer. Wie viel hab ich denn? 2000 Mondsteine? Nee, nur den, ne? Okay. Ähm, nee, die Feuerachs nicht. Den ganzen Kram lassen wir. Ich will nur einmal schauen, was man theoretisch machen könnte. Nix. Weil, was fehlt nochmal hier? Die Kurbel. Klar. Da gibt's sogar welche mit zwei Kurbeln. Ja, wahrscheinlich die höher aufgelevelten schon. So, ähm, hier sind wir... Wo könnte man das verkaufen? Bei dir einfach mal. Welcome to... So. Gut. Ich hoffe, die haben nicht verschiedene Preise oder so. Die guten Sachen hier im Material lassen wir mal. Waffen, genau. Genau. Es ist halt echt wenig, was man dafür kriegt, ne? Es ist echt wenig dafür. Und das ist fast gar nichts, was man hier kriegt. Ey, komm, hab ich wirklich nichts anderes? Hier, so Kram. Ähm. Ja, so Reparatur, komm. Hab ich nicht vielleicht sogar im Lager? Genau. Das ist es. Das ist die Lösung. Ich verkaufe alles im Lager. Außer natürlich die Zahnräder. Kann ich die ins Lager bringen? Nee. Äh, nee, ich hab schon... Das sind schon alles wirklich wichtige Sachen. Die will ich nicht andatschen. Ähm, das würde ich aber schon mal verkaufen. Ähm, immer noch nicht genug. Ah, Mann, ey. Die Sachen verkaufe ich. Ja. Mann, das reicht immer noch nicht. Das verkaufe ich auch. Ich finde, Legionsmagazin habe ich bisher kaum benutzt. Ähm. Das ist zu wichtig. Das ist auch wichtig. Das sieht auch wichtig aus. Hier haben wir noch Zahnräder. Mann, ich... Hab die doch jetzt gekauft. Ich werde die nicht wieder verkaufen. Sägeblätter. Äh, okay. Das sind so Sachen zum Werfen. Komm, den noch? Scheiße. Ich hab echt gedacht, das reicht. Okay. Was haben wir noch? Irgendwas noch, was man verkaufen könnte. Was wirklich keiner braucht. Hier die beiden. Sollen wir die einfachen Rahmen verkaufen. Das verkaufen. Leichter Rahmen. Konverter der alten Generationen. Konverter der alten Generationen. Brauchen wir nicht. Standards, Konverter und der Prototyp. Alles scheiße. Da haben wir es. Oh Gott. Ich bin so zufrieden, dass das noch geklappt hat. Okay. Ein letztes Mal. Ein letztes Level. Und das mache ich jetzt in Vitalität. Gute Frage. Welches Level hast du? Wir werden es gleich sehen. Hier. Äh. 43? Ja. 43. Toll. Ja. 21, 15 und 31. Das sind die Zahlen, wegen denen wir dich hier eingestellt haben. Kennt ihr noch? Wahrscheinlich nicht mehr. Bang, boom, bang. 90, 60, 90. Das sind die Zahlen, warum wir dich hier eingestellt haben. Ich habe nicht mal den Akzent richtig hingekriegt. So ein eher so ein Ruhrpott-Akzent. Aber trotzdem. Ein ganz furchtbarer, guter Film. So. Den Kram machen wir immer noch nicht. Jetzt könnte man natürlich versuchen. Endboss oder der Typ im Loch. Wollen wir erstmal den Typen im Loch killen? Und dann kriegen wir ja auch Fettkohle wieder. Können wir auch wieder leveln. Und Ausdauer. Ja, bisher. Ich weiß, wir sind an dem Punkt, wo Leute dann sagen, nee, jetzt musst du aber in das investieren. Nächstes Mal nehmen wir gerne Ausdauer. So, jetzt suchen wir aber erstmal noch den Endboss. Ja, wir sind zu nah an dieser Geschichte. Dann machen wir das erstmal. Aber wo geht man hier nochmal lang? Aber der Loch-Heini kommt auch noch. Natürlich hole ich mir so ein... Na, wie heißt er? Ein Spiegelbild? Ein Geist, ein Gespenst, ne? Okay. So. Leute, ich wünsche euch viel Spaß hier jetzt mit dem Intro zu dem neuen, nächsten Endboss. Viel Spaß. Joy ist nicht so, wie heißt er. Okay. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber es war bis dahin eigentlich fair. Aber dann in der zweiten Phase war der dann noch ein bisschen anders als erwartet. Aber meine Waffe gefällt mir sehr gut. Die hat so einen Kettensägen-artigen Aufladen-Modus, der irgendwie Drive hat. Der hat irgendwas. Irgendein... Ich weiß es nicht. Aber er hat es. Er hat es. Siehst du das nicht, François? Er hat es. Halt doch mal die Fresse, Klaus. Was ist eigentlich Französisch, Mann? Du bist... Sachse. Okay, weiter geht's. Äh, wie ist das Spiel vom Schwierigkeitsgrad her? Ähm... Ich würde sagen, so wie Dark Souls. Muss ich echt... Also, genauso wie man's kennt. Mal mehr, mal weniger. Hängt von der Ausrüstung ab. Aber nicht einfach. Shit. Ich würde sagen, so wie das ist. Das war's für heute. Scheiße. Ich hab's doch kommen sehen. Alter, was für eine Reichweite. Du Scheiße, ich hab' gar nichts mehr. Fuck. Für einen Moment dachte ich, ich hätte ihn. Ich hab' gar nichts mehr. Ich hab' gar nichts mehr. Ja, 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 ja. Ich hab' gar nichts mehr. Ich hab' gar nichts mehr. Höre, Höre, Höre. Fuck, jetzt war doch ganz gut. Die Puppenschmur sollte auch bei Bossen funktionieren. Ja, zumindest um irgendwie sie so ein bisschen, äh, so wie ein Konter oder so. Ich weiß auch nicht. Aber man nutzt ihn dann wirklich bei den Bossen gar nicht. Aber er ist so als nette Abwechslung dazwischen schon ganz gut. Aber ich komm' immer mehr rein. Es ist nur nicht unbedingt von Vorteil bei dem Boss, äh, weit hinten zu bleiben. Du musst wirklich immer nach vorne. Schock, Brechen, Störungen. Überhitzung. Das ist auf jeden Fall wichtig. Äh, muss man noch mehr aktivieren. Spezialwiderstände. Widerstände. Naja, nur Schock, Brechen, Störungen. Und das, ähm, Feuermetall. Das bringt doch nix, oder? Feuer bei dem. Was ist das eigentlich nochmal? Ach ja, okay. Zum letzten Stargazer zurück. Könnte ich häufiger mal machen. Hab' ich glaube noch nie gemacht. Ähm. Und hier, ja, die Attributsleiden-Geschichte ist schon nicht unwichtig. Aber so ist, glaub' ich, besser. Und da hab' ich gar keine mehr. Kann ich dann nicht sogar welche... Ach komm, ich kauf jetzt keine. Ja, wobei... Ne, ich hab' nicht mal Geld dafür. Es lohnt sich nicht. So. Wir machen das jetzt. Was ist jetzt passiert? Controller ist... Ah, okay. Ausweichen wäre besser als blocken, weil man dann trotzdem immer ein Drittel Schaden kassiert, außer bei dem perfekten Block. Äh, ja. Ja, ja. Also ich fühl' mich sehr sicher mit so einem Block an sich, aber stimmt schon. Ausweichen ist besser als blocken. Ja. Aber ich versuche natürlich den Block, den perfekten Block irgendwann zu lernen. Das ist ja so, wenn man zwei Sekiro irgendwann drauf hat und, und, äh, alle Gegner gelernt hat, dann geht's ja. Aber ich finde, es ist immer noch ein fairer Kampf, gerade am Anfang, wo ich die Hilfe kriege noch. Aber, hm. Das hat einfach nicht gereicht und jetzt gehen mir eben die Special Items auch aus. Aber wir versuchen's trotzdem mal. Ich hab' genug von diesen Fragmenten. Würdest du 15 Euro für eine Mars bezahlen? Naja, wenn du auf der Wiesn bist, die hat jetzt angefangen, dann zahlst du das, aber das würde ich normalerweise nicht bezahlen. Das mache ich einmal im Jahr, wenn ich auf der Wiesn bin. Das letzte Mal war vor 18 Jahren. Mal gucken, also es wird mal wieder Zeit. Ein Freund von mir lebt ja in München. Vielleicht komm, ich versuche ihn mal. Scheiße, hab ich jetzt beide auf einmal genommen. Ich versuche ihn mal wieder. Ich versuche ihn mal wieder. Ich versuche ihn diese Dauert zu lang. Dauert einfach zu lang. Dauert zu lang. Sollte man nicht machen. Vielleicht am Ende, wenn man es sich erlauben kann oder so. Aber nicht. Dauert zu lang. Ja, mein Freund, du hast jetzt Null mit gerechnet, dass ich so zurückkomme. Ja, beim zweiten Mal. Oder dritten Mal, ich weiß es nicht. Das war gut. Eliminated. You get a leistungsstarker Flammenwerfer. Flammenverstärker. Das sieht so aus, als könnte man da irgendwas mitmachen. Kann man aber nicht. Oh, der hat was. Was haben wir hier? Ein broken Butler-Puppet. Ich sehe, ich erinnere mich, jemanden auf dem zweiten Fluss. Ich glaube, er gehört zu ihm. Wir müssen uns fragen, was irgendwann passiert. Jetzt ist gut. Da hat die Grille einen Punkt. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Ist ja klar. Oh, der Typ im Loch fehlt noch. Stimmt. Noch ist er der Typ im Loch. Ich habe aber das Gefühl, als werden wir ihm bis bald den Titel streitig machen. Hier, so. Kann ich was verbessern? Nee, nur die... Nee, nix tolles. Nee, nee, nee. Das Ding ist schon geil. Den behalte ich erstmal. Das finde ich wirklich erstmal sinnvoll. Kann ich denn aus den Klingen... Nee, ich kann das nicht rausholen, ne? Nee. Nee, schade. Kann ich echt gar nichts machen? Ach, die Kurbel. Der hatte keine Kurbel, aber das... Mann, warum hat denn... Nee. Kann ich dir gar nicht machen. Das ist schon ärgerlich. Oh, was hier? Neu? Das Neu. Viel Spaß. Ja, das ist ein Wunder. Du hast die Faktorie zurückgebracht und ich kann dir nicht genug bedanken. Without the Factory, no more new puppets. The Army has run out of recruits. My friend, you saved... Well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns and... I don't believe I've even introduced myself. Signor Laurentini Venigni. Gentlemen, bonne vivante, and... At the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my three decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It will be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Okay, Stalker wollen in der Lage sein, dynamisch auf das sich ständig wechselnde Schlachtfeld zu reagieren. Zu diesem Zwecke wurde ein Text hergestellt, der so schnell ist, dass sie noch nicht mal der Flash lesen könnte. Amatsa, das ist ein schlusser Prototyp. Du denkst, es ist ein Tram für... ...Krickets? Felicitous salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venigni. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Kratz. Behold, Venigni Warp. Where we will honor the city of Kratz's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground, I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space. A blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated automatic autonomous automata. But today, just look before you. Venigni Warp is ready to start building the future. Kratz's golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join me. For this moment in history will happen only once. Join Venigni, your friend for life. Endlich. Ich wollte die ganze Zeit irgendeine Bioshock-Referenz machen, weil es natürlich schon irgendwie was davon hat. Aber es ist doch ein bisschen, es ist nur ein blödes Geschwafel für am Ende eine blöde Fabrik. Aber sie haben es gut verkauft. Okay. Warte, nur einen Moment. Ist das nicht mein Legion, Ardmann? Wir haben uns gerade eben getroffen. Aber haben wir den Strangeln? Wir haben das doch gerade schon gehört, oder? Das haben wir schon gehabt. Das haben wir schon gehabt. Ich kann immer willkommen, Freunde. Okay, ich kann noch mehr machen bei dem Schleifstein wechseln. Das hat er mir angeboten. Ja. Erfüllt vorübergehend Waffe mit Feuer. Wie geil ist das bitte? Das ist eine sehr gute Idee. Ich kann sogar zwei Sachen machen. Also, meinen Grundschleifer, den ich immer benutze, kann ich jetzt eben noch tunen. Ich finde das toll, dass man hier so viel machen kann. Okay. Wir reden noch mal ein bisschen, oder? Neben ihm steht noch was Wichtiges. Wir quatschen uns. Wir machen das erst mal. Of course you're curious. Pulcinella has been restored, thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. The only one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything, or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venigni. I always welcome friends. May I be of service? No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days... Ah. It was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but... The only one I know with that kind of power is the king of puppets himself. I... We... We need to learn how this happened. We need to learn how this happened. We need to learn how this happened. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, hier machen wir... Ah, geht leider nicht. Wir machen einmal das hier. Und dann wollte ich eigentlich mit dem Arm, aber der ist ja dann schon in Benutzung. Kann man ja diese Dinger aktivieren, die fallen. Okay, einmal hauen. Komm, ich bin einfach zu stark. Es ist so... Man will ein bisschen showcasen, aber ist vielleicht gar nicht nötig. Na, was hier? Ja, also, wir suchen halt irgendwas mit Kindern. Geh an Fenster mit Licht. Ja, das war letztes Mal so. Ich weiß nicht, ob das in dieser Location auch so ist. Ja, ich habe letztes Mal ein anderes Fenster gesucht. Genau hier auch. War das hier? Ja, es war genau hier. Und habe hier nichts entdeckt, nichts gefunden. Aber vielleicht gucke ich jetzt noch mal genauer. Das ist einfach geil. Es macht einfach Bock. Das mache ich so gern. Mit dem Riesenpotzen auf der Birn draufzimmern. Das habe ich gern. Ja, da geht mir eine absurd Idee. Das glaubst du mir, nein. Das glaubst du mir, nein. Das glaubst du mir, nein. Geh mir ab. Ich gebe mir ein paar 15 Euro für den Riesen. Ich spinne hier. Oh, was ist der Hände? Hände, ich so. 20? 25? 20? Sorry, ich höre schon auf. Aber das ist schon sehr... Ich finde, mein Bayerisch ist seit Gabriel Knight Spiele mit Bart schon besser geworden. So. Oh, shit! Das ist so ein klassischer Dark Souls. Hier vielleicht. Ey, welche Fenster? Das wirklich... Die Orientierung in diesem Spiel? Da unten, Kellerfenster. Armes Kind. Ne? Das muss doch mit der Umgebung zusammenhängen. Irgendwie die Erklärung, warum das irgendein Polizeimeister ist und irgendwelche Kinder... Hier ist ein Kinderheim und irgendwie davor liegt der kaputte Polizist oder so. Die Lampe hier. Was will sie mir sagen? Ja, ich weiß ja, dass ich da oben laufen kann, oder? Das weiß ich. Man weiß, man hat was richtig gemacht, wenn die Leute sagen, Alter, ist das anstrengend. Ja, dann bist du in der Mon-Zone. Genau da wollen wir dich haben. Warte noch eine Weile und dann findest du es richtig gut. Und dann wird sich wahrscheinlich vieles in deinem Leben verbessern, würde ich sagen. Das haben alle so gesagt. Jetzt gehe ich hier rein. Da ist noch ein Fenster, aber da waren wir, glaube ich, eben auch schon mal, ne? Ja. Hm, hm, hm. Da, dann runter. Ja, und da sind wir wirklich am Anfang wieder, der ganzen Schose. Nämlich, äh, hier. Die eine Stelle, wo der Polizist-Roboter kommt. Hier kann man nochmal hoch... Ah, aber nee, hier war die Lady mit dem Baby. Das war nicht das. Ich suche immer noch das Fenster. Hier. Aber das war die Lady mit dem Baby und die hat mir auch schon ihren Kram gegeben. Ich hab sie, äh, nicht angelogen. Aber, mehr ist hier nicht. Jemand schreibt was Interessantes. Moment. Ähm, ich muss da das Fenster mit der Oma gestern denken. Ähm, da ja viele Fenster Licht haben, fällt eine dunkle Silhouette auf das, auf als Marker, wo man neben das so einen abholen oder einlösen kann. Wäre zumindest meine Logik als Spielentwickler. Stimmt ja auch. Ist ja auch völlig richtig. Äh, manchmal, wenn man drauf achtet, sieht man's, aber hier sind schon viele Sachen erleuchtet und dadurch, hm. Aber hier ist jetzt mal wie... Das sind ja einfach nur Kulissenfenster, da kommt man gar nicht hin. Oder? Auf Miss Potts, nee. Ich kann mich leider auch null erinnern, ob wir schon mal mit jemandem gesprochen haben, der dieses Objekt wollte. Ich kann mich nicht so richtig... Ich hab zwei Objekte bisher, glaub ich, zurückgebracht. Kann mich nicht an das erinnern. Aber das ist, äh, kein Indikator für irgendwas. Also, bitte ladet mich nie als Zeuge. Da kann ich wahrscheinlich mit einem Attest vom Arzt, komm ich da raus. Wie durch so ein Marzipan-Männchen. Okay, wir gucken weiter. Hier ist was, ähm, Interessantes. Ja, genau, das will ich haben. Hm, warum nicht? Mhm, da ist jetzt ja wieder... Vielleicht ist da der Bereich mit dem Kontakt, den wir suchen, aber ich guck hier erst nochmal alles ab. Hier ist noch was. Nix. Hier drin. Aufzug. Vielleicht Aufzug. Ich weiß grad überhaupt nicht mehr genau, wo der nochmal hinführt. Wisst ihr das? Wir waren ja, wie gesagt, schon vor einer Weile. Kannst du ein Fazit zum Spiel geben, auch im Vergleich zu Dark Souls. Also, es sieht halt optisch aus, wie Bloodborne spielt sich, aber spielt sich wie Dark Souls. Und das völlig in Ordnung. Da waren wir, glaub ich, auch schon bei ihr. Ja, da kamen wir eben schon her. Äh, es ist nur wirklich ein Problem, was ich echt habe, ist, äh, die Orientierung. Ich mein, das gehört ja auch, ist ja irgendwie, haben auch Leute im Chat gesagt, das gehört ja auch dazu, dass man sich verläuft, dass man endlos rumsucht, dass man irgendwo eine Location sieht und die dann unbedingt finden will. Das will ich auch nicht missen. Ist wirklich nicht so. Äh, äh, was hier... War ich schon so oft, ne? Ne. Aber, weiß ich nicht. Äh, ich hab, ich hab das Gefühl, auch die Abkürzungen, dass die ein bisschen, nicht, nicht, die sind nicht ungefähr verteilt. Aber sie sind, man findet sie irgendwie nicht so leicht wie bei Dark Souls. Ne, stimmt auch nicht. Ich kann's nicht sagen. Vielleicht, es ist einfach ein Level-Design-Ding. Dass die, dass die Maps von Dark Souls mir einen Ticken besser gefallen. So. Okay, hier ist die, äh, Perch-Geschichte mit der Brücke. Ja, und natürlich hat's ein bisschen was von Steel Rising, aber ich finde, das ist, ähm, nicht so spielerisch, nicht so wirklich vergleichbar. Und nochmal, klar, beides so ein bisschen Dark Souls-ig, aber, ähm, hier gibt's schon nochmal was anderes. Und, äh, klar, die teilen sich denselben Style. So, und jetzt nehmen wir mal diesen Lift und gucken einfach mal, wo es nochmal genau hingeht. So, ich bin sehr gespannt, wann wir hier endlich... Ah, da ist der Junge mit dem Handel. Ach, ist gar kein Junge. Ich weiß nicht. So. Ah, okay, der hat nämlich diese... Ne, auch nicht. Ne, das ist das, was ich verkauft hab. Ähm, das ist cool. Das ist auch nicht schlecht, aber nur, wenn ich's wirklich brauche. Ich dachte, der hat die Wurfgranaten, weil die sind wirklich ganz besonders toll. Irgendwo muss ich mal gucken, wo man die herkriegt. Weil man ja schon oft auf Maschinen trifft und da ist natürlich alles mit Blitzgranate schon mal gut. Äh, das Ding würde ich fast mal kaufen. Aber auch nur... Ja, weil wir halt grad hier sind. Und vielleicht... Hab ich hier sogar noch... Check? Ne. Eigentlich müsste ich die Wurfobjekte mal nutzen. Da wurde mir auch schon mehrfach gesagt, ich soll die mal, äh, halt auch nutzen zum Werfen. Dann probieren wir das doch mal. Ähm, wo wollen wir das hinverschieben? Da in die Zusatztasche. Ne, machen wir erstmal das. Jetzt hab ich's gar nicht gemacht. So. Oh! Das klang auf jeden Fall saftig. Vielleicht kann man damit gut jemanden anlocken. Na, ist der Bock? Vielleicht kriegen wir doch einen kleinen Kredit. Das schwert er nicht. Scheinbar nicht. Harter Verhandlungspartner. Hier waren wir ja schon. Jetzt könnte sein, dass wir jetzt... Wir gucken mal gerade, wo wir wirklich, ähm... Sind jetzt hier in der Location. Genau, wir sind richtig. Im Haus auf dem Illusion Boulevard. Und ich glaube, da eben war der Eingang. Aber wir waren auch schon im Haus. Und vielleicht ist es ja ein Stockwerk höher. Wir schauen mal. Also, wenn ihr wisst, wo es ist, sagt Bescheid. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht so viel spoilern für die Leute, die jetzt gerade mal reingucken wollen. Die großen Gegner sind alle schon weg. Haha. Und wichtig ist... Timing. Komm, mach. Nee. Nicht richtig. Egal. Oh! Haha. Das hat nicht geklappt. War in meinem Kopf wesentlich cooler. Hm. Egal. Dö-düm. 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 Das würde ich gerne auf dem Klavier spielen können für euch. Während ich jemanden verfolge. Irgendwann bin ich wie so ein Alleinunterhalter mit so einem Akkordeon und irgendwelchen Fußtrommeln. Nur in meinen Varianten mit Minimuts, Buttons. Piano, Mikrofon, Kamera und irgendeinem Spiel. Ich gestehe, ich bin... Entschuldigung. Ob der Budi weiß, dass ich den Button überhaupt habe und da ich den benutze, das habe ich aufgenommen, als wir das, ähm, als wir die 300. Folge Game 2 gedreht haben. Weil wir da so abhingen und er hatte dieses geile Richterkostüm an mit so einem alten Atari. Okay, komm. Geil, ich habe was gefunden, was ich noch nicht kannte. Und zwar das hier. Naja, warum nicht? Ich wusste ja nicht, dass er wirft. Oh nein! Oh Mann, da bin ich letztes Mal auch schon durchgefallen. Ich buche dich dann zu meinem 40. Unten, wo die ganzen... Oh, das ist ein Tipp. Äh, Moment. Unten, wo die ganzen Fällen fallen sind, ist ein Fenster, von dem du die Pfeife benutzen kannst. Wo die ganzen Fallen sind. Äh, lieber Mikey, ähm, mach mal bitte, konkretisier mal, wenn es geht, welche Fallen. Stell dir mal vor, du redest mit jemandem, der... Oh, ich war die ganze Zeit nicht zu, nicht zu sehen. Äh, stell dir mal vor, du redest mit jemandem, der sehr dumm ist. Ähm, dem willst du trotzdem erklären, wo er zum Supermarkt kommt, um für dich Medikamente, wichtige Medikamente zu holen. Und dem musst du erklären, wie man da hinkommt. Danke. Da, wo der Hund aus dem Fenster gesprungen ist. Oh, das ist ein guter Tipp. Aber das war doch unten. War das nicht unten? Hier irgendwo? Da, oder? Oh, ich würde so gerne jetzt einfach runterspringen. Aber es muss cool aussehen. Ach komm, wir machen es einfach mal. I don't give a fuck. Da oben waren auf jeden Fall... Da war das Kind, ne? Ich hab was entdeckt. Ich hab ja nicht viel verloren. Das war natürlich kalkuliertes Risiko. Äh, aber jetzt bin ich hier doch oben. Dann nehm ich jetzt den Aufzug, mit dem ich gerade erst hochgefahren bin. Aber gut zu wissen, wir erinnern uns, oben ist nochmal der ganze Kram. Und wir suchen dies. Ich war da halt schon und hab alles abgesucht nach diesem Fenster. Ich bin der Mario Barth, der Quests. Fenster, Fenster, Fenster. Fenster. Das ist echt irgendwie traurig, dass da aus seinem mechanischen Maul dann so ein Lautsprecherjaulen rauskommt. Das ist schon irgendwie interessant. So, wir suchen weiter nach dem Boden. Hier ist genau die altbekannte Polizeiecke. Wie kann ein Mann fünfmal dieselben Orte finden? Aber nicht den einen, der irgendwo dazwischen liegt. Da sind Hunde, aber das sind nicht die, die ihr meint. Aber vielleicht bin ich hier jetzt auch falsch. Aber ich weiß zumindest, welche Ecke ihr meint. Ich lauf gerade mal da lang. Ne, hier ist schon wieder Schluss. Das ist also nicht hier vielleicht. Aber nein. Das war eine Gasse und die kam aus einem der Fenster. Und es waren edle Fenster, so ein bisschen wie eine Einkaufsstraße. Und das war, glaube ich, noch ein Gang runter. Hier, unten vielleicht, bei dem Grünen. Ja. Ich gehe mal den anderen Weg. Ich glaube, das war hier irgendwo. Ach, sind ja die alten Seelen. Das ist ja was. Oder? Das ist ja was. Ja, 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 ja. Die Seelen. Liegen da einfach die Seelen rum. Reden? Auch nicht. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Hier ist der Anfang. So. Wo kamen die Hunde raus? Äh, hier irgendwo? Schon mal nicht. Da rechts nicht. Da links. Da ist die eine. Ich kenne diese Ecken mittlerweile so auswendig. Hier? Moment. Da ist nichts, ne? Hier geht's nicht weiter. Ne. Ich werde irre. Hier links rum. Geradeaus. Also, die Fensternummer nervt mich. Also, ich werde in Zukunft keine Nebenquests mehr annehmen. Ab jetzt ist vorbei. Habt ihr das mitgekriegt? Eure Fensternummer. Die ist gestorben für mich. Fenster. Ne. Fenster. 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 Das war bei Resi 1, ja. Da auf jeden Fall waren auch die Hunde aus dem Fenster. So. Hier vielleicht. Sie kommen, wenn, dann ja eh nochmal. Die Hunde, meine ich. Denke ich doch. Zumindest. Okay. Hier auch nicht. Ehe, 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 ehe. Ja, ich geb dir die. Aber, guys. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Okay, aber den merken wir uns mal. Ganz kurz einmal versuchen zu merken. Ah, hier. Diese Holzkisten, Ecke, Kofferecke. Man sieht auf das beim Hair of Beauty. Hair and Beauty Salon. Da, wo die Frau hustet rechts. Okay, das merken wir uns. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich hätte schwören können, so spielen wie früher. Da sind die Hunde. Aber danke für den Tipp. Das ist sogar wirklich ein guter Tipp gewesen. Aber das war halt nicht die Quest. Das war einfach eine andere Quest. Aber auch interessant. So die endlose Suche nach dem Questgeber. Ich nehme mal nicht an, dass jetzt direkt die nächste ist hier. Nee. Okay, aber das kann man sich echt mal merken. Hier ist auch nichts, oder? Ich trau gar nichts mehr. Nee, hier ist nichts. Äh, alle sagen Pfeife. Pfeife nutzen. Okay, gut. Dann muss ich die vielleicht nutzen. Ähm. Ich dachte, das geht automatisch. Da. Oh Mann. Hey, that sound. Is that you, Murphy? I know that whistle. It must be Murphy. Thanks for coming by. I want to play, but I feel too sick. I don't think I can. And I miss Zach and Sophie and Eric. I wish we could all play. Okay, ich habe nur ein leuchtendes Ergo-Fragment bekommen, also einfach nur viel Lärm um nichts mit der Pfeife. Du musst übrigens die Pfeife nutzen, das habe ich ja schon gemacht, das meinte die gerade, ne? Das haben wir ja gerade gesehen, vielleicht. Ich habe auch noch was, Moment, da war das hier. Kann ich die denn weiter nutzen? Nein, nein. Handpuppe und die Pfeife. Ne, Thema ist durch. Okay, gut. Dann wissen wir das jetzt. So, wo war jetzt nochmal das nächste... Achso, ich soll das ja finden. Okay, ich muss nochmal machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nee Ach, ich hab's aus irgendeinem Grund wieder nicht gemacht Ja, dann halt Mann Mann Ich will das anders haben Äh, okay, aber jetzt ist halt so Warum kann ich das Ding, die Pfeife kann ich nicht ausrüsten, ernsthaft? Schon komisch, oder? Warum geht das nicht? Also, sie sagen ja irgendwie Aus zum Ausrüstungsmenü hinzufügen Zum Ausrüstungsmenü verschieben Und jetzt kann ich es vielleicht an den oberen Gürtel auch nicht Nö, es geht hier nicht Hier ist keine Pfeife Okay, schade Folge dem Pfeifen Wir machen's ja jetzt Wir machen's ja jetzt Alles easy Äh, ich pfeife jetzt manuell Gamekarte Jetzt ist halt kein Pfeifen mehr da Folge dem Pfeifen Ja, dann geh ich jetzt vielleicht doch hier die Den Weg hier mal lang Vielleicht kommt hier was Ach, der Junge hat ein letztes Mal zurückgepfiffen Also, das ist gar keine Mechanik, dass ich da noch irgendwas finden kann Okay, komm, dann ist egal Okay, die Quest haben wir gelöst Bin sehr zufrieden Ist oben nicht sogar Oder hier Irgendwo kann ich auf jeden Fall jetzt Speichern Aber war oben noch War was? Ich geh nochmal hoch Es ist die beste Maske Ja, der Junge ist jetzt nicht mehr, ne Ja, ich dachte vielleicht Ähm Gibt noch mehr Ja, ich weiß So Jetzt kann ich endlich nochmal einkaufen Ähm, wir haben Hm, äh, das Ding Ja, ja, ja Würde ich, würde ich nehmen Kurz nochmal schauen Benutzbar Einfach nur sortiert Okay Nee, dann das Das ist echt gut Okay, oben Da Genau, war doch gut Schöne Erinnerung Jetzt gehen wir aber wieder mal weiter Weil das war jetzt einfach Hm, okay Kann man machen Äh, kleiner Kleinen Nebenquest Aber hat jetzt schon Für mich gefühlt Zu viel Zeit Gefressen Und ich hätte mir das gerne Gespart Ich mache ja solche Nebenmissionen gern Und das führt dann ja eh dazu Dass man ein bisschen grindet Insofern Kein No harm done Aber es war jetzt nicht so Unterhaltsam Irgendwie Also für diese Nebenquests Mal kurz Ja, hier ist das Tor aufgegangen Hier gab es den Geist Diese Gespensternummer Finde ich Schön Und sie wird vielleicht Irgendwann mal Einmal kurz erklärt Aber ich Habe sie noch nicht so ganz verstanden Ähm, also wahrscheinlich Habe ich zu dem Zeitpunkt Wo ich nicht aufgehört Könnt ihr ja gerne sagen Wenn ihr da mehr wisst Ich weiß ja nicht Was für eine Art von Fall ist Okay, die Art Ich habe immer noch nicht Den Arm ausgewechselt Komm, das machen wir nochmal Ja, wobei Komm, nee Beim nächsten Mal Aber das ist ja wirklich dämlich Ich habe ja einen Feuerarm Den habe ich doch extra verlängert Die Reichweite Den will ich doch nutzen Hm Ja, kann man aber machen, ne Oh Hat er mal einen reingekriegt Aha, ein bisschen extra Ergo Also ich muss mal eines sagen Ich spiele das ja jetzt auch schon wieder Vier Stunden fast Das ist wirklich eine Sehr angenehme Es spielt sich sehr angenehm Klar, wenn man es überläuft Kann man aber selbst entscheiden Macht es ja auch Macht es ja auch Spaß Wenn ich das mit euch zusammen mache Und so Aber ich muss sagen Das kann man sich sehr gut Einfach so wegspielen Äh, ist genau die Art von Immer wieder aufs Neue Spaßig Äh, die man auch von einem Dark Souls Und so erwartet Ich muss wirklich sagen Es ist für mich Fast schon Der perfekte Dark Souls Klon Und es tut mir fast ein bisschen leid Das ist einfach ein Ne, das ist gemein Das ist der Aber ein perfekter Souls-like Ah, 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 ah Wie gesagt, ich probiere mal ein paar Moves Die macht man echt zu selten Aber auch, weil das immer sofort weg ist Ist einfach komisch Also für den einen Move Jetzt irgendwie Hier habe ich drei von den Dingern Die ich aufgebaut habe Sind weg Weiß nicht Oh, ich lasse euch mal ein bisschen atmen Vielleicht kommen wir ja spinnen Oh, ich lasse euch mal ein bisschen Oh Nein Na, was ist jetzt los? Oh, man, die Überhitzung Ich bin gestorben Man, der scheiß Überhitzung Sehr gut Ich habe es auch wieder nicht ernst genommen Nicht ernst genug genommen Aber das war cool Ich mag, dass die Ja, dass die Level so designed sind So wie man es auch wirklich haben will Dass man genau sieht Warum jeder Gegner auch an dieser Stelle steht Und nicht woanders Das haben die schon irgendwie Naja, ich muss sagen Das ist ja ein bisschen das Jeder Raum ist ja auch ein bisschen dann wie ein Rätsel Nicht nur was die Äh, die Den Weg angeht Den man da irgendwie Ah, Moment Apropos Ich gehe erstmal zurück Und wechsel den Arm aus Sondern eben auch Wo die Gegner stehen Ähm, wie man mit denen umgeht Nicht nur, dass einer um die Ecke stehen kann Auch eben Wo die mit Feuer stehen Die was werfen Wo die vorne stehen Die einen abhalten Wo ein dicker rumläuft Äh, dicker Boss Oder Miniboss So, schon gut gemacht So, also Wir wollen den Die Legionswaffe wechseln Genau Und zwar zu der Oh, Flambergé Flambergé Der Gegner sagt Ne, ne, ne Zur Flambergé Vom Monofficial Ich höre euch auf Aber ich werde es noch ein bisschen genießen Sonst gibt es die Flammi Maul Sonst Flamme So Ah Flambergé Is so hard right now Ich brauche für die ganzen Elementwaffen Mal so ein paar Minimatzen Wenn ihr mich habt Gerne meinen Discord Mit Die müssen kurz sein So Abrollen nicht vergessen Na, wir gucken mal Ja, das will ich ja natürlich nicht Aber Ist vielleicht auch mal ganz lustig Kommt mal her Der Chef hat eine Mitteilung zu machen Die Arbeit lässt zu wünschen übrig Oh, eine sehr befriedigende Geschichte mit diesem, äh, Extraschlag Und erinnert mich sehr Tatsächlich an Damage, Damage Weil, äh, eben dieses Aufladen hier Es nochmal stärker macht Ich denke jedes Mal an diesen Song Ich muss da auch eine Minimats raus machen Ah Oh, oh Oh, wo ist das Fass Wenn man es einmal braucht Oh, schade Ich wollte noch einmal Das wäre schön gewesen Das Ding ist nur Oh, schnell Jetzt muss ich aufpassen Okay Ähm, dass die ja dann doch einem ganz schön gefährlich werden können Wenn sie irgendwie, wie immer, ne Wenn sie einen in die Ecke drängen Aber sie haben nicht mit der Power von Fass gerechnet Verbrenn doch einfach mal Ich verbrenn doch sonst auch immer Super Da sind wir wieder Diesmal gehe ich ein bisschen vorsichtiger vor Und ich habe ja auch den richtigen Arm Und jetzt hilft es auch Jetzt kommt alles zusammen Die, die jetzt, äh, das als Video sehen, wissen warum Aber alle anderen, alle neuen, Neulinge Äh, diese Flambergé Lädt ja auf Mit, ähm, irgendeiner Unit Vergessen, wie es heißt Und wenn ich andere kille Dann kriege ich davon was dazu Das war bisher so mäßig wichtig Weil der Arm für mich gar nicht so eine Relevanz hatte Ähm, weil er noch zu schwach war Oder am Anfang gar nicht vorhanden so richtig Und jetzt, ähm, habe ich endlich was, wo ich erkenne Dass man Ständig diesen Arm benutzen kann Wenn man eben es nur richtig, äh, einsetzt So, weil das ist jetzt immer sehr gut Das Hinnerschalte geht leicht Und für das Töten kriege ich dann Wenn ich alles richtig verstehe Neue Flambergé Energie zum Teil dazu Ne, nimm, nimm, nimm Ah ja, okay Die sind halt doch härter als man denkt Das muss ich sagen Das ist so genau wegen dieser Überhitzung Ein altes Fehlerchen Was ich immer begehe Dass ich die unterschätze Auch die, beim Endboss die mit Feuer zu tun haben Dann ist man ganz schnell tot Und weiß gar nicht genau warum So wie hier Ich dachte, er kommt hinterher Klar, jetzt reichst du aber Alter, der Typ, ey Krassere Reichweite als Monte Jetzt kommt er Ja, da wollte ich ihn Genau, da wollte ich ihn hin Da wollte ich ihn haben Genau hier Ah, toll Aimen kann er Ja, das, äh, auf jeden Fall Leider hatte er seine Zukunft Nicht genauso gut im Visier Ja, muss ich mehr nutzen Y Gumm, gumm, y Haha, die große Rohrzange Okay, das Alter, nicht schlecht Das wäre, das wäre ganz gut, ne Er, könnt ihr euch vorstellen Er mit einer großen Rohrzange als Waffe Die brennt auch noch Das mag er Der Therapie-Esel Hat ein neues Spielzeug Ja, aber der Arm ist ja auch schon gut Also ich bin mit allem eigentlich gut bedient Die Gegner auch Äh, what's not to like Flamen Er ist besonders gut im Flamen, ja Schon früher war er in all solchen Internet-Cafés War er immer in Mirk-Chats Jet City Knuddles Er kennt sie alle Okay Ja, ich wusste doch Da kommt noch irgendwas gestampft Alter, der macht mich schon wieder so fertig Lass mich doch einmal inrühren Deine Art mag ich wirklich überhaupt nicht Scheiße Ich brauche mal irgendwo Da unten war noch was Das vergesse ich doch wieder Fuck Oh, geil Okay, komm Komm, bitte, 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 bitte Bitte, 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 bitte Nein Habt ihr es gesehen? Kurz vor mir Es wurde so fucking kurz vor mir rot Nicht, 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 nicht Ich höre ihn immer lauter kommen Nein, jetzt nicht Nicht schwächeln Es ist auch noch einer Hier, mach Oh, ich bin so gut wie tot Das tut mir so weh Das ist so traurig Oh, ich muss auch bald aufhören Weil wir das ja an das andere Video dranhängen wollten Und das vielleicht sonst zu lang wird Also weil das wird dann ewig kompiliert Und dann ist das irgendwie den halben Tag lang nicht verfügbar Weil YouTube da irgendwie mit langen Videos ein Problem hat Ähm, ja Also ich werde nicht mehr so lange machen jetzt heute Aber es ist halt Ich könnte es locker nochmal genauso lang spielen Oh, ich werde nicht mehr so lange machen Ich habe das dreimal schon gemacht Das hat jedes Mal geklappt Oh, scheiße Diese engen Gassen immer Und ich mit meinem Riesenschwert Scheiße Oh, ich werde ja auch Danke Oh, ich werde ja auch Bun Schnell, 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 schnell Ah, das war nicht schnell genug Nein, 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 nein Nimm was, ich hab nichts mehr Ich hab nichts mehr Ich hab nichts mehr Ich hör auf Das war ein Zeichen Das war ein Zeichen, dass ich jetzt aufhören muss Das war auch lange genug, 4 Stunden reicht Ich finde es war sehr schön mit euch Und wir machen das auch nochmal weiter Und ja, ich komm vielleicht nachher nochmal online Aber vielleicht auch eher nicht Ich bin morgen früh, will ich an den See Ich, das schaff ich nur, wenn ich heute nicht so spät mache Okay, so, euch schicke ich aber jetzt auch weg Denkt bitte mal an eine Sache Bitte, bitte, bitte abonnieren Bitte, bitte auch kommentieren Bitte, kommentiert irgendwas Seid nur nicht gemein beleidigend, kommentiert irgendwas Eure Lieblingsrezepte für Hackfleisch Sushi Was eine gute Idee ist vielleicht Ähm Ah, ich seh schon, die Raider machen alles Gute Machen nichts falsch Äh, ihr seht das gar nicht mehr, ne Ne, ist die falsche Nummer Falsche, falsche Chat Okay, macht's gut Ähm, denkt dran, dass ihr mir echt helft Wenn ihr Sachen abonniert Ihr könnt mir auch irgendwie folgen Oder irgendwas anderes hier machen Bei Twitch Aber wichtig ist auf jeden Fall für mich Dass die Zahlen gut sind Ähm, ich spiel das auf jeden Fall zu Ende Ich spiel das weiter Ich werde das natürlich beenden Das macht ja mega Bock bisher Ich find's fantastisch Ich kann nichts Schlechtes finden Ich geb eine 9 von 10 bisher Aber auch nur, weil ich sagen würde Luft nach oben ist immer noch Könnte auch noch eine 10 werden 9 von 10 ist aber schon bei mir Sehr, sehr viel, find ich Äh, und deswegen Ja, tolle Empfehlung Meiner Ansicht nach Bis dann, bis zum nächsten Mal Tschüss Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl Ich darf Stuhl, ich zum Sitzen darf! Wann ist der Stuhl? der Bottage